Maike soll Subs giften. Real Rap! Real Rap! Maike hatte ja bei dir wenigstens neun seit 10 Jahren. Bei mir hat sie in den Kader gehabt, diesen kleinen Käferpisser. Als Boss-Pokémon. Digga, Alter, Maike hat grad sooo geworfen, Alter. Wie viele Pokémon sind grade gestorben? Vier? Drei. Ne, vier. Doch, vier. Digga, am traurigsten war wirklich Finale, ne? Boah, wir müssen jetzt alles wegmachen. Außer... Ja, du siehst ja die Beinen. Außer Hantel. Ich muss auch endlich mal was lossehen. Hantel und Crackspy, Bro. Wir vergessen viel zu häufig die wahren Helden unserer Zeit. Schaut, haut Mr. Pussy Licking. Ah, Bro, es ist ja immer diese Tutorials, mach doch Porn ab. Okay, wenn ich hätte wirklich gedacht, dass der Run vorbei ist, ne? Ich dachte auch, der Run ist vorbei, Digi. Oh mein Gott. Alright. Digga, rest in peace, Philo. Du warst ein Krieger. Du warst, du warst, du hast auch gekämpft wie ein Löwe, Junge. Rest in peace. Was? Bist du gerade, Bro? Reicht auch? Ich glaube, ja. Okay, dann war ich noch gesund. Nein, Philo hatte dieses gute Item. Oh mein Gott, Philo hatte dieses Wasser-Item. Oh mein Gott, Philo hatte dieses Wasser-Item. Oh mein Gott. Es läuft gerade alles falsch. Oh mein Gott. Ich würde fast so weit gehen und sein, dass es jetzt ein Kracher-Chillisch ist. Alright. Das tut mir jetzt auch ganz doll weh. Ja. Okay, dann muss ich noch. W muss ich auch releasen. Feels bad, man. Ohne den Abgesang von Quacksaw hätten wir das einfach alles verloren. In einer halben Stunde dein nächster Start der Pokémon-End. Foglin weg. Wir werden nicht komplett resetten müssen. Chill. Oh mein Gott, alles releasen, Bruder. Quacksaw hat es so gesaved, Bro. Quacksaw war MVP. Karl, Karl, no joke. Du warst so unfassbar useless. Holy shit, du hast legit nicht einen Fight gemacht. Aber geil, dass du im Team warst. Leute, das Ei können wir immer noch nicht holen. Träger, Muschel-Kock. Auch geiler Typ, aber auch weg leider. Rest in Peace, Muschel-Kock. Träger, das Team sieht dünn aus jetzt. Ich sag ehrlich, Basti. Also ich sag mal, in dem Punkt, wir sollten Leute jetzt ins Team aufnehmen. Wir müssen jetzt leveln. Ich glaube, wir müssen Krokoboss, Marsha... Beilort, komm. Digga, vielleicht gibt es einen Jürgen-Comeback. Ich sag ehrlich. Vielleicht gibt es einen Jürgen-Comeback. Mit wem war Jürgen gekoppelt? Mit Pi? Ja. Ja, wir lassen uns Jürgen und Pi wieder packen. Es gibt einen Jürgen-Comeback. Jürgen ist zurück. Scheiße. Digga, er sieht nur aus wie ein Jürgen. Jürgen ist zurück. Was war Jürgen? Das ist Jürgen. Lydia. Du feierst ihn... Du feierst ihn immer noch seit... Ja. Du feierst ihn seitdem er einfach nur einmal gekämpft hat und einmal eine Attacke gut gemacht hat, sagst du, dass Jürgen gar nicht so schlecht ist. Bro, du checkst dich. Aber Jürgen ist auch... Jürgen hat zwei Attacken so krank böse getankt einfach. Digga, der ist no joke underrated. Boah, Junge, Jürgen ist so ne kleine Dings. Ey, Bro, wir brauchen irgendwas. Jürgen ist so underrated, Digga, du checkst nicht. Der ist super krass. Wir brauchen irgendeinen Spot, egal wo, wo wir ein neues Pokémon haben können. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns irgendwie einen Spot jetzt aus dem Arsch ziehen, Digga. Ey, ich nehm noch einen... Lass doch Marschock reinnehmen. Hab ich schon. Mit... Okay, was ist die Komodotron? Bylord. Okay, und hast du ihn auch rein? Inkognito? Ey, für den Plagator hab ich noch nicht, ne. Lass du bitte auch noch einen. Ach, wirklich? Ja, müssen wir, Bro. Ist besser als nichts zu haben. Und ich... Also... Aus tiefstem Herzen, ich glaub, ich würd den EP-Teiler wieder anmachen. Obwohl Cracks... Ich war auch EP-Teiler... Wir werden jetzt überleveln, aber wir haben keine andere Wahl. Ich glaub auch. Digga, jetzt soll ich mir noch... Real Rap, diese Überlevelungsregel haben wir eh nicht beachtet. Wir müssen jetzt nicht damit anfangen. Real Rap, müssen wir nicht machen. Wir müssen jetzt nicht so hecken, als hätten wir die letzten drei Arenen komplett legit gemacht. Kevin, das ist der... Das ist der traurigste Moment. Das ist der traurigste Moment, dass ich jetzt ein Fragezeichen, einen scheiß Datenschutz Level 10 bei Team packen soll, damit du den Empragator Level 5 mitnehmen kannst. Es ist... Das ist der absolute E-Funk. Das Team, was da gleich rechts bei mir in der Leiste stehen wird, ist der größte... Fucking Datenschutz. Datenschutz, Digga. Oh, man. Okay, aber Kevin, soll ich dir eine Sache sagen? Ich fühle diese Situation jetzt, dass wir beide eigentlich am Arsch sind. Ja, wir sind am Arsch. Wir sind so in der Klippe gesprungen. Oh, man. Wo? Könnten wir rein theoretisch bei uns... Ist das ein Call? Lass uns ganz kurz den Screen updaten. Ich weiß nicht, ob noch Mods gerade da sind. Ich würd's einfach kurz machen. Boss. Sag mir mal deine Pokémon auf Englisch und ich mach meine Pokémon kurz auf Englisch. Hey Kevin. Wann kommt Boris Becker als Pokémon? Sag mir mal, was dein Bögenparam ist auf Englisch. Also kannst du ruhig Borisius Beckerhenius nach der nach mir benannten Muschel oder Schnecke. Ähm. Was weiß ich nach irgends? Ähm. Wie Englisch. Pokémon. Dicker Jürgen, ey. Da ist er wieder. Ähm. Wei... Also du musst suchen nach... Das heißt Cleffa. C... Also C-L-E-F-F-A. Hab. Cleve. Dann haben wir... Weilord. Heißt Weilord. Hab. Was ist meiner? Und dann... Und dann noch Unknown. Digga, dieses Streamrecht... Wie schreibt man? Wie schreibt man? Unknown. Also... Un-K-N-O-W-N Ne, das gibt's nicht. Es muss... Es muss anders heißen. Ohne K. Unknown. Ah, okay. Ja. Bro, das Streamrecht sieht so traurig aus. Ja, das stimmt. Digga, bei mir kommt noch... Äh... Das ist das... Was ist gekoppelt so mit Weilord? Masha, ne? Masha, ja. Machoke. Ah, okay. Und... Äh... Impergato? Ist das Impergato? Oder wie heißt der auf Englisch? Ferra... Legato. Ferra... Legato. Alright. Boah, die Sechs... Bei dir krittet aber auch gerade rein, ne? Ja, die... Die knallt richtig. Die haut rein. Okay, Bro. Mensch, es kommt einfach irgendwann raus, dass das wirklich der echte Boris Becker wäre. Omega Lul. Digga, das wär krass. No joke. Es wird kein Boris Becker-Programm los. Wie geht's jetzt generell in der Story eigentlich weiter? Äh... Gute Frage. Weiß das jemand? Wir haben gerade in dieser Höhle... Haben wir diese... Das E-Kognito von Sebastian ist ein falscher Buchstabe. Bitte anpassen LG. Äh, das geht nicht. Danke für die drei. In... 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 In der Arena? Können wir jetzt die... Cool, können wir jetzt in der Arena machen? Ja, mega... Mega fresh. Nee, Arena ist nicht. Auf den Vulkan. Auf den Vulkan, schreiben Leute. Schlotberg. Wo ist der? Ich heil mal vorsichtig, aber einmal durch. Das solltest du vielleicht auch einmal machen. Ich weiß nicht, ob alles voll ist. Richtig. Aber statt müssen wir. Dort gibt's auch einen Counter plus ein Ei. Das klingt ja schon mal gut. Ja. Dann lass da jetzt hin. Dann geh ich ganz kurz auf Toilette und dann machen wir uns rein in die Stadt. Real Rap. Ich sag euch so wie es ist. Es läuft grad nicht gut. Aber Bro, wir machen's jetzt einfach. Wir kriegen's irgendwie hin. Ja. Das ist jetzt der Moment, wo die Challenge anfängt, Bro. Real Rap. Ich sag zu auf Real Rap gerade. Aber for real. Weißt du? Ja, mach mich. Geht's auch auf Klo. Auf geht's. Wir machen einen taktischen Piss Reset und dann geht's ab. Wann kommt Olle Frank Rosin oder B7 oder noch besser Rocco, er die Gegner durch seinen Gottesgesang einfach besiegt. Ich bin der echte Boris Becker. Chat glaubt mir Kevin tut es ja nicht. Okay, Freunde. Ich zieh mir jetzt mein passendes Glücksarmband an. Jetzt geht's ab. Jetzt werden alle Register gezogen. Sollen wir... Basti würd mich gleich hassen, wenn er wieder von der Toilette kommt. Kario, bist du noch wach? Ist Kario noch wach? Flash Girl? Wir könnten den hier traden und ihn damit leveln. Äh, entwickeln meine ich. Mach mal einfach alle Flash Girl, das nervt den richtig krass. Nein, noch warten wegen Attacken. Erst mit 33. Äh, okay, okay. Digga, was ist? Hahaha. Hahaha. Wir brauchen vielleicht später nochmal den Server. Ja, ihr könnt aufhören jetzt. Das passt. Danke. Haha. Fibi, Digga. Danke für die 20 Subgifts. Auf 25. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Moin, was geht, Bro? Digga ist vorbei in Shedding. Bist du dir jetzt eigentlich sicher, dass wir jetzt einfach weiter encountern wollen und Trainer rein theoretisch vielleicht über den Weg laufen wollen, ohne jetzt einfach Power-Level zu haben? Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt leveln vorher. Wir leveln jetzt Marsha, Jürgen und so weiter. Und Kokoboss. Ähm, aber Bad Lavastadt ist ja das hier, ne? Hier, guck mal, wenn du bei mir auf der Karte guckst. Ähm. Ne, warte mal. Bad Lavastadt ist... Ach, hier. Wir müssen jetzt wieder in die Richtung, dann müssen wir nach links. Chef. Oh, da haben wir die 20 Subgifts. Robert, kuss, 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 kuss. Digga. Einfach alle am Start, Bro. Kappelgifts. Ja, warum gucken alle bei dir im Team nach rechts, Bro? Oh, man. Die X-Gag ist da. Oh, shit. Ey, viel lieber. Wieso habt ihr wieder so viele Pokémon? Kuss, 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 kuss. Das ist... Danke für den Support, man. Kevin. Was hast du, Bro? Dein ganzes Team guckt nach rechts. Boah, satisfying. Ich wollte irgendwie gerade so was sagen, wie mein Team ist ein Rechtsteam oder so, aber das ist... Irgendwie... Weißt du, es hört sich irgendwie nicht so fresh an, you know? Ja. Es ist irgendwie... I don't know. Ich weiß es nicht so ganz. Irgendwie findet es nicht so. Nicht so richtig. Nachdem du durch die Höhle bist, die Seilbahn. Ach, wir müssen oben durch... Müssen wir hoch auf den Berg. Wir müssen jetzt hier nicht laufen. Äh, sag mal, wo wir müssen, Bro? Also, wo du denkst, dass wir müssen? Anscheinend doch am Ende der Höhle. Ja, okay. Ja, dann gehen wir zurück. Wir müssen halt jetzt auf Träne aufpassen, ne? Also, jetzt bitte nicht mehr so crazy, stupid sprinten. Äh... Können das... Generell nie. Wie? Du machst generell nie? Ne, wir müssen doch hier rechts lang laufen. Also, rechts doch lang. Oder wo? Zu Höhen. Wo bist du gerade, Brody? Rechts von der Stadt. Okay. Nach der Seilbahn sind richtig viele Trainer. Habt ihr eine Angel? Dann könnt ihr doch in den Städten noch fangen. Wir haben in jeder Stadt eigentlich schon gefangen. Wir waren in jeder Stadt angeln eigentlich, soweit ich weiß. Außer bei uns zu Hause. Außer bei uns zu Hause und in der ersten Stadt doch auch nicht, oder? Da hatten wir doch noch keine Angel. Wir waren nie zurück... Wir sind nie zurückgegangen. Lass uns in die ersten Städte gehen, oder? War kurz weg, wieso habt ihr wieder so viele Pokémon? Ja, wir sind in der Stadt, wo unser Vater war. Ah, da waren wir noch mal angeln, ne? Stimmt. Und am Anfang ist noch kein Wasser. Leute, ihr schreibt zwei Sachen jetzt durchgängig. Ich muss checken. Links und rechts, es geht beides anscheinend, oder was? War kurz weg, wieso habt ihr wieder so viele Pokémon? Wir haben noch welche in der Box gehabt, Bro. Die wir auf Backup geholt haben. Gekauft haben. Wann läuft ein Spotify Musik? Lass einfach gucken, lass einfach rausfinden. Lauf links, da könnt ihr bis zurück an Anfang. Ja, wollen wir aber grad nicht. Wir wollen eigentlich hoch auf diesen Berg. Da müssen wir jetzt glaube ich hin. Right? Okay. Ja, man muss mit Maike reden. Die ist links irgendwo. Okay. Hoffentlich ist sie nicht wieder am Fighten und am Choken, Junge. Maike hat uns grad alle Pokémon ruiniert. Alle meine Homies hassen, Maike. Real Rap. Leute, könnt ihr aufhören mit dem Scheiß-Ei zu schreiben. Es nervt so sehr. I'm sorry, ich bin richtig sauer mit dem Ei, ne? In welchem Haus ist denn Maike? Hier, 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 hier müssen wir mit ihr reden. Wo? Dann bringen sie uns zurück in die City hier. Ah, okay, korrekt. Ja, willst du zurück nach Hause? Wo immer. Wo hast du mit ihr geredet? Hier? Ja, ne, eins drunter. Der war hier jetzt nicht grad am Umziehen. The fuck, Alter. Sorry, dass ich reingeplatzt bin. Nach Hause bringt jetzt nichts. Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Schlotberg. Okay, Schlotberg ist das nächste jetzt, Bro. Ähm, hier ist der Schlotberg, genau. Ich glaube, es ist nach oben und dann nach links, ne? Ja, irgendwo muss die Seilbahn kommen. Mal ein Lavastart, feuriger Fahrt. Ich glaube, wir müssen in den feurigen Fahrt, Bro, und dann mussten wir diese Dinger wegschieben, die wir vorher noch nicht wegschieben konnten. Oder? Aber die können wir ja immer noch nicht wegschieben. Naja, fair. Good take, good take. Okay. Muss erstmal wieder jemandem einen Zertrümmerer geben. Jemand schreibt in meinen Chat einfach feuriger Fahrt. Und Fahrt wie Furz auf Englisch, Digga. Junge, starke Chatnachricht um 1.40 Uhr. Mann, die TM war ein Trainer, Leute. Ähm, lass mal kurz sortieren, Bruder. Lass mal kurz sortieren. Was sollten wir jetzt machen? Wir sollten unsere Pokémon leveln, bevor wir weitergehen. Oder? Wir sollten zwei Sachen, bevor wir weitergehen. Neue Pokémon fangen, irgendwie neue Routen finden. Wird schwierig, haben wir eigentlich keine. Zweitens, wir müssen unbedingt leveln. Das sind die zwei Sachen, die wir safe machen müssen, bevor wir weitergehen. Richtig? Weil da, wo wir jetzt weitergehen, sind safe Trainer. Hallo, du widersprichst dir aber, wenn du sagst, wir wollen neue Routen checken, aber wir wollen nicht weitergehen. Logischerweise, wir müssen schon jetzt zu dieser Seilbahn gehen und da ist der nächste Encounter. Da holen wir uns das nächste Pokémon auf einem höheren Level. Okay, machen wir. Aber wir müssen, wir müssen halt hoffen, dass wir, dass wir nicht unbedingt in super viele Trainer reindüsen, oder? Ich glaube, das geht. Ja, wir müssen jetzt halt tryharden. Das ist jetzt auch movement ein Stück weit. Ich äh... Ah, hier, oder? Waren wir hier schon? Weil Plastik ist scheiße. Plastik geht in deine DNA. Überall sind wir 100 Meils an. Vorbeigelaufen. Oh nein! Karl ist... Good donation. Karl ist gestorben. Ich hab jetzt keinen VM-Arzten mehr. Ja... Ey, ich glaube, ich hol mir einfach noch einen. Können wir einen einfach aus der Base holen? Ähm... Ich bin extra Weiler Zeitrümmerer gegeben. Okay, ja, dann... Dann geb ich... Koko-Boss. Hat der noch einen frei? Oh, hat der irgendwas, der sich wegmachen kann? Ey, Silberblick braucht der nicht, oder? Oh... Kannst du wegmachen. Jürgen hat einen frei... Ah, egal. Schuss auf. Hier, guck mal. Hier rechts ist das, Kevin. Guck mal bei mir. Ähm... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du bist in den Trader-Fight rein. Ja, ist nicht schlimm. Oh mein... Oh mein fucking Gott! Nicht er! Oh mein Gott! Digga, alles nur nicht er! Mach irgendwas! Wir brauchen jetzt einen Big Magic, Bro! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ne Idee! Digga! Das ist so OP! Was denn? Ich hab Zugabe! Und was macht das? Damit es... Weiter Dings einzusetzen. Bodyguard! Wie lang... Wie oft macht er das jetzt hintereinander? Oh... Da macht das dann mehrmals hintereinander, oder wie? Drei Runden lang! Das heißt, du kannst jetzt... Zwei Runden angreifen, oder? Die eine Runde kannst du angreifen, dann musstest du's nochmal machen. Ihr habt das. Falls die Energie und Konzentration nachlässt, kannst du ja im Ready Shot gunnen. Kuss. Liebe. Offen Käse. Kuss, kuss, Bro. Das ist... Das ist sehr, sehr smart, Basti. Das ist... Sehr, sehr, sehr smart. Genau sowas brauchen wir gerade. Wenn ich's jetzt aber nochmal mache... Dann... Dann... ...geschlagen. Weiß ich nicht. Oder du finischst ihn einfach off jetzt. Du musst... Du musst einen Turn warten anscheinend. Wieder machen. Es geht wieder. Bro, das hätte jetzt einfach direkt wieder das nächste töten können, ne? Nice. Oh mein Gott. Du hast ihn, oder? Noch zweimal. Volltreffer, komm. Bro, ist das gut. Alter. Ganz, ganz großes Kino hier. Wir hatten letzten Bein... ... waren jetzt aber auch... Stark, Bro. Das heißt, das ist das, was wir geworfen haben. Re-Rip. Es tut mir auch leid, dass ich da jetzt reingelaufen bin, to be honest, aber... Weichert man sich jetzt selber ab, naja, das ist jetzt... 3,141 geht auch irgendwo. Nice. Okay, das schaust du auch. Ich geh schon mal weiter. Ja. Du musst eh erstmal hier hinkommen, wo ich bin. Wo bist du jetzt von hier lang gegangen? Jetzt links. 1,1,1. Haben wir hier schon was gelootet? Haben wir. Okay. 1,1,2. Auch, oder? Ja. Jetzt hier durch das Gras, Bro, oder wohin? Ähm, eher nach links musst du, aber kannst auch unten lang. Ich glaub, unten sind Trainer. Yo, erst Revelling, sag ich. Stellt euch vor, ihr habt als nächstes den Countdown in Legi und habt nicht genug Pokémon zu fangen. Ja. Wir haben größere Sorgen gerade, Bro. Hast ja schon recht. Wir brauchen Re-Rip einfach neue Pokémon. Mann, ich brauch's auch noch Re-Rip zu sagen, ey. So, dann hier hoch. Äh, ja, jetzt rechts. Aber aufpassen mit den Trainern. Ey, ich fight den nicht, oder? Ich versuch den zu dodgen. Auf jeden Fall. Okay, hab ihn. Okay, ich hab einen Megablock. Ey, Titus. Danke für die 99 Monate, Bruder. Äh, Kiba, Limebird, Vicegrip und Jonas und Kingslayer. Danke für die Subs. Und vielen Dank für die anderen, die ich vielleicht nicht vorgelesen hab. Ich fahr. Couscous. Sag mir schnell die Uhrzeit. Alright, Bro. Wir müssen jetzt auf den besten Encounter aller Zeiten hoffen, ne? Wenn du jetzt oben am Vokam nicht direkt südlich gehen kannst, musst du zurück und trainieren. Hey, what? Keine Ahnung, Bro. What the fuck? Das ist ein Dreizeiger. I don't know. Encounter kommt erst nach Team Magma. Oh. Okay, wir haben den ersten Bosskampf. Oh. Können wir nicht machen. Warte, nein, 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 nein. Du bist Schlotberg. Ist da irgendwas? Ne, hier ist nichts Neues. Guck mal, wie schnell mein Ding hochfährt. Es gibt hier nichts, es gibt hier keine Encounter. Ja. Oh mein Gott. Oh. Oh nein. Okay, das hier ist der nächste Fight, right? Ja, da müssen wir erstmal leveln. Ja, da müssen wir erstmal leveln. Was dann mit Basti passiert, sagt dem Armen mal, dass er besser aussieht, wenn er lächelt. Weil der sieht fertig aus. Guck mal, der sieht eigentlich so aus. Okay, aber hier ginge die Story weiter. Digga, Basti on Stream, eine Sekunde nachdem der Stream raus ist, Digga. Einfach der hier. Hey Leute, die Challenge hat mega viel Spaß gemacht. Ich will jetzt offline gehen und mir noch einen schönen Abend machen. Macht's gut, ich freue mich sehr auf den Stream morgen. Und dann der hier. Ähm, bist du hier oben schon gewesen? Oh nein. Ne, weggegangen, weil wir das ja nicht fighten. Digga, ich dachte, ich laber mich nicht direkt an. Okay, wir machen 100 Kampf. Ich geh direkt zurück. Ich weiß nicht, wollen wir uns doch hier umgucken. Weil, also, es kann ja passieren, bist du sicher, dass hier gar nichts ist? Hier gibt's kein Encounter? Hier gibt's kein Encounter. Ja, das heißt, wir müssen halt erstmal das jetzt labern. Also, oder gibt es irgendwo eine Route, Leute? Irgendwo, wo wir geangelt, wo wir noch angeln könnten, wo wir es nicht getan haben? Ich weiß es auch nicht. 2. 2. 2. 3. Wüste vielleicht? Wo ist die Wüste? Wüste kommt halt noch nicht rein. Wollen wir nochmal zum Anfang zurückgehen? Und die allerersten Dinger nochmal checken? Und wir könnten, also, wir könnten halt, also, ich weiß es fängt ab, aber wir könnten no joke mal in diesem Eihouse vorbeigucken. Das, das kommt erst noch. Das kommt hier nach. Die Leute schreiben das die ganze Zeit rein, obwohl's noch nicht dran ist. Okay, wenn du sagst. Meine ich, oder, Leute? Was? 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 Bruder, er hat mich nicht mal angeguckt. Was geht jetzt ab? Er flickt 90 Grad rüber, oder was? Oh mein Gott. Bitte gib mir jetzt den spannenden Fight. Oh, geil. Ein Feuerpuppen. Ja, perfekt. Cool. Ich hab ein gutes Transit-Pokemon und ein gutes Stahl-Pokemon. Er macht Feuer. Ja, bei Level 18 soll ich packen, I guess. Wenn ihr bei den Meteor-Fällen unten links rausgeht, kommt ihr zur Route 115. Und bei 115 waren wir noch nicht. Flieh doch, ja. Er wehrt die Attacke ab. Er wehrt die Attacke ab, ja. Nee, klar, Bruder. Er wehrt ihm natürlich die Attacke ab. 115 gibt's nur, da hattet ihr noch keine Angel. Wo ist denn die 115, Bro? Okay, hast du zufälligerweise 115 aufgeschrieben? Nein. 115 haben wir nicht aufgeschrieben. Was ist Tusker, Bruder? Hilf mir bitte. Pflanze? Ja. Oh, er macht Egelsamen. Über der Stadt beim Ersten Orden. 4er-Kartus. 4er-Kartus. Also noch, was wir da angeln, oder was? Digga, auf einmal wird er größer. Da haben wir doch geangelt. Da haben wir geangelt bei 115. Ey, will Tani die auch nochmal irgendwie eine Attacke machen, oder wie das? Ist das nicht dieser eine aus Brawl Stars? Digga. Ja. Junge, dieser Kaktus vom Brawl Stars ist ultra OP, man. No Joe, der fickt mich mal überkrankt. Wenn der rein mit seinem frischen Haken rankommt. Ich hasse den so sehr. Das Spiel nur Versager. Mann, Junge, Basti, er wäre gerade jede Attacke ab. Digga, erst aufs E. Ja, ich muss switchen jetzt. Ja, obvious. Geh auf Käferattacke. Mit Pflanze. Ey, Bruder, ich darf jetzt keinen einzigen Trainer encountern. Sonst bin ich am Arsch. Obwohl, darf ich Ausnahme von Veits Tränke benutzen? Ja, oder? Schon, ja. Ich glaube schon. Dann baller ich einfach kurz ein paar Dinger. Hätte ich direkt machen sollen. War risky gerade. Hab unnötigen Risks getaked. Keine Resets bis jetzt. Aber, ja, wir sind aktuell oben, siehst du, wir sind drei von acht. Äh, ähm, Dings. You know? Oh, das läuft gerade nicht so gut. Wir haben keinen Spot mehr zum Angeln. Ich wüsste nicht, wo wir angeln können. Ich hab den Überblick verloren. Ja, ich leider auch. Es gibt, glaube ich, keinen Spot mehr. Und wenn ihr sagt, dass in unserer Spawn City kein Wasser ist, dann ja. Ja. Oder haben wir... Ne, wir haben dort encountered, wo ich die drei Psyge anders hatte. Da haben wir encountered, oder? Da kam nichts. No joke, lass einfach mal vorbei, lass einfach ein bisschen rumlaufen, Basti. Ist eh nicht verkehrt, wenn wir in ein bisschen low-levelige Gebiete gehen fürs Leveln, oder? Ja. Also ich bin eh gar dabei. Ich level die ganze Zeit gerade. Okay, geil. Wie machst du mit XP-Teiler? Ja, ich hab EP-Teiler an und... Ja, Baller. Boah, Alter, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt ein Comeback hinbekommen. Krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist kein Trainer. Nein? Ne. Okay. Im Kampf-Areal habt ihr noch nicht viel gehangelt. Was ist das Kampf-Areal? Ey Junge, jetzt ist hier ein Pokemon. Boah. Erstmal unterm Stein ein entspanntes Legendary drinnen halt. Ein Klassiker. Nebenbei. Gute 1 und 2 gibt's C. Haben wir schon gemacht. Och Gott. Ist hier das Pokocenter? Nein, nicht den ansprechen, nicht den ansprechen. Bro, da bist du in nem Vierer, aus dem du nicht mehr rauskommst. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, holy shit, ey. Ey mein Bruder, diese Stelle ist so painful. Ich kann's nicht mehr. Ist ganz gut, dass wir jetzt hier den Nachtgrind vor uns haben, oder? Ja. Das ist genau die Stelle, wo wir sehr viel Konzentration brauchen und wenig haben. Die perfekte Kombo. Ich glaube, wenn das jetzt hier der Netherite Beacon wäre, dann würde jetzt ungefähr so in einer halben Stunde, würde Isa und Hugo das erste Mal ihre Augen aufladen. Mhm, der Klassiker. Äh. Kevin, jetzt von dort aus nach rechts. Hast du da mal geangelt? Hier? Klar, hier hast du dein Apollo her, Bro. Jo, ich kam grad von der Arbeit. Was ist mit Celebi und Latias passiert? Was ist denn bei der Fahrradstrecke? Wenn wir da jetzt irgendwo langfahren, kommt da ne neue Route? Wo ist die Fahrradstrecke? Jetzt dort, wo ich bin. Ich bin noch weiter in Richtung Süden von dort aus, wo du jetzt bist. Okay, geh ich auch mal lang. Ich würd so gerne den Kognitor ablegen, Bro. Weil es einfach nur, dass das IP abbekommt, ist so ein Waste. Aber ja, dein Imperator ist halt stark dadurch. Ich muss Imperator mit dabei haben, Bruder. Ja. Da musst du. Route 1100. Haben wir. Fahrradweg ist nutzlos. Okay. Ja, ja. Ist das hier alles Trainer oder was ist das hier? Ne, ne? Beim Dingshafen haben wir auch auf den Routen, was voll weit rechts ist, haben wir alles gemacht. Haben wir hier Route 109 geangelt, Kevin? Ja. 109 wurde getan. So, ich hab hier einen entspannten Fight, aber der wird keine guten Pokémon dabei haben. Oh, das war ein Z. Flunk, die Fahrt. Wer ist das? Oh. Oh, I remember. Do you remember? Ach, komm mal hier. Oha. Ist das ein Wildes oder das ist ein Trainer? Trainer. Oh mein Gott. Bitteshafen, du kannst dich irgendwie killen. Ja, das ist Level 14, Bro. Ich bin in meinem Strand ganz unten. Okay. Also ich hab jetzt... Auf Cillo nen Endteil einfach. Ich find Endteil aber richtig cool, ne? Ich liebe Suikun. Äh, ist das Wasserpunkt, Mann? Ja. Ja. Ja, die sind beide cool. Der einzige, der irgendwie ein bisschen... Den, die irgendwie ein bisschen scheiße designt haben, ist ähm... Ist dieser gelbe, Bro. Der sieht mega low aus. Den... Das war auch nicht. Den ahn ich jetzt so semi. Aber der heißt... Entei oder so. Sorry. Bei mir heißt er Endteil. Also eigentlich kann man... Bei den Trainern relativ ohne Probleme, glaub ich, leveln. Ja, ich überleg, ob ich... Ich glaub, ich nutze den noch hier. Auch für Geld. Beste mehr extra Geld, kann ich schaben. Mann, das Barty als Zertrümmer kann... Fack mich ehrlich gesagt sogar ab. Easy. Okay, nice. Kroko-Boss Level 9. Nein, jetzt vor Real. Ich kam von der Arbeit und will wirklich wissen, was da passiert ist. Ja, und ich möchte für real nicht darüber reden, Digga. Oh! Boss! Ähm, ich hab gegen ein... Oh shit! Du hast eine Entwicklung! Geil! Ist das Genera schon? Nee, ne? Grosses Pipi. Achso. Oh, Moment. Ja, Pixi, let's go! Bockers! What a Pipi! Ähm... Ja, unser, äh... Unser, äh... Unser Dings... Unser Zillibi und unser Latias ist gestorben. Indem ich einen... Wohin genau, oder wie's heißt? Gefightet hab. Ne sehr starke Attacke gemacht. Das Ding hat einfach gesagt, Jo, hier ist ein Spiegel. Und hat mir einfach denselben Damage nur doppelt so einen Schlag gegeben. Und mein Zillibi gewohnt. Und dadurch ist Basti halt auch gestorben. Und kurz darauf, also hat Basti unser Team, beziehungsweise Maike unser Team gewiped. Äh... Und jetzt sind wir hier und haben nichts mehr. Außer die einzigen Krieger vom Anfang sind, ähm... Bei mir Cracked Pie und... Hier Dings, der Handgelatze. Und bei Basti auch die Eins und die Drei. Es läuft... Es läuft nicht gut. Ja und Jürgen. Jürgen kam auch wieder vom Anfang zurück. Junge, Jürgen Level 13. Maschine. Ich würde am liebsten das Zertrümmerer-Ding wieder dem wegnehmen, ne? Das ist eigentlich voll Pain. Boogru-Texo war ja auch da. Okay. Boast Mondstein für Pixie? Ja, jetzt aber noch nicht. Ich bin hier so wild am Moven. Ach, Digga. Jetzt kommt hier einer. Ich bin aber so froh, ne? Also, ich zocke zehnmal lieber mit nem schlechten Team den jetzigen Run weiter, als von komplett vorne anzufahren. Also, was das... Ja, Bro, Kevin, das große Problem ist, bei meinen Sachen, die ich grad level, also mein Pipi... Ja. Ähm... Und, also, Bro, das sind gerade Pokémon, die haben nicht so viel Potenzial... Also, ich seh da nicht so viel Potenzial gerade. Ja, ist halt für jetzt ne kurze Zeit geil. Aber ich meine, die müssen jetzt einfach nur für ne kurze Zeit uns durchcarryen, you know? Äh, bist du ab hier runter gegangen, Bruder? Ja, weiter runter. Ähm, wie heißt denn Pipi auf Englisch? Äh, I don't know. Kok, Kok. Kracher. Kracher. Klee. Basti ist so muddy. Ja, irgendwann... Das ist Pixi. Irgendwann haben die Zuschauer angefangen, so, Basti's Facecape anzupassen. Es war einfach das. Hat irgendwann jemand den hier eingesendet, Bro. Wir haben noch den. Wir haben den. Es gibt viele, Bro. Boah, es braucht den hier noch. I don't know. Es gibt ein paar. Es gibt ein paar. Und jetzt sind wir gerade im Late-Night-Soccer und das ist der hier. Haben wir Graphyport City schon? Ja. Oh mein Gott. Leute, Pipi ist schon okay gut, oder? Oder gerade ist eh egal. Wir müssen gerade nehmen, was kommt. Ja. 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 Ich habe halt krasse, krasse Taktiken mit Pixi später. Bis auf welches Level sollte ich ein Pipi bringen, bis ich dann weiterentwickel mit Mondstein, Leute. Noch hat's keine Moves. Ja, check ich. Das ist voll das geile Team. Ja, mein Team ist okay. Problem ist halt nur, dass die alle sehr low-leveled sind. Das Team ist richtig garbage, Digga. Bis auf Melanie. Ich habe noch nie. Danke. Noch nie. Ja, 6 und eh. Ich muss auf jeden Fall viele Level, Digga mit Pipi hoch. Bro, das wirklich, also dass ich gerade Datenschutz level ist, das ist so hardcore traurig, Bro. Das ist halt einfach so... Datenschutz. Fucking Datenschutz, Mann. Datenschutz ist so ein geiler Name für dieses Pokemon. Oh, Mann. Mann, Bro, mit seinem Ashtag... Guck mal, sein Ding sieht aus wie so eine Cap, so eine Snapback, die er so cool aufs Seite trägt. In diesem... In dem... In dem Screen oben? Ja. Ja, ich bin auch dabei. Das Gute ist, dass wir jetzt mal eine Menge Geld-Tote-Pokemon-Aberies... Oh, zockst du selber mit, oder was? Boah, Digga, aber guten Fang bis jetzt. Guten Fang bis jetzt. Good Job. Good Job. Nicht bad. Mondgewalt ist eine der besten Fehl-Attacken, lernt Pipi aber erst auf Level 46. Alright. So macht man das. Mann, Junge, es ist auch random halt. Digga, stell dir vor, wie geil das Spiel jetzt gerade wäre, hätten wir noch Latias. Ja. Latias haben wir ja verloren, weil du in den Trainer reingelaufen bist. Hm. Digga, stell dir vor, ein Wal setzt Erstauner auf dich ein. Würde ich so erschrecken. Digga, Jürgen hat jetzt Reflektor-Meinung. Ja, geht. Jürgen. Jürgen ist eigentlich voll gut. Mann, Digga, Jürgen ist so underrated. Ihr checkt das gar nicht. Der ist nicht so kacke, wie alle sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum den alle so haten. Leute, kann ich Zertrümmerer meinen Byload wieder wegnehmen? Weil ich... Es tut mir irgendwie ein bisschen weh, dass der das hat. Ey, der Bruder macht Logok. Meint ihr, der Krokoboss schafft das schon? Was hat denn der für Attacken, der Kollege? Aquaknarre. Ja, macht der schon. Ah, ist das in der sechsten Arena. Oh, Mann. Ey, Level 14 müsst ihr das schaffen, oder? Ja, mit Level 12, ja. Oh nein, weil hier wieder Sonne ist, Digga. Hier ist Sonne wieder. Hier sind irgendwie... Wasserattacken sind irgendwie ein Viertel oder so. Digga, wahrscheinlich ist da gerade Sonne bei dir. Macht gar keinen Sinn, ist so. Aber die Sonne ist mega warm gerade. Mitten in der Nacht einfach. Lies doch mal mit. Kevin, das Wichtigste ist, dass wir uns noch haben, weißt du? Wow. Du hast gesprochen wie ein Boss. Apropos Boss, der ist tot. RIP. Okay, Krokoboss lernt Biss. Äh, mach ich gerade was reivig, oder? Ja. Mann, Bro, so... Ey, Bro, du willst einfach... Dein Impagator wird ja dein Main-Wasser-Pokémon, ne? Aber das heißt auch einfach zeitgleich. Du weißt, welcher Atze dann auch zeitgleich die ganze Zeit dabei sein muss. Kevin, das kannst du mir nicht antun. Willst du mal ganz kurz dein Moveset sehen? Datenschutz wird uns noch ein Stück begleiten, Bruder. Es tut mir leid. Datenschutz wird noch mit dabei sein, eine Zeit lang. Guck ihn dir an. Was kann Kraftreserve? Oh, wie er da taumelt. Was? Oh, 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 oh. Was kann... Was kann ich das? Wirkung-Typ, der Attacke hängt vom Anwender ab. Okay. Der ist doch top. Ey, du unterschätzt ihn voll. Der fühlt sich voll gemobbt auch ein Stück weit von dir. Der arme Mann. Safe ist der korrekt. Wird es sehr laut später geben? Nein, 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 nein. Lule? Okay, der Blitzer. Wow, auch geiles Pokémon. Ich wurde letztens geblitzt. Meine Mama meinte letztens zu mir, dass ich so oft geblitzt wurde, dass die langsam mir meinen Führerschein wegnehmen wollen. Auch. Aber deswegen soll ich mal aufpassen. Du kriegst selber nicht mit, wenn du geblitzt wirst? Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Und meine Mama bezahlt immer einfach, ohne mir Bescheid zu geben. Oh. Genau. Aber halt nur mit so, also für real mit so 5 bis 8 kmh. Also immer so unter 10. Und dann... Ich sag meine Mama mir halt nie Bescheid, weil sie dann sieht. Ja, scheiße. Ich hab das an. Ich hab einen Blick. Und, äh... Und jetzt wurde ich aber so... Ich wurde halt so 10 Mal oder so mit 5 kmh zu schnell geblitzt. Dass die jetzt halt so gesagt haben, hey, Kollege, hör mal zu. Ist jetzt halt nicht so geil. Ähm, wir würden die halt spontan mal deinen Führerschein wegnehmen für einen Monat, wenn's so weitergeht. Das sagen die eigentlich nicht einfach so, Kevin. Warum? Das sagen die nicht, wenn du 10 kmh mal drüber warst. Oder ich weiß auch nicht, wann ich mal geblitzt wurde, weil ich fahr immer genauso schnell, wie man fahren darf. Stimmt. Hab ich grad vergessen. Dann muss Tim fahren. So, Jürgen... Jürgen holt langsam auf. Jürgen, Level 15. Ey, Ski, machst du eine gute Attacke? Ne, das ist Arsch. Ne. Okay. Kurz zurück einmal heilen auf safe. Ich geb um viel Glück noch. Ja, danke. Ey, grad ist es, grad ist es ein epischer Grind. Ich war nur in der Stunde dabei, als Celebi-Ever gefangen wurde und jetzt aber feind selbst als kein Pokémon. Atze 10 Zehntel, ein Detaining-Pepel. Ich hab grad ganz gut Glück, hier sind viele Flammaris und so. Hab ich sehr. Du musst eigentlich einen Spot suchen, wo du mit deinem eigenen Pokémon irgendwie alles onehitten kannst und einfach richtig gut levelst ohne EP-Teiler. Weißt du, irgendwo wird es ja krasser Encounter geben, die perfekt zugestimmt sind auf die Pokémon, die du leveln möchtest. Ja. Fünf bis acht Kilometer pro Stunde, man wird in der Regel erst bei 10 plus kmh geblitzt. Naja, das ist Cap, oder? Man wird auch teilweise mit weniger Rillis. Grad ist so Netherite Beacon-Stream und jede Stunde kam so 1,8% dazu, ja. Naja. Naja. Das ist das, Alter. Aber ich sag jetzt mal auf ernsthaft, Vylord wird auf jeden Fall mir helfen können. Also Vylord ist echt stark. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Erklär mal ganz gut. Ich level einfach so gegen Trainer, die hier noch so übrig sind vom Anfang. Okay. Und hol zeitgleich auch ne Menge Geld. Irel? Äh, hier im Spiel, ich meine jetzt mit den ganzen Trainerkämpfen. Digga, das ist auch ne Trainerin. Oh mein Gott, hier ist alles Trainer. Cordula, Junge. Mit Azuril. Ja Leute, würdet ihr sagen, dass wir auch rein theoretisch schon bei der Hälfte des Spiels angekommen sind, weil wir jetzt auch schon zwölf Stunden im Game sind? Boah, zusammengetreten, die scheiß Maus. Boah, Digga. Hatte Marsha irgendwie anders in Erinnerung? Naja. To be honest, sind wir gar nicht so weit entfernt von der Hälfte, würde ich sagen. Boah, boah. Hast du meinen Slider gerade gesehen über den Stuhl? Mega lässig. Oh mein Gott, das ist Geist, right? Ja, naja, 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 naja. Das ist gut gegen den Atzen. Ah, muss Craxper wieder vermöbeln, wenn's... Unlicht. Marsha, 14-Year-Old, Vegan-Natural. Was? Äh... O's and... So, wecken, nass die Scheiß drauf. Fällt's geil, wie ich immer bei den unnötigsten Situationen einen Volltreffer bekomme, aber nie einen Volltreffer, wenn wir mal einen brauchen. Ja, man, zeig's ihn. Ja, verdammte Scheiße. Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in dieser Runde bereits Schaden vom Ziel des Angriffes... ...begrenommen hat. Ähm... Meint es in dieser Runde, in dieser... Also, wenn der Gegner zuerst angreift, sozusagen? Ist das damit gemeint? Weiß grad nicht. Oh, okay. Soll ich Gesichte wegmachen? Ja, ne? Erlaubt es Geisterbohrung normalerweise. Ja, weg. Mach mal. Leute, gibt's hier irgendwo noch in dieser City... Hier gibt's so viele Häuser, da gibt's irgendetwas Brauchbares, das man hier holen könnte. Smet, Bruder, wechsle ich doch erstmal meinen Feuer-Pokémon ein. Aaaaaah! Bestimmt! Hatte ich jemals ein Feuer-Pokémon? Ne, ne? Ich hab seit Anfang an kein einziges Mal ein Feuer-Pokémon gehabt, bro. Ja, also, Tornupto, ja. Also, wir hatten die Option, Tornupto zu fangen, aber... ...was schwierig. Leute, Realtalk, also Datenschutz ist doch jetzt nicht... Also, Datenschutz ist doch jetzt nicht ernsthaft ein Pokémon in irgendeiner... Also, ist doch nicht ansatzweise eine Option, als Pokémon zu benutzen, oder? Heißt du, kriegt der irgendwas dazu an Attacken? Ne, es ist, glaube ich, Realtalk nur ein Gimmick. Es ist halt wirklich kein echtes Pokémon. Ich find, by the way, die City hier echt schön, wirklich. Also, dass man auch hier nach oben gehen kann, hier ist so viel zu erkunden. Das ist echt schön. Ist dies mit dem, was so ein Vierk ist? Ja. Ja, ja. Die ist stark. Okay, also, ich zieh hier gerade langsam die Pokémon hoch von mir, bro. Wuppfuck. Ja, Bruder. Aber gerade fühlt es sich so an, als wären wir noch ganz am Anfang, Alter, sag ich ehrlich. Okay, hier kann man die Pokémon in die Obhut geben, ne? Können die da Babys machen? Ah, da braucht man, glaube ich, zwei von derselben, oder? Damit die so starben machen. Oder Dito, ja. Aber können die auch mit dem Dito dann mäßig machen? Ich hab mir kurz ein Wasser. Oder ist es eine Apfelscholl um diese Uhrzeit? Boah, mal den Gönner. Ah, komm, geh mal in eine Apfelscholl rein. Also, ich hab mir kurz ein paar Mal in die Abfelscholl rein. Ich habe heute früh beim Aufräumen so eine Glasflasche einfach so nach vorne überfallen lassen, dass es so oben auf dem Deckel gelandet ist, auf meine Steinplatten, auf meinen Balkon. Und jetzt habe ich das cool Perk, jedes Mal, wenn ich rausgehe, habe ich so eine 5% Chance, einen Glassplitter zu encountern. Ich komme gerade von der Arbeit im Kino, hier mein Trinkgeld Latten, Sepp. Okay, man, da musst du aufpassen. Und ich habe nicht meine Socken an, Alter, ich gehe aber Barflos raus. Also ist die Flasche kaputt gegangen? Ja, komplett. Okay, warum hast du denn die Dings nicht weggemacht? Habe ich mit dem Staubsauger, aber ich habe vielleicht nicht alle geklappt. Digga, was? Du kannst doch keine Glasstelle mit dem Staubsauger aufsaugen. Warum nicht? Wie sonst? Ja, Staubsauger, der voll kaputt geht. Hä, nein, fuck, wie sonst? Natürlich. Wie soll man die sonst überhandeln? Fuck. Handfeger und Schnippe. Habe ich nicht, hä? Ja, irgendwie aufsammeln. Ja, Bruder, Junge, die sind so ein... Jetzt nicht die großen Brocken, Digga, die habe ich mit der Hand weggenommen. Ich meine, so diese kleinen, you know, diese super kleinen Fupsel halt. Wie soll man die sonst... Demot-Potenzial. Bruder, du sagst einfach wie sonst, als ob es keine andere Option gibt, die Dinger einzusammeln. Staubsauger ist mega OP dafür. Bro, der geht davon wirklich kaputt. Ja, Bruder, dein Dyson 900 Euro. Aber, Bruder, ich habe noch diesen alten Nokia-mäßigen 50-Euro-Staubsauger, Bro. Der aussieht, als käme aus dem Mittelalter, aber der funktioniert auch noch wie im Mittelalter. Verstehst du mich, meiner? Der hat doch damals... Schon die Ritter haben damit gesorgt. Die Ritter haben schon damals... In den Kriegen, die die da früher hatten, da haben die da schon mit gesorgt. Mit Strom? Ja, mit Strom. Aber früher ging der auch mit so Lava und so. Aber haben die dann irgendwann gejagert, halt auf Strom, you know? Bro, Vylaut hat einfach auf Level 20 über 100 KP, ne? Wäre aber nice, wenn ihr das mit dem Overleveln trotzdem nicht zu sehr übertreibt, ist sonst ein bisschen lehm. Ja, versuch mir dann. Oder ist das hier auf Nasslocke? Oh, Mann. Was, hast du XP-Teiler aus? Ich hab XP-Teiler aus. Ich level nur 1 hin. Okay. Ich auch. Nein, also... Leute, ich hätte längst schon Datenschutz jetzt wirklich freigelassen, weil es wird einfach nur EP, wenn gewastet mit EP-Teiler, aber... Das ist halt wie bei Kevin in Impagato, was im Team bei ihm halt wirklich Sinn macht für Wasser. Aber... Ich fahr mal mit dem Atzen hier mal nach unten und guck mich mal ein bisschen umher. Ob ich irgendwas finden kann, wo wir noch nicht gemacht haben. Ja. Aber ich glaube, die einzige Option, die wir gerade haben, ist die Storyline weiterzumachen, indem wir diesen Fight oben auf dem Berg machen. Ja. Das ist das Einzige, was wir gerade machen können. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon leveln und hoffen, dass wir einen easy Fight bekommen, I guess. Ich glaube, das ist die beste Chance, die wir haben. Tja, schon. Das wird ihr letzter Fight sein, Bro. Sag sowas nicht. Ich komme gerade von der Arbeit im Kino. Hier in meinen Trinkgeldplatten, Sepp. Schießt so. Kuss. Vielen Dank, Mann. Schön den Pilz verprügeln. Der Fight ist krass schwer ohne Randomizer. Wenn ihr da Pech habt, ist es over. Ja, aber nur weil das jetzt in der normalen Fight super schwer ist, muss es nicht hier super schwer sein. Also das kann man nicht so sagen. Aber auch der Doppelkampf mit Maike ist ja auch nicht zwangsweise da ultra schwer, weißt du? Sondern war es jetzt einfach nur bei uns. Ey, Maike wirklich, ey, die hat so reingechokt. So, die Trainerkämpfe in der Story gerandomized. Alles. Jeder Trainer hat Random Pokémon. Jedes Pokémon, was spawrt, ist random. Jedes Static Pokémon, was irgendwo rumsteht, ist random. Alles ist random. Das Einzige, was kind of nicht random ist, wenn dann, also ich weiß nicht, an welchem Punkt man in diesem Game hier Groudon und Kyoko trifft, aber wenn wir die anlabern, dann ist es nur ein anderes Legendary. Oh, wait. Holy shit. Hey, was mach ich gerade? Oh mein Gott. Konzentration gerade auf 1%. Oh shit. Ey, Basti, jetzt ist gerade wirklich, also, ich habe Angst, dass ich einen taktischen Fehler mache gleich. Ich bin jetzt gerade nur in Gebieten gegen Pokémon, bei denen ich weiß, dass hier nichts passieren kann. Also ich wanted, guck mal, das ist so gut. Hier sind so Logok und so und ich habe jetzt Vylaut auf dem Level. Er wanted die und das ist halt super gute EP, nur für ihn alleine. Ja, ist geil, aber sowas habe ich nicht. Also ich bräuchte, warte mal, warte mal, wo waren die ganzen Feuer Pokémon? Da müsste ich hingehen, oder? Ja, zum Beispiel. Und dann erledige ich einfach Kokoro. Genau hier, wo ich bin. Da waren bei dir die ganzen Feuer Pokémon. Mhm. Mach ich. Okay, ich habe Marsha auf jeden Fall schon mal Level 20 und Kokoro Level 17. Also ich denke, wenn wir so, die alle so 25 haben, dann sollten wir good to go sein. Oh nein. Na komm, lass dich mal schön sechs Pokémon haben, aber das ist eh beim Dings, Bro. Hunde-Booster, Junge. Eigentlich würde ich gerne Krokoboss einwechseln, aber das ist ein bisschen zu risky. Wir gehen mal auf Tarn-Heli. Wenn du in den Hausraum ein Pokémon prüften kannst, ist es möglich, denke ich mal, ein Pokémon-Eye zu bekommen. Äh, aber ich glaube noch nicht jetzt. Bro, Hundemon. Das kam noch nicht einmal. Dann ist es wohl... Hä, wieso kommt das jetzt erst? Loll. Guck mal, wir machen gerade die ähnlichen... Ja. Cool. Abgedollt. Ganz schön, abgedollt im Moment. Ich leute mir komplett einen weg gerade. Ich habe Barty jetzt schon zehn Level hochgeballert, ne? Geil. Okay, ich habe auf jeden Fall gut Geld gefarmt jetzt. Ja, dann gehe ich wieder zurück. Aber ich habe ein bisschen Kohle mitgenommen. Boss. Krass, Mann. Gerade läuft es echt nicht so mega, mega. Doch, jetzt... Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen... Wir nehmen doch jetzt gerade positive Energie mit. Ja, okay, fair. Wir nehmen gerade wieder Fahrt auf. Ja, Bro, Realtalk, wir hätten halt alles verlieren können und hätten jetzt wieder bei Arena 1 sein können. Basti, ich finde, es ist an der Zeit jetzt auch für den Mood Change, dein Bild wieder zu ändern. Bro, was hast du denn die ganze Zeit für ein Bild bei mir drin gehabt? Ein anderes. Willst du meinen Stream gehen? Nee. Ehrlich gesagt nicht. Warte, ich gucke. Bro, was? So stark. Auch mit diesem Licht von dem Bildschirm. Ja, das ist echt gut. Das ist so gut. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich habe gerade perfekt dieses Bild gechanged dazu. Ich streife durch das ganze Land und suche weit und breit. Das Pokémon. Das Pokémon. Um zu verstehen, was mir diese Macht verleiht. Pokémon. Komm, schnapp sie dir. Nur ich und du. Hallo. Das ist so gut. Ich und ich. In allem, was ich auch tu. Pokémon. Pokémon. Mein bester Freund. Gemeinsam retten wir die Welt. Ich glaube, mit Sunpoint haben wir irgendwas abgefuckt. Aber ja. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Nach Vettania City. Auf meiner Reise möchte ich der beste Trainer werden. Die Nummer 1 zu sein, ist mein größter Traum. Wir trainieren weiter, weiter. Noch härter als zuvor. Ich hatte damals diese CD. Ich kann diese CD da auch so nicht. Ich habe diesen Song noch nie gehört, den du gerade siehst. Gib mal bei Spotify. Den gibt es. Gib mal Vettania Wald ein. Ja, Vettania City. Kannst du den Song einfach mal anmachen und ihr hört den zusammen? Welchen Song? Aber ich will doch keinen Song hören. Oh. Weg auf dem Vettania City. Vettania City. Boah, das ist aber ein Hit, Bruder. Boah, ist ehrlich geil. Ist der? Ich möchte hierhin, da wo meine Maus ist, auf meinem Nintendo 3DS. Unten, das untere. Grafiport? Ja. Pokémon. Wenn wir richtig verzeifelt sind, können wir auch immer noch auf ein Shiny gehen. Das hat gerade jemand in den Chat geschrieben. Aber das ist dann wirklich die Überverzweiflung-Strap. Egal, also dann kann ich auch auf mein Diaskelett gehen. Also dann kann ich auch nebenbei nochmal kurz Minecraft aufmachen. Warum läufst du so zick-zack? Warum läufst du so zick-zack? Ja, was GLP-Fan 1 heutzutage macht. Ja, Mann. Arbeiten, Bro. Probably. Scheiße, wo war denn dieser Busch? Weißt du noch, welche Route das war? Ja, du musst in die viereckige Dings und dann nach links, Bro. Welches ist in die viereckige Stadt? Ist die noch weiter nach oben? Noch weiter nach oben, ja genau. So, Simon wird jetzt erstmal hier zusammengeschlagen. Welches Level sind bei dir, Maschalk? 20. Okay. Boah, Schirmenfresse, den scheiß Fisch geboxt. Kevin. Äh, was meinst du? Welches Level ist Jürgen? Also levelst du Jürgen? Oder gibst du es bei Jürgen auf? Äh, nee, Jürgen habe ich vielleicht noch nicht so viel gelevelt. Ich level gerade, ähm, Imperator und Maschalk. Welches Level ist Imperator? Ich glaube, 17. Oh, was ist das? Was ist das? Abschlag? Unlicht, uh. Oh, was jobb ich denn dafür jetzt? Bruder, hilf mal bitte. Geowurf. Geowurf macht mehr Damage, wenn der Gegner höheres Level hat. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Würde ich eher Geowurf wegmachen. Ja, hört sich auch schon, ne? Wegdammit. Ja, ich bin schon die ganze Zeit am Trinken. Ich bin schon schön die Apfelschonne getrunken. Wo alle Leute immer denken, ich trinke Bier. Das ist echt schön die Apfelschonne. Geowurf war früher im Anime cool. Der ist ja bis nach oben zum Mond geflogen. Oder waren wir hier überhaupt schon? Auf dieser Route? Ja, das ist auf der Route waren wir von der anderen Seite. Ah, okay. Das war, ähm, als wir direkt am Anfang nach oben gegangen sind. Das war unser zweiter Encounter oder so. Dritter. Das ist dieselbe Route. Cool, immer wieder ein Feuer-Pokémon. Mega fresh. Wie cool, dass ich es nicht fangen kann. Wie viel zu Run ist das? Es ist immer noch der erste Run tatsächlich. Aber wir befinden uns gerade in der Situation, wo wir, sag ich mal, eine Notfalllösung machen mussten. Weil wir alle Ruhmung verloren haben. Wir kennen diesen einzig wahren Gaming-Song. So aber nun, mein Harz Alive ruft wieder. V. Oh mein. Boah. Pipi ist tot. Spürst du den Boden beben? Nee, alles gut. Burn. Siehst du den Rauch am Horizont? Alles gut. Kannst du die Trommeln hören? Tausende müssen sein. Das war getan, ja. Dort stehen sie in Reih und Glied, atmen den Hauch des Todes. Hass erfüllt und voller Wut wollen sie nur eins, Allianzenblut. Die Horde rennt, sie macht alles nieder. Die Horde rennt, nichts kann ihr widerstehen. Die Horde rennt, sie singt ihre Lieder. Die Horde rennt und alles hinter ihr brennt. Ist ein Bagger. Sword of Aero Classic. Irgendwie war so Gaming-Musik früher cool und heute nicht mehr. I don't know, was es ist. Bisschen schade auch, aber wirklich. Ich hab echt auch Angst, Mann, vor diesem Bosskampf da oben, ne? Ja, ich auch. Wir facen gleich den wahrscheinlich krassesten Fight bis jetzt überhaupt. Oder den wichtigsten. Also der nächste Fight-Chat entscheidet, ob es weitergeht oder nicht. Wirklich. Das kann uns komplett zerreißen. Wenn wir da unlucky Gegner haben. Oder vielleicht die irgendwie einen Crit treffen oder so. Vorbei. Ja, Mann. Boah, ich glaube, ich level hier. Das ist mega nice. Die sind zwar nur Level 11, aber ich kann die mal so richtig schön verprügeln hier. Ja, Mann, verprügeln sie. Die Pokémon dürfen aktuell auf Level 28 sein. Ich hab aber einen Level 30, aber wir haben gesagt, das ist okay. Aber 94 XP ist jetzt nicht so mega, mega nice. Bin so betrunken und war noch nie so froh darüber, dass du live bist, nachdem ein Kollege von mir meine Kloschüssel vorgebrochen hat. Also wenn Jurope auf Level 33 für den Bosskampf zu entwickeln, wäre jetzt nicht mehr so drin, ja? Wenn man so krass am Kotzen ist, dass man nicht mal kotzen, sondern brechen sagt, ist das echt ekelhaft, Digga. Wirklich vollgebrochen ist so ein nasty Wort. Zack und tschüss. Reitschus tot. Boah, 400 XP-Punkte, easy. 12 Stunden Pokémon Shizo. Ich höre Stimmen. Ah, aha. Ah. Same. Same, same. Digga, ich guck die ganze Stunde so nach da rechts und ich könnte schwören, da stand manchmal einer. Aber da stand keiner. Das ist nur so eine Spiegelung. Ey, ich will Pipi nach vorne haben, damit es EP bekommt. Ich level ohne EP-Teiler damit. Ja. Wenn er nicht overlevelt werden und vor allem auch nicht. Du willst einfach Datenschutz sein, hat nicht können. Bro, Datenschutz ist... Sag's, wie es ist, Digga. Du gönnst Datenschutz sein, hat nicht. Digga, wer ist denn er? War Mauzi. Ja, wie er da steht. Wie so an der Bushaltestelle hingestellt und nicht abgeholt. Ja, komm, töte mal Pipi. Ja, mach mal Pipi jetzt dauernd ein bisschen, ne? Digga! Ich find's megawitzig, wenn Pipi jetzt sterben würde. Dann wär Jürgen auch tot. Ja, Jürgen mit dir wird schon richtig wehtun. Mann, Junge. Ich sag's, wie es ist, ich werd die Top 4 finischen mit Jürgen. Ich werd die mitnehmen. Ja, das ist ein Scheiß. Only Jürgen. Meinte, Jürgen Level 100 könnte die Top 4 solonen, als die normale Top 4 wär. Kann Basti bitte nur wieder, ich möchte Pipi nach vorne haben, sagen. Ich glaube, dass Small End mal mit nem Raupi Level 100 alles gut gespielt wird. Äh, weiß ich nicht. Ich werd's immer auf jeden Fall nicht weitergeben. Bobo, danke für die 3 Euro. Okay, wie viel gibt's denn so'n Glutex? Gibt das einigermaßen XP? Ja. Gibt viel. Also so 200 oder sowas? Ja, perfekt. Okay, dann sollte ich jetzt demnächst... Ich sollte relativ gut vorankommen jetzt. Ich, äh, mach Krokoboss, mach ich auf Level... 23 oder sowas. Okay. Ja, also Pipi krieg ich jetzt grad nicht so geil hochgelevelt. Weiß gar nicht warum. Weil es tricky ist, damit zu fighten. Ich hab grad nicht so die geilen Encounter, die viel EP-Würger. Wie wollt ihr die Jellis schaffen, wenn ihr nur 3 Orden habt? Hahaha. Hey, no joke, wenn wir mal irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir relativ crazy OP-Pokémon haben, könnten wir alles durchrushen. Aber da müssen wir halt hinkommen. Ja, aber nicht mal dann kannst du unbedingt so krass durchrushen, weil du musst trotzdem halt so vieles beachten und aufpassen. Ja, true. Krass fände ich, wenn wir den Run nicht blowen, es trotzdem in 24 Stunden nicht schaffen und dann den Spielstand weiter fortsetzen müssten in einem 12-Stunden-Stream. Das wär crazy. Wär cool. Ich sag dir auch ehrlich, also der Run hat einfach auch History mittlerweile. Macht nächstes Mal unbedingt mit Sonderbonbons, Bro, spart euch viel Grinding. Ja, aber das ist das, was ihr, glaub ich, nicht versteht. Es fühlt sich viel geiler an, dann die Challenge zu schaffen. Klar ist es gerade nervig, dass wir gerade nicht vorankommen und dass wir am Grinden sind. Aber, Junge, wie viel geiler ist es denn am Ende des Tages, es dann zu schaffen? So geil. Diese ganze Painful-Grind-Sachen, die machen dann das Erfolgserlebnis viel größer. Haha, bin so besoffen. Keine Ahnung, warum ich der schicke. Haha, minus drei. Alright, danke, Bro. Ich glaube, Pipi ist tot. Kuss, 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 kuss. Ihr solltet dich drunken, das ist nicht so smart, I guess. Ey, bitte nicht, Bruder. Ich kann nicht fliehen und das Pokémon nicht wechseln. Fang es. Darf ich nicht. Ich habe keine Attacke, die Damage macht. Außer Verwirrung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich meine es nur Jürgen. Wieso ist Jürgen überhaupt noch am Start, oder ist das nicht mehr unser Jürgen? Ich glaube, das ist unser Jürgen. Der Jürgen vom Anfang. Wir haben ihn mitgenommen, einfach weil, damit wir irgendwie mitnehmen. Wir mussten irgendwen mitnehmen und er hat sich irgendwie angeboten. Aber ich sage ehrlich, Basti, also es wäre jetzt nicht der Überbruch, wenn der jetzt... Schwer Alkohol trinkt wird, Schwer Alkohol trinkt wird, Jim. Ja, ich weiß, Bro, aber das Problem ist... Schleckt ein wie die 3 Euro, Bro. Ihr seid nicht zu viel Geld in der Aten, Freunde. Ich, ähm... You know? Ich komme so über die Runden auf. Warum hast du mich vorhin umgebracht? Du sagst, bin jetzt hier oben am Saufen mit den anderen verreckten Viechern. Und was macht es dann? Klumanda, danke für die 3 Euro. Keine Ahnung. Basti, wie läuft es da drüben? Scheiße. Meine einzige Attacke, mit der ich damage machen kann, ist verwirren. Die Horde Ramp, hast du noch gekannt? Dann nochmal ein wenig zurück in der Zeit. Einer der besten Gaming-Ost-Tracks auf Oldtime. Wer den kennt, ist wirklich alt. Ich werde nicht so viele Tracks abchecken, aber ich gucke mal kurz an, welches das ist. Genau. Es wird Zeit, den Jürgen zu würgen. Bitte. Oh, Bro. Bro, ich bin 26, was vermutlich alt ist. Aber ich bin auch nicht 105, Digga. Keine Ahnung, ich habe nicht Command & Conquer gespielt. Bro, da war ich noch bei meinem Vater im Sack. Keine Ahnung. Digga, noch nie gehört. I don't know. Oh, das ist over, ne? Pipi stirbt, glaube ich. Was, bist du noch da? Ja. Wie bleibt es da drüben? Das sind nicht die Worte, die ich hören wollte, um ehrlich zu sein. Ihr könnt auch Tränke verwenden, oder? Nein. Tränke sind verboten, außer der Gegner benutzt auch eine. Zugabe ist das, Tom. Ich wollte Zugabe auf Finte haben. Ja, tot. Pipi ist tot. Oh mein Gott. Rest in Peace. Rest in Peace. Es geht ein weiterer. Gegen ein Knack-Leon, Level 9. Gegen ein Knack-Leon, Level 9. Er war es, Sam, Horei, Horei, Horei. Digga. Jürgen, Bruder. Jürgen, er hat so gut, er hat so gut durchgehalten. Digga. Er hat aber nochmal, er hat nochmal seine zweite Chance gehabt. Er war nochmal Teil des Teams. Du kannst auf neuen Routen viel besser leveln, Kevin. An alle Frauen, gute Nacht und freuen, was es ist. An die Männer, lauf. Er kommt die nächsten fünf Minuten. Seit deiner Geburt verfolgt er dich wie ein Meteor, der seit Jahren auf die Erde zu rast. Jetzt ist es soweit. Ja gut, dann krieg ich mich jetzt auch bei, Lord, Bro. Das heißt, dass ich, dass wir den... Ich hab halt drei Pokémon-Leon-Leon. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich schon drin hab. Wahrscheinlich drei bis sieben Boxer kommen da auf. Ja, guck dir mal das Squad da rechts an. Jürgen, Digga. Glumander-Seuf hat wie ein Loch. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich schon drin hab. Wahrscheinlich drei bis sieben Boxer kommen da auf. Digga, ey. Oh Mann, Mann. Das ist scheiße. Was denn? Ich meine, die Leute donaten unter den Namen von den Pokémon, die sterben, dass die im Himmel alle zusammen saufen. Wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von unserem geliebten Jürgen. Er war zu Warn der Krasseste, aber Basti hat ihn vor den Boss geworfen, weil er nicht auswechseln wollte. Versuchen wir den Berg, dem Fässer wird es nicht. Ja, Bro, wir müssen schon noch leveln. Real Rap. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch weiter leveln. Chat. Er, Basti oder Kevin Smash. Bevorzuge wirklich einen virtuellen Charakter. Bro, nehme ich Don von Knackleon nicht mit, Bro. Ich will die jetzt eigentlich nicht weiter leveln. Wenn ich jetzt anfange, Level 8er anzufangen, noch zu hoch zu leveln, ich glaube, dann... Dann ist vorbei, Alter. Dann ist vorbei. Meinst du, wir werden in diesem 24-Stunden-Stream nochmal ein Spielschirm von ganz vorne anfangen müssen? Leicht, ja. Es sieht ja aktuell nicht so gut aus. Also, ja, was heißt, es sieht nicht so gut aus? Wir müssen einfach auf Glück hoffen. Es sieht nicht so gut aus, das kann man schon so sagen. Mann, mein Satz war noch nicht fertig, Junge. Dass wir, wenn wir, glaube ich, oben den Berg schaffen und die nächsten Encounters damit freigestellt bekommen, ich glaube, dass es dann läuft. Ja. Ich glaube, dann sind wir weg. Wir müssen nur diesen Berg schaffen. Oh, Tonopter hätte ich so gerne gehabt, man. Schon mal überlegt sich, den Lustschlauch mit Pokus Milch zu barrieren und ihn durchzuprobieren. Ja, ich hätte dir hier alles gefangen, aber das haben wir leider nie. Noch nie gemacht. Das war das große Problem. Wie lange wollen wir leveln ungefähr, was denkst du? Bro, am allerliebsten, ich würde auf Level 33 gehen, weil dann wären beide auch eine krasse Attacke. Boah, 33, Digga. Über drei. Das ist dann fünf Level overleveled. Hallo, ich bin's nochmal. Hab gerade meinen Hunger und nochmal umdrehen, diesen Nachricht zu senden. Hab gerade Jürgen hier oben getroffen, sind jetzt am Bechern, freue mich schon auf die nächsten Boxer. Da werden so schnell keine mehr hochkommen, Bro. Man, Jürgen würde sich auf 33 weiterentwickeln, aber du hast da keinen Bock drauf, ne? Der würgente Jürgen musste sich den Jürgen würgen. Lule derinde in der Inderen. Derin 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 Jürgen würgen, Jürgen würgen, Lule rest and peace and kisses from. Mein Willbo. Ich weiß, ja. Ajo, Jürgen, wo halt ich? Celebi-X den ganzen Obst war alleine, schnell BWO, sonst isst er alle. Was machen Maronen-Bären, Leute? Digga, ist das scheiße. Aufwecken. Oh mein Gott, wie gut. Was ne kranke Kombo. Kevin, es gibt ne Beere, die dein Pokémon direkt aufweckt und ich hab jetzt Erholung. Und das in Kombination ist ja unfassbar gut. Ah. Ah, okay, weil er quasi einschläft, sich erholt, aber dann insta wieder aufwacht. Ja. Boah. Aber ist halt One-Time-Use, ja, aber. Ja, aber für den nächsten Fight auf jeden Fall reinmachen. Ja. Die letzten 1,5 Stunden waren nur noch Level, naja, was sollen wir denn machen? Ey, gehört dazu. Ja? Gehört dazu, ist Teil der Challenge. Ich meine, okay, ich möchte nochmal kurz dran erinnern, wir könnten auch 23 Stunden lang den Nether nach Netherite absuchen. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, Freunde. Also wir können auch das Alternativ machen. Da ist mir letztendlich dann aber doch noch ein Stück angenehmer. Das war cool und es hat sehr viel Spaß gemacht. Joa. Und so viel hast du ja jetzt auch nicht geleistet bei dem Stream. Woa, 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 woa. Ja, bro, da muss ich jetzt nochmal. Woa, 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 woa. Jetzt versöhn dich, Digga, chill mal. Also ich finde gerade diese krasse Einschränkung, wie du ja auch schon gesagt hast. Ich bin ja auch ein Riesen, ich bin ein Riesenfan von so Riesen-Grind-Aktionen. Ja. Und jetzt in so einer Zwickmühle zu sein, macht das gerade so interessant, weil du sonst in Pokémon nicht in so einer Zwickmühle bist. Und das kriegst du nur hin mit so einer extremen Einschränkung. Auf jeden Fall. So wie Künstler sich früher selber beschränkt haben, damit sie kreativer sind. Ja. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich hab's einfach mal... Ich will kurz beobachten. Äh. Boss. Ja, danke dir für die Gefühle. Danke für die zwei. Ja, wir können mal... Meine Schwanzflamme ist gerade explodiert und riesig geworden, weil Jürgen mir eine Flasche Whisky über dem Kopf gezogen hat. Ich hab keinen Bock mehr auf den, der geht mir nur auf den Sack. Hoffe, bald kommt ein neuer Knabe, um zu saufen. Punkt 12 Shots in. Okay, geil. Krokobos hat einen Eisattack. Mach ich das gegen Kratzer? Wir sind gerade alle weggestorben. Äh, ja. Ja, dein Moveset wird auch ein bisschen durch Zertrümmerer zerstört, wie bei meinem Bylord auch. Ähm. Du kannst die Attacke Wassersäulen in Malvenfro City bei einer Frau am Fahrradladen lernen. Macht 80 Base Damage. Vorher hat jemand so gezeigt, dass er mitzockt mit uns. Und er hat gerade donatet. Hier ist der Guy mit den sechs Orden. Wir sind gerade alle weggestorben. Ich geh pennen, Digga. Ist aber sechs Orden gestorben. Ich hör richtig raus, wie ein Mad-Held. Kannst du mir richtig vorstellen. Oh, man, ey. Oh, shit. Kerlisch. Ich war neulich schon bei der Arbeit. Ich hab vorhin nur in den anderen Streamen gesehen, wie sei gefühlt nicht wirklich weit gekommen, was ist passiert. Ich möchte nicht drüber reden. Wir sind viele Pokémon gestorben. Bastis Facescan ist doch eigentlich eher diese hier. Es ist nicht fast gut, wenn ihr Impagat on den Köln im Konto opfert, wenn ihr beide die Chance habt, was gut habt. Deswegen kommen wir gerade nicht voran, aber egal. Ja, eigentlich schon. Kennt jemand eine Seite, bei der man sich AI-Porn reinziehen kann? Okay. Aber ich gönne meinen Bro. Und hätte jemand einen Basti-Skin... Okay. Du kannst die Attacke Wasser-Säulen in Malven-Frost-City bei einer Frau im Fahrrad landen lernen. Macht 80 Base-Damage. Okay, das hole ich. Basti, wir können uns ne Wasser-Attacke holen. In Malven-Frost-City bei einer Frau im Fahrrad landen lernen. Oder am Fahrrad landen lernen. So ein Spaß dieser kleine Kaffee denkt er wäre cool. Aber so peinlich hoffen, er säuft sich schnell einen über den Deoxys. Welche Attacke? Äh, Wasser-Säulen. Die macht 80 Base-Damage. Hört sich ziemlich nice an. Ja. Ja, ja, ja. Ach, hier ist ein Deoxys. Cool. Das kommt so selten hier, ne? Das ist das vorhin als ersten Encounter, das ist auch so krass. Wow, sieht Basti's Gesicht aus wie Amazon-Karton. Oh, Mann, ey. Blumander Dorent, für das ich dir die Flasche übern Kopf gezogen hab, war ja wohl das Mindeste. Chillen die gerade in deinem Raum? Ja, Basti's nebenan gerade im Wohnzimmer. Ja. Kannst du mir mal ein Bier rumbringen? Ja. Danke, Mann. Wie findest du mein Outfit? Warum hast du keine Hose an dort? Ich wollte dir zeigen, ich kann da einen Doppelknoten reinmachen. Dicke, auch noch einen Doppelknoten. Nicht mal einen normalen Uhr. Einfach einen Doppelten, Junge. Meinst du, es gibt jemanden, der in seinen Penis einen Doppelknoten kann? Mann, Bro, nein, wir reden darüber nicht. Es muss doch jemanden geben, der das kann, oder? Ja, die drei Uhr-Geschwäche. Ey, aber der Penis wird schon dreckig, auch wenn man keinen Sex hat, oder? Oder wie würdest du sagen? Es ist so. Fick, Bro, ey. Ich hab da was gehört, ich hab ein Gerücht gehört. Leute, Leute, ich hab was gehört. Man soll sich ja schon den Penis waschen. Ey, wenn ich nicht wüsste, wie Hugo privat ist, würde ich callen, er faked das. Aber es ist einfach die Wahrheit. Er ist halt auch einfach so, wenn wir nicht streamen. Ja, aber ich überrasche, also nach diesen ganzen Dings. Oh mein Gott, das ist die sechs Pokémon. Was denn, was denn? Du wärst was. Nein, nein. Alles gut, alles gut. Ich hab alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Die hat sechs Pokémon, Bro. Die hat mich vorhin fast komplett gerackt. Okay, guter Luck. Welches Level sind die? Die sind jetzt halt, also ich musste die vorhin halt auf dem Level machen. Du hast jetzt zehn Level drüber. Das solltest du packen. Digga, Letar King. Guck ihn dir mal an. Digga, der ist am chillen. Certified am chillen. Ich hab auch keine AP mehr und so. Ich bin richtig am Limit. Na, ich nase. Ja, faulenst. Ich bin am chillen, yo. Okay, erste Pokémon ohne Damage und das war schon stark. Kaufe deinen Eichel-Cheese für einen Fünfer. Könnte ja mal was wert sein. Wäre jetzt cool, wenn jetzt die Typen geil sind. Käsetester24. Wahnsinn, ich tschuldige den Namen. Biggie Ice. Vertrauen mir, Bruder. Wassersäulen. Ich weiß nicht, ob es Cap ist. Wollt ihr mal gucken, Basti? Kieran, ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal hier um meine Probleme kümmern. Ich hätte jetzt nicht so Bock auf den, you know, auf den Reset. Sie hat auch ein legendäres, by the way. Oh mein Gott, no way. Dürfte ich ein LX-T benutzen? Nein. Warum nicht? Ist er entlangt, oder? Ist er okay? Ist er okay? Ist er okay? Oh, weiß ich nicht, Bro. Damage geht voll, ja, for real. Ey, also hier ist keine Frau, die irgendwie Wassersäulen hat. Ich glaube, ich wurde hart verarscht einfach. All right, es geht in den Spann weiter. Ich bin gerade von der Toilette im Himmelklub aufgewacht. So ein komischer Vogel hat die Gemeinheit getrunnet. Wie beide Gegner kümmern würden. Hopp. Links unten. Doch oben. Wann kommt Eichelkäse 11-Baschizo? Digga, oh mein. Was los? Was los? Was los? Alles gut, alles gut. Ich habe drei. Ich hätte vielleicht gegen Hornlio eventuell Erholung einsetzen sollen, weil dann hätte ich einfach in Ruhe tanken können. Moin Glumanda. Ist es im Himmel schön? Ich glaube, man hat hier alle Arzt ab. Vielleicht finde ich irgendwas böses. Jürgen ist ein bisschen komisch. Aber mach dir nichts draus. Wenn der Typ weiter so spielt, komme ich gleich zu dir und wir können saufen weit weit. Gönn dir mein Kleingeld geiler Stream. Ich gehe jetzt schlafen. Danke. Bitte jetzt nichts. Manky. Ich labere gerade die ganze Stadt an, Basti. Ich bin so verzweifelt. Ja, danke für den Reser-Brow 4. Nur Danny, Mad Monkey und Captain Newman. Danke für den Habs Kuss. Nein. Nein. Was ist heute das True? Ich habe es dann gegoogelt. Aber wo? Nein. Oh mein Gott, danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, hat Geowurf nicht was mit dem Gewicht zu tun? Ja. Je... Nee, mit dem Level. Je höher das Level, desto mehr Damage. Drei Uhr nachts Pokémon. Doppelt so viele Viewer wie Zelda am Release, ey. Digga, es ist einfach nur dreist. Danke, Impelgeta. Freue mich schon auf dich. Der Kackvogel wurde gerade von den Shenaira kranken Schwestern abgeholt und ist auf der Intensiv. Okay, aber Erholung ist so krass bei diesem, äh, bei Vylaut, ne? Digga, wirklich. Die Zelda-C. Bro, Zelda war so good content, no joke. Die Leute haben es so gemisst, einfach. Die wissen gar nicht. Die Zelda-C, Digga, ist das so lustig. Zelda-C, Bro. Ey, Kevin, Vylaut hat das hier gesolot, ne? Geil. Also hast du es? Ich hoffe. Geil, Bruder. Das sind endlich mal gute Nachrichten. Nachdem wir im Roundabout drei Stunden am laufenden Wandel nur schlechte Nachrichten hatten. Und bringt die Jörg Gussi mit. Und saftig EP, that's true. Vylaut ist insane. Vylaut ist echt MVP gerade im Team. Ja, der ist auch mega tanky, ne? Ja, auf jeden. Lake. Vylaut, guck mal, darf man fangen? Immer nur das erste Pro-Route. Und deswegen habe ich hier für uns aufgeschrieben, wo Basti und ich gefangen haben. Und wir dürfen auch immer nur zusammen an denselben Stellen fangen. Es sind alle Regeln verlinkt auch oben und auch als Text, wenn ihr nachlesen wollt. Ey, mein Koko-Arts ist Level 22. Wie sieht es bei dir aus, Basti? Also ich wäre langsam ready für oben. Eins ist 29. Also wegen mir, glaube ich, könnten wir es machen. Also ich würde vielleicht noch Level 24 machen oder so. Aber dann können wir, glaube ich. Ja. Warte mal, Leute, ist das eine geile Kombo, dass man Erstauner macht? Dass du deine Frise-Film-Stream angepasst hast. Oh, Sana. Bloß in kurz. Kommt wild. Und danach Lake. Ich habe alle schon gehört. Ich bin auch anscheinend, sehe ich aus wie, äh... Anscheinend sehe ich aus wie Dings. Wie Torboga. Hammer. Hammer. Ich glaube, es ist gerade wirkt, man wurde geblowt. Na, fortzunehmen. Ich meine, was kann denn schon? Ich glaube, ich würde Aquare-Welle lassen bringen. Ähm, RAP und Pogo. Chat, könnt ihr aufhören zu den Aten, dass irgendwie ein paar Gata und Glomander sich gegenseitig den Schwanz abmelden? Das wäre auch so. Ist eine Haar-Maschine. Ihr packt den Rang. So, alles. Kuss, kuss, kuss. Ich gebe mein Bestes hier. Wir geben Vollgas. Für den Good Content. Es ist 3 Uhr nachts. Für dich zertschwummer? Nee, es geht nicht, oder? Weil es voll... Ah, kann wieder her. Ah, ich habe sie by the way down. Hallo? Hürt man nie? Hallo? Hammer, ich glaube, man hört mich nicht. Mach dir das mal. Oh, girl. Doch. Ich bin der Wichsvogel, der auf den Intens liegt. Die Scheißer hier haben mir den Stream angemacht. Dachte Glomander ist verloren gegangen. Weiß, dass der Voxer sich verschwört. Gegen mich raute Glomandossi. Schau bitte. Ich habe leider nicht die Beere zum Schlafen. Wie viel willst du noch machen, Kevin? Wegen mir können wir weitermachen. Ich glaube, wir packen es. 23 reicht dir. Ich glaube, ja. Wie viel sind deine? 29. Wo hast du so viel gelevelt, dass die 29 sind? Zeig mal deine... Mach mal Pokémon auf. Also, ich habe aktuell den Level 23er, 30er, 28er und 21er. Was wäre deine gewünschte Zahl an Zuschauer? 29, 31, 30. Was? Wie viel hast du? 29, 31, 30. Ich habe nur drei. Ja. Aber warum bült er eins? Oh. Yeah. Oh. Warum levelst du Datenschutz nicht? Der Arme. Weil es halt wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Nichts gegen deine Community, aber was wäre dir lieber mehr oder weniger? Der Zuschauer. Immer mehr. Mehr ist mehr. Ich meine, es ist Teil des Hobbys, dass mehr mehr ist, you know? The channel to grow is cool. Aber kommt halt drauf an, I don't know. Geht es nur um die Zahl oder würde sich dann auch crazy viel verändern? Ich weiß nicht. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob ich wirklich super gerne Platz 1... Platz 1 auf Twitch wäre. Ich finde den Platz... Ja komm. Weiß ich nicht. 2 bis 8. Je nachdem, wie es gerade ist so. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber 1 feiere ich nicht so. 1 finde ich so semi-crazy. In der S ist 3 Uhr morgens. Hi! Freunde. Rest in peace, Jürgen. Du warst ein super Krieger. Du warst ein geiler Krieger, Jürgen. Wir werden dich vermissen. Du bist der Beste. Mach's gut, ciao. Arbeit. Jürgen ist weg, Basti. Soll wir jetzt mit Jürgen eine andere Sprüche hier reinmachen, oder? Nein, Bro, hör mal, 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 hör mal. Verabschiede dich schon mal von deinen Atzen. Nein, 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 nein. Basti, sie wird nicht sterben, meinst sie wird nicht sterben. Wir überleben es jetzt. Okay, ich gehe schon mal in die Richtung und dann da... Oxa, komm, da rufen. Ja. Mach' ich auch gerade. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg, Chad, zu dem wahrscheinlich wichtigsten Fight in dem kompletten Run. Der nächste Fight entscheidet, ob wir den Run fortsetzen oder ob wir neu starten müssen gleich. Also, ich will jetzt nicht die Spannung rausnehmen, aber an sich ist jeder nächste Kampf entscheidend dafür. Jeder nächste Kampf kann es scheitern lassen, oder? Ja. Ey, Bruder, hier war noch eine Herzschuppe drin. Ich weiß nicht, ob du noch eine brauchst. Ähm, die sind halt immer wieder random. Das ist aber gut. Der Zell ist ja dein für den Zappen. Digga, immer eher, no joke, aus immer hier unter dem Stein. Der Chiller. Ja, die siebte Arena ist ein Doppelkampf und Doppelkämpfe sind insane, weil in Doppelkämpfen können unsere Pokémon halt viel, viel leichter sterben, Kevin, ne? Ja. Ey, warte mal, hier waren wir noch nicht, Basti, oder? Ah, können wir auch nicht rein. Oh mein Gott. Ich muss nach unten nach links, wenn du... Okay, hier ist Lomanda wieder, keine Ehrennung wo ich bin, aber ich hab grad gesehen, Basti's Team will uns Florum, aber wir werden bereit sein. Ich liebe Alkohol. Jungs. Bitte nicht. Oh ja, ich soll nie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird nichts mehr sagt. Warte mal, hab ich meine Pokémon nicht voll geil? Ja. Okay, mir ist langsam zu kalt, ich mach die Fenster zu. Aus dem Join hier ran schon wieder irgendwelche Marienkäfer. Ich glaub, wir haben irgend so einen Marienkäfer in das Tier. Wasti, hier fliegen die ganzen bei mir irgendwelche Marienkäfer rein seit Wochen. Der macht ein Fenster mal zu. Teilweise ganze Familie hier drin. Ja. Weil du Lichter hast und Fenster offen. Ja, aber warum nerven die denn? Ja, die kommen mal in die Zelle. Ich sperr die ein. Ich guck die Kops. Ich glaub nicht, dass es so viel bringen wird. Ja, die Trash-Pokémon zum Opfer nutzen. Ich weiß, aber... was, was ihrнь, alles erwähnt! noget geben soll. So, wie? Bei Kevin kommt Jürgen ins Zimmer, ja. Wie viel P bringt der Kollege? Oh, geht. Jetzt geht's ab hier, Digga. Schau mir jetzt die Cornflakes von den Elevator Boys rein. Oh, Bro, deine Mische ist heute aber auch, also was du dir ja heute alles reinballst, ne? Von Sushi zu Müllermilch zu Cornflakes. Bro, deinen Magen muss ich doch drehen. Bro, willst du jetzt da hingehen? Okay, du süße Maus, kannst du bitte das nächste Mal im Sixpack sein? Ich dachte, du willst noch weiterladen, aber wir können's machen. Du musst dir mir letztens Laser-Cringe-Looker angucken, hab sie derbe abgeschrinkt. Stimmt, oben kann man nicht mehr. Ich würde lieber kurz mit dir ein Cringes Wort austauschen, da wenig Liebe für den Chat gelassen wird. Chat HDL. Bro, ich glaub, eure gereckten Pokémon feuern deinen heftigen Schmelzkäse abstürzt da oben im Himmel. Der wird überall hingeschmiert und abgeschmiert. Auf einem Brötchen, ich meinte nix anderes. Was zum Fick, Leute. Was meinst du, Buddy? Ob ich die Attacke hier lernen möchte? Schon, oder? Ich bin im Pegata. Was geht nochmal bei Glümander ab? Ich bin so besoffen in der LKG. Es ist wie zu spät. Ich verliere die Kontrolle, ja. Aber wir können... Sollen wir's riskieren, Lill, Bro? Ah, ich bin müde, sorry. Sollen wir's riskieren, Lill, Bro? Was? Sollen wir's riskieren? Bro, du hast grad vor einer Minute gesagt, dass es schlauer ist, dass wir jetzt nochmal leveln. Hm. Das klang so, als würdest du jetzt hochgehen wollen. Nö. Also ich wär ready, aber du bist noch nicht ready. Hätte ich jetzt gedacht, dass du im Pegata noch ein bisschen hoch willst, oder? Ja. Im Pegata sollte schon so 25 sein, oder? Ja, würde ich schon sagen, Kevin. Die machen halt hier gerade, wo ich... Die geben gar keine XP, die Kollegen hier. Ja, die sind hier leider alle... Ich finde das lecker. Ich küsse deine Schwester ab. Ich glaube, ich geh noch weiter in Richtung Norden, auf der östlichen Seite in Richtung, äh, zu der anderen Stadt da. Guck nochmal, was da für Encounter kommt. Ich riskier den Trainer hier. Oh Gott, Kevin. KW Sixpick ist ein Club. Komm mal rum. Aber lass Leser-Cringe-Luca zu Hause. HDL. Boah, ich bin eigentlich nicht so viel in Clubs unterwegs. Ich bin mehr zu Hause und spiel Videospiele. So, der Kollege hier wird erstmal auseinandergesäbelt. Schön. Wir hatten, der hat ganz schön viele, oder? Hat er drei? Mhm. Zwei weitere noch. Und Glück. Bro, äh, Trackspiel entwickelt sich nächstes Level, ne? Boah, schon. Glaube ja. Bleib bei dem, das ist ein Stein. Ja, okay. Stein und Stahl. Was mach ich jetzt? Pflanzen? Ja. 36 erst, okay. Oh. Sorry. Und zermöbelt diese Sau. Schönen Ikea-Schrank draus gemacht. Auf geht's. Es kracht in Köln und Berlin. Mhm. Auf jeden Fall. Aber nicht schlimm. Wie kriegst du irgendwie hin? Einmal lieb. Das kracht am Montag auch in Hamburg. Was ist in Hamburg? Dieser Crack-Eckskuchen kommt hier auch bald hin, freudig schon auf das Saufgelage-komisches Pflanzenfee. Ah, ah. Trackspie überlebt. Ja, ich weiß genau, den Trainer. Hab ich geschafft, Basti? Ähm. Ey, zum Heilen müssen wir all the way zurück, oder? Ja, oder wenn man durch die Höhle, dann kommt da rechts dieses Haus bei der Oma, weißt du? Hier? Ja, und dann irgendwann rechts, also meine ich, dass dann halt das Haus von dieser Oma dann kam. War das hier? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich versuche mal, zu der Oma zu kommen. Oh, Mann. Rest in peace, Alter. Oh, hätten wir uns ein Fossil holen können? Wo kann man? Der meint auf dieser einen Route, aber ich weiß nicht, ob welche das war. Nee, noch nicht. Erst in der Wüste. Ja, okay. Ja, in der Wüste, Drew. Ja. Glaub ich auch. Nehmt eure Trash-Pokemon mit, damit ihr Puffer habt im Kampf. Hm, ja. Ja, ich sollte mir vielleicht wirklich zwei noch holen. Falls wir auswechseln müssen, dann können wir die... Ja, wir können die nur benutzen, wenn wir Tränke brauchen, oder? Ansonsten ist das ja mega useless. Ja, eigentlich... Eigentlich schon. Alright, Bro, ich wäre, glaube ich, ready. Krass, die ist ready. Ja, ich vielleicht auch gleich. Gott. Mhm. Geil. Dreschpflege, was ist das? Riecht mehr Schaden an, wenn eigener KP wenig sind. Nee. Wenn du selber wenig KP hast, dann wirst du... ... eher nicht mehr angreifen, glaube ich. Naja. Okay. Lass uns hoffen, dass wir hier diese Oma jetzt finden. Den haben wir schon gefeiert, ne? Auf 33 darf ich nicht. Das wäre zu viel, meinst du? War hier die Oma? Ja. Äh, ja, 33 ist schon sehr viel. Ey, warte mal, ich muss jetzt irgendwie einen Zerschneider erlernen. Wie mach ich das? Nein, musst du nicht, musst du nicht. Du kannst nach oben laufen. Ja? Okay. Ich muss halt nur diesen Pfeil jetzt hier dodgen. Den würde ich jetzt ungern machen. Hier so einfach? Jo. Wann haben die angefangen? Links oben läuft ein Timer, Bro. Wir haben vor around about 40 Stunden angefangen zu streamen und vor 13 Stunden angefangen mit der Challenge. Also wir sind schon ein Stückchen dabei. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. Ist ja easy. Das Problem ist halt, wir haben jetzt halt vor, oben auf dem Berg die Aktion mit den Bösewichten zu machen. Und ja, unser Team ist ein bisschen ausgedünnt. Ich habe jetzt drei, also die wirklich kämpfen können. Kevin hat vier. Ich bin halt auch reduziert auf zwei Wasser-Pokémon und ein Pflanzen-Pokémon. Also es gibt bestimmte Typen, da kann ich nicht viel machen. Ja, wir müssen jetzt einfach lucky sein, Stückleid auch. Wir müssen jetzt einfach reinlacken, dass wir möglichst nicht so crazy, crazy viele Counter bekommen. Also es ist jetzt einfach mal Pokémon kommen, die uns jetzt nicht komplett das Leben zur Hölle machen. Soll ich eventuell schon losgehen? Boah, schon mal rein in den Fall, meinst du? Ja. Ja, mach. Oder nee, warte noch, warte noch, warte noch. Blöde. Lass zusammen machen. Ich glaube, ich kann auch Eis zahlen machen bei dem. Ja, gute Call. Äh, mein Mann, Latschus. Danke für die Subs. Datenschutz wird sich noch rächen. Ja, tut mir auch ein bisschen leid, der Kollege. Wenn du willst, wir können gerne tauschen. Okay. Okay, Bruder. Ich komme. Jetzt. Wen müssen wir denn überhaupt ansprechen? Wenn wir einfach so viele Kämpfe wie möglich haben, also vermeiden wollen. Feuer-Pokémon. Alright, hier muss man. Okay. Puh. Alright, Kevin. Come on. 3.16 Uhr. Ich bin unterwegs. Weißt du, was das für ein Mental-Boost wird, wenn wir das jetzt hier hinbekommen und dann einfach neue Encounter, neue Pokémon und dann geht es richtig ab? Ja. Boah, das wird so geil. Dann haben wir neue Gebiete halt einfach, ne? Ja, sehr viele neue Gebiete. Oh, das ist aber eine ganz schön schnelle Gondel. Kevin, hör auf. Hör auf. Lass mich an. Ich hör auf zu spielen, wenn du das machst. Wirklich, ich lösche alles. Ich gehe offline, wenn du das machst. Man, Bro, ich habe es nur bei der Gondel gemacht. Nein, fahr nochmal zurück. Fahr nochmal zurück und mach es mit 100%iger geschwindig. Nein, fahr nochmal zurück. Wie er macht. Okay. Fahr nochmal zurück. Kevin, ich sehe das. Das ist ein normales Feed. Ich habe die Gondel einfach ein bisschen schneller geparagt. Kevin, Real Talk, bitte. Hör mal bitte wirklich auf. Soll ich in halber Geschwindigkeit runterfahren? Nein, aber das macht die gesamte Magie vom Run kaputt. Ich bin so besser auf Paragrafenzeichen, Paragrafenzeichen, denn ich kann nicht mehr. Okay, pass auf, bis jetzt zu viel. Jungen, bitte. Ich dachte gerade, ich konnte es gerade nicht mehr hoch machen. Ich war bei 5%. Ich konnte es nicht höher machen. Wer kam, also wer auch irgendwie... Der Run wäre jetzt so abgestürzt. Ich glaube, ich mache mal kurz einen spontanen Saver. Clowns-Nase. So. Nicht, dass uns dieser wundervolle Run verloren geht. Das wäre ja zu schade. Ich dachte, wir müssten hier runter, Bro. Ne, da kannst du nicht runter. Wohin? Nach oben. Links. Hier? Ja. Oh, Rob. Bruder, ich wünsche dir viel Glück. Chad, das hier ist der wichtigste Fight, wie es bis jetzt kam, würde ich sagen. Nein, ist es nicht. Nicht der. Das ist die Vorrüpel. Naja, stimmt. Nicht der, aber das allgemeine Gebiet. Okay, ich muss wieder in den Konzentrationsmodus kommen. Was ist Pupita für ein Type? Gestein. Gestein. Okay, dann mache ich... Flug oder Gestein zurück. Ich glaube, dann greife ich ihn einfach mit Unlicht, oder? Ah, Gestein und Unlicht ist er. Dann greife ich ihn mal mit meiner Käfer-Attacke. Ah, nein, jetzt. Kannst du auf Pflanze einfach. Ja, wäre Pflanze gut? Hier steht, dass Pflanze mega arsch ist. Gegen Gestein? Ah, true. Nee, nicht gegen Gestein. Alter, ich wedel mir jetzt die Bäume. Geil. Boah, bumm. Erst das Daumen an mir. Geil. Same. Okay, nehmen wir. Crackspark kick big. Kekleon, was ist der nochmal? Ist das Pflanze? Ja. Ähm, ich glaube schon, ne? Weiß gerade gar nicht. Ich habe mal wieder mit Drodri Spaß. Normal. Typ normal. Dann switche ich auf Tarn-Heli. Alright. Machen wir den hier. Nice. Big Damage. Big Damage. Nehmen wir. Sehr geil. Sehr geil. Oh mein Gott. Freude, wirklich. Wir brauchen gerade Energy. Ich habe den. Okay, ich habe einen auch. Let's go. Okay, den ersten wichtigen Fight haben wir. Gute Arbeit, Bro. Gute Arbeit. Was machen wir jetzt? All the way zurücklaufen zum Heal? Ja, ne? Ja, müssen wir. Okay, ein bisschen painful, aber... Ist wichtig. Ja, Bro, wir gehen bleiben. Bleibt uns nichts anderes übrig. Also so besonders sind die Kämpfe an sich auch gar nicht. Aber es ist halt wirklich einfach nur ein Special, weil wir jetzt einfach gerade so krass gedrained sind in unserer Anzahl von Pokémon. Ja. Und wir müssen halt auch ein bisschen lacken, dass wir... Also wenn jetzt halt zum Willen genau kommt und wir haben nicht das richtige Pokémon oder so, wäre unlucky. Das wäre nicht gut. Ja, sowas wie vorhin genau ist. Ich weiß nicht, ob ein paar Leute von ohne kommen, aber was ihr da vorne... Äh, Maxpitz, Lou, Pillepalle... Ja, vielleicht sollte ich bei den nächsten Fights EP teilen anmachen. Weil wenn ich eh mit Craigsby fight, dann kann er auch die XP teilen, I guess. Ist es... Meinst du schneller, durch die Feuer-Dings jetzt zu gehen? Oh, ey, mein Mann. Zu der Oma? Ja, ja, das ging überschnell. Ey, Bro, ohne. Was geht, was geht, was geht, was geht. Bruder, ich habe das Gefühl, die Hälfte der Leute, die gerade eingeschauten haben, verstehe kein Wort. Und haben absolut keine Ahnung, was ich hier gerade rede. You know? Ey, viel Liebe in den Chat, die uns für ohne. Herzlich willkommen, Freunde. Wir befinden uns gerade in der Pokémon Hardcore Randomizer Challenge mit Basti zusammen. Äh, es läuft absolut scheiße. Wir haben gerade alle unsere Pokémon verloren, haben jetzt unseren letzten Scheiß zusammengekratzt, den wir hatten und befinden uns jetzt vor den wichtigsten Fights unseres Lebens, weil wir haben nur vier Pokémon. Basti, guck auf mein Screen. Guck auf mein Screen. Oh mein Gott. Ähm, English, please. Äh, nö. What is he talking about? Ähm, wir befinden uns jetzt vor den wichtigsten Fights des kompletten Runs eigentlich, weil wenn wir die nicht schaffen, können wir kein neues Gebiet freischalten, weil wir können immer nur das erste Pokémon fahren in jedem Gebiet, you know? Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir wollen halt gerade in ein neues Gebiet kommen, kommen aber nur in ein neues Gebiet, wenn wir diesen Fight schaffen. Und wir müssen jetzt also ein bisschen reinlacken mit den Gegnern, you know? Das ist so ein bisschen das Ding. Und es ist alles randomized. Alle Pokémon, alle Trainer, alles randomized. Alles randomized. Kevins Team sieht so viel besser aus. Ja, beide sind scheiße. Kevin is about to lose the game. He doesn't have a clue about the next fight, people have tea time. Shut up. Und, äh, unsere Pokémon sind gelinkt. Also, wenn Bastis erstes Pokémon stirbt, also sein Melanida, oder wie das heißt, stirbt mein Gekabor auch. Und so weiter. Also immer eins, der Slot 1 ist mit dem Slot 1. Das war aber knapp mit deinem Trainer da. Connected und so weiter. Chinese, please. Ich kann nicht Chinese. Madrilla Open Case. Okay, und wann macht ihr Kisten auf? Haben wir tatsächlich nicht vor, Tobi. Muss ich dich enttäuschen. Okay, jetzt geht's zurück, mit Bro. Den Weg werden wir noch öfter gehen, den wir gerade gehen, ne? Wir müssen ja noch ein paar Mal rennen jetzt. Kann gut sein. Oh Gott, ich war fast in den Trainerfight rein. Den hattest du schon, Bro. Ja? Ja. Ey, Max. Wie sieht's bei dir vom Möglichkeitslevel aus? Lager für die 5-Star-Gift. Go, 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 go. Ich glaube, ich bin so 7 aus 10 wach. Ich merke, dass ich ein bisschen unkonzentriert bin, aber Energy fürs Stream ist easy. Also das Einzige, was ich merke, ist, dass ich noch schlechter spiele als sonst. Was nicht unbedingt das beste Timing ist, gerade dafür, aber, ja. Lass wirklich langsam spielen, bei den Trainern jetzt oben. Ja, ja. Ey, es ist auch mit den 10-Sutgift-Jungen zur späten Stunde. Viel, viel Liebe, Bruder. Danke für die Support, Jungs. Und Mädels. Ja, ey, wahrscheinlich eher die Jungs. Weil, Real Rap sind wir ehrlich, kein Mädel zieht sich das hier gerade rein. Jetzt sitzt kein Mädel zu Hause und denkt sich so, holy shit, man, in den 24 Stunden Hardcore-Ranamizer-Stream mit Papa, Papa und Bassi, die ziehe ich mir jetzt rein. Ich denke, es sieht aus wie so eine Studentenbude hier bei mir. Rechts auf mir liegt einfach so Sushi, eine leere Schmelzkiesepackung, eine Bananenschale, dann sind hier die Elevator-Korchflakes, die ich aufgegessen habe. Links sind zwei fertig gegessene, Allnigos. Zwei Bubbles. Du bist stolz drauf. Du bist aber stolz drauf. Es ist nur dieses Stream, was soll ich machen? Ich kann es ja nicht wegteleportieren. Dein Zimmer sah auch vorher schon scheiße aus. Nein, nein, ich habe heute aufgeräumt. Ich habe heute aufgeräumt. Ich habe dich doch vorhin versetzt, weil ich noch aufgeräumt habe. Ich habe wirklich einfach aufgeräumt. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe hier im Hintergrund, da so, ich habe hier so einen Handstand gemacht und da sind so, meine ganzen Arzten hier hinten sind alle umgefallen, weil ich da reingeflogen bin. Die habe ich nicht wieder aufgebaut, aber ansonsten habe ich die eigentlich aufgeräumt. Boss, das ist echt gut, Kevin. Okay, Basti, ich bin da. Was ist hier? Ich habe hier Cordula. Warst du hier schon? Einäschern. Nee. Einäschern. Kevin? Ja? Lass uns hoffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Great. Was liegt neben Kevin? Schön. Schön. Wem findest du cooler? Cordula oder bei dir den Typen? Hilfe. Ich halte Pokémon keine 11 Haar mehr aus. Äh, was meinst du? Wem findest du cooler? Cordula oder deinen Typen? Boah, Cordula ist sehr, sehr hot. Alright, Kalle. Kevin, wir drücken. Beide zwei Pokémon. Rein. Alright, good luck, Bruder. Come on. Machbar. Easy, 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 easy. Easy Encounter, easy Encounter. Digga. Digga. Mein Arzt ist irgendwie 70 Zentimeter groß. Trash. Weg damit. Zack, bumm. Äh, Noctusca. Noctusca, ist wer nochmal? Äh, Pflanze Unlicht. Ah, ja. Dann geh ich für... Tarn Heavy, maybe? Nein, Käfer. Vierfachschwäche, Bro. Ah, okay. Bruder, ich vergesse den. Ne, ne, ne. Ne, normal nur, ne. Das ist gegen Unlicht nicht. Käfer ist gegen Unlicht auf jeden Fall effektiv. Doch, doch, doch. Ich glaube, das ist... Ja, dann ist es vierfach, ja. Dann ist es One-Hit. Junge. Okay, nicht One-Hit, aber fast. Boah, der hat mir aber einen Hut und Punch auf den gegeben. Ehrlich. Okay, hat meinen. Geil. Oh, mein Gott. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig. Es geht weiter, der Story. Ich fass es nicht. Oh, mein Gott. Do this, IRL. Ich glaube, das war der letzte Trainer, Kevin. Auf Lob, Bro. Ich hoffe, es war der letzte Trainer, Bro. Bro, das ist der Boss, oder? Kommt danach noch ein weiterer Boss. Bro, geh doch nicht rein. Geh doch nicht rein. Nein, 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 ich geh doch nicht rein. All the way zurück rein, oder? Ich würde sagen, oder? Jetzt kommt der Big Boss erst, okay. Ja, wir müssen heilen. Ich hau mir einfach einen Trank rein, Bruder. Ich habe gar keinen Damage genommen. Ich mache einen Trank und dann... Außerhalb der Fights können wir Tränke benutzen. Bruder, die kosten 200 Dollar. Juckt. Ich benutze den Fight eh nicht. Ich habe es auch. Okay. Dann, Bruder. Ich wünsche dir ein weiteres Mal viel Erfolg. Na, dann geh mal rein, Karin. Boah. Der Kollege hier sieht aber richtig böse aus bei mir. For real? Der hat gar keinen Bock. Oh Gott, bitte, bitte, bitte irgendeinen Müll jetzt. Der darf jetzt kein crazy stuff haben. Drei Pokémon. Boss, Digga, die Brille. Boss. Mach mal Boss Mark. Ey, warte mal. Mark einfach. Holy shit. Bro. Oh, Bro, mein Val ist noch paralysiert. Ja, scheiße. Fuckin Mark. Magnetilo. Digga. Fuckin ohne, Bro. Ich würde gerne von ohne Pixie geholfen, der heißt halt auch Mark. Digga, das Timing ist... Äh, Magnetilo, easy. Okay, warte mal. Elektro, ne? Ist der noch irgendwas anderes? Ey, ne? Stahl. 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 Ich brauche halt ne Bodenattacke. Soll ich mit, äh, mit Marshock rein? Der hat wahrscheinlich Schwebe, Bro. Der ist gegen Bodenattacke meistens immun. Ah, okay. Dann gehe ich einfach mit ner Pflanzenattacke rein. Auf Hoffnung. Okay. Aber warum Pflanze? Ja, ich dachte einfach, weil... Einfach, weil du kriegst du meinen Schlechts. Ach du, Heidi, oder bei mir? Ähm... Ich würde einfach auch auf meinen Stahl gehen, oder? Oder es ist gegen... Ist Stahl... Hat er nicht? Ist Kampfgut gegen... Gegen Stahl... Äh, gegen Elektro? Ne, ne? Ne. Aber gegen... Stahl? Mein Kumpel hat die ganze Nacht mit nem Transgender rumgemacht. Stahl auf Stahlgut? Kampfgut. Er hat die Beule nicht gesehen und dann tat's weh. Du hast doch Kampf mit, ähm... Dings. Cringe, Bro. Mit... Crackspy hat doch Dings. Was denn? Ähm... Kampf, oder? Äh, ne. Ne, hat den... Digga, guck mal bei mir. Wumpel. Ähm... Hast du irgendwas mit Stahl? Ähm... Ähm... Wie gesagt, Boden... Glaub ich, geht nicht, weil er Schwebe hat. Okay. Achso, Magnetilo hat keinen... Guck mal! Sein Endboss-Pokémon ist Pumpkin. Oh mein Gott! Jürgen, Bro! Sein Endboss ist Jürgen! Holy Shit! Jürgen... Jürgen ist auf der... auf die Böse-Seite gewechselt. Jürgen, der ist gewechselt, Junge. Jürgen, der ist gewechselt, Junge. Was von Easy gegeben. Ich hatte... Nein! Ich hatte... Ich hatte keine Chance. Re-Rap. Alter, what the fuck? Letzte Dono-3-Heading. Schäm dich, dass du 2023 Witze machst darüber. Ja, das ist ein Zitat aus einem Leon Machère-Track. You know? Ähm... Das würde ich sagen, ein Gag oder so, you know? Das ist einfach noch ein Zitat aus dem Leon Machère-Track. Aber trotzdem ohne dich das zu bemelken. Digga, was ist alles gut? Läufst du gerade durch den Raum? Ich verstehe gar nicht, warum er so viel Damage genommen hat, Bro. Was hat das für eine Attacke? Deswegen ist Bastia hat jetzt legit einer seiner zwei guten Pokémon verloren. Er hat jetzt nur noch... Nur noch Melanie. Und das ist ein starker Pokémon, Bro. Ansonsten hat er nichts mehr, Digga. Ich glaube, es ist Zeit wieder für den hier, Junge. Naja, wenigstens ist Crackspot Level 32. Ich werde mal Russen so positiv sehen. Stollrack ist auch Stahl, ne? Boah, Junge, ich habe keinen Feuer-Pokémon. Ja, ich... Mann, Digga, wirklich... Ich habe zwei Stunden Weiler gelevelt. Ey, Bruder, ich kann dafür nichts. No joke. Er hat mich einfach gewonnen. Nein! Nein! Du hast zweimal Spezial-Dev Down gehabt. Du hast nicht aufgepasst. Nein, Bro! Der Junge hat eine Attacke gemacht. Willst du mich verarschen? Bro, du hast sogar mit mir besprochen, dass wir den einwechseln. Du kannst nicht den machen, Bro. No joke. Ja, eigentlich bin ich... Eigentlich bin ich schuld. Eigentlich war meine schuld. Nein! Aber wir beide... What the fuck? Wir beide... Wahrscheinlich sind wir beide schuld? Was laverst du? Dann denkst du, dass ich beide kämpfe hier parallel mache? Ja, ja. Bzw. keiner ist schuld. Bruder, du musst gar nicht meckern. Du hast unser komplettes Team gewiped, Bro. Bro, du hättest in der Situation, wo ich unser Team halb verloren habe... Du... Wir wären zu 100% dort Blackout gegangen. Nein, nein. Lüge. Zu 100%. Nein, du hast auch genauso... Wahrscheinlich hättest du es zu 100%... Du hast auch mit Shen alles gesprochen. Du hast es nicht alleine gelöst. Bro, du checkst immer noch nicht mal, was gegen pflanzeffektiv ist. Bro, shut the fuck an. Du weißt es auch nicht. Du... Du guckst seit 14 Stunden dasselbe Bild an und checkst dich, was gegen was effektiv ist. Bro, das labest dich voll. Das ist aber auch dieses... 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 Dieses Ding von Giga ist mega scheiße. Du checkst das nicht. Das ist mega die scheiß Übersicht, Bro. Warum denn Vylord? Warum nicht Impagator? Warum Vylord? Was soll ich machen, Bro? Ich kann mir das doch nicht aussuchen. Er ist gestorben. Ich muss mich kurz konzentrieren jetzt. Das will ich noch mehr verlieren. Ja, mach mal. Du bist ja als Chef gerade. Du bist ja der beste Spieler. Oh, wie er macht. Ja, das mit der Spezialverteidigung habe ich nicht gesehen. Musst du aber sehen. Wenn mir so ein Krass trug. Oh, Digga. Wie er macht, Bruder. Weißt du, du hast weit aus mehr Pokobon gerackt als ich. Du hast drei Pokobon mehr gerackt. Oh, Bro. Digga. Halt deinen Maul. Du checkst überhaupt nicht den Zusammenhang, was da im Spiel passiert. Wir müssen auch immer nur zu streiten. Merkst du nicht, was Team Magma versucht? Die versuchen uns zu schweilen. Ich hasse dich so sehr gerade dafür, dass du doch so mit deiner Scheiße, deiner Undankbarkeit. Die versuchen uns zu schweilen, Bro. Der gesamte Scheiß-Run wäre vorbei, wenn ich das vorher nicht gecarrelt hätte. Und du laberst mich voll. Oh, mein Gott. Digga, du bist der Beste. Es ist mir eine Ehre, dass ich zusammen zocken würde. Mit einem Auge cheats auf deine Scheiß-Donations. Auf dem anderen Auge auf dein Channel. Du kriegst nichts vom Game Level. So geil, dass wir zusammen zocken. Danke, dass du mich hier durchcarryst. Du vercheckst nen Doppel-Debuff. Bro, shut the fuck up. Digga. Du hast komplett vercheckt, unser Team überleben zu lassen letztes Mal. Oh, Bro, bitte. Wechsel mal die Schallplatte, Bro. Du sagst zum vierten Mal. Mann, Bruder, aber chill mal jetzt. Ich hab ein Pokémon gebro, das ist passiert. Ich kann damit nicht... Digga, er hat mich gewone-shottet. Was soll ich machen? So, warte mal, ist ein Schluckmilch. Gift. Dann muss ich kurz in die Giga-Cheat-Tafel gehen. Und jetzt mal gucken. Gift ist Boden und Psycho-Sinn. Wie er macht Ultramat. Wie er macht Ultramat. Wie er macht Ultramat. Wie er macht Ultramat. Ich hab keine Psycho-Attacke. Ist der mit den meisten AP? Bro, wir kriegen das noch gedribbelt. Es ist mega wack. Ich check's. Mich fällt's auch ab. Aber es bringt jetzt auch nichts, wenn wir uns Ultramat. Du hast jetzt gerade gemütet, sowas gesagt. Ich muss jetzt gucken, passt die irgendwie zu korrig. Bro, Real Talk, mach einfach. Ich brauch kurz fünf Minuten und ich muss runterfahren. Nein, hab ich nicht. Ich hab gerade geguckt, was Schluckmilch für ein Pokémon ist. Boah, weiter tut mir grad am meisten wie von allen Pokémon. Ja, genau. Sowas mach ich da gegen den jetzt, oder? Boden. Ja, ich hab keins, Bruder. Ich hab, ähm ... Ich glaub, ich geh für Eiszahn. Boah, ist das grad scheiße, Digga. Ach so, ich muss Aqua Knarre machen. Kann ich, kann ich bei, kann man bei Zugabe wechseln? Nee. Um die Zugabe zu blowen? Nein? Nee, du musst Aqua Knarre nehmen. Okay. Fuck, Bro. Mann, Basti, das mit Real Talk muss echt schlimm gewesen sein. So Leute, Forza ist runtergeladen. Boah, wir müssen wirklich hoffen, dass jetzt da ein paar geile Encounter kommen gleich. Das wär ein Träumchen. Die Oma hier links neben dem Haus kann auch heilen. Äh, bist du durch? Ah, ja, okay. Du musst wieder aufmerksamer werden. Ja, Bro. Aber du darfst doch nicht vergessen, sowas passiert halt, Digga. Wir sind 13,5 Stunden gerade dran, Alter. So Momente passieren leider. Nein, Bro. Du bist die letzten 1-2 Stunden, bist du gerade wirklich unaufmerksam. Auf jeden, auf jeden. Aber ich kann nicht einfach auf einmal das switchen, Bro. Ich bin einfach schon sehr lange am Wach. Ja? Ja, nur du. Ey, Lil Bro, chill mal. Du machst auch Fehler. Ist passiert. Oh, ich will einfach aus diesem Fall raus, bitte. Kommt danach noch irgendwelche nervigen Träner, die man umlaufen muss? Nee, das war's, das war's. Puh, alright. Puh, painful. Holy shit. Oh mein Gott. Was nennt er hier? Wunderauge Psycho-Attacke. Geil. Erlaub es Unlicht-Pokémon mit Psycho-Attacken anzugreffen. Cool. Mega Arsch brauchen wir nicht. Danke. Okay. Puh. Oh, das sieht ganz schön dünn aus. Heidi. Scheiße. Es ist richtig dünn. Oh, es ist richtig dünn, Alter. Oh mein Gott. Aber wir bekommen jetzt neue Encounter und ich hoffe, dass sie die Encounter jetzt einfach scheppern. Oh mein Gott. Lasst die Encounter jetzt einfach carryen. Aber kurz vor dem Debuff. Für die Zukunft. Was ist dran jetzt so crazy, also es ist so, was hat er gemacht, dass sich das so crazy reingekrittet hat? Ich hab's, ich hätt's glaub ich auch nicht gecheckt, wer ich aufreißen gewesen. Äh, war ich halt einfach nicht so crazy gut mit dem Game, you know? Er hat jetzt zweimal Special Attack gesenkt und dadurch war seine Attacke so mega OP oder wie. Naja, ich denke er wird gebufft haben, aber auch sehr, also doll. Er hat halt doppelt den Spezialangriff sehr verstärkt. Also doppelt, also er hat eine vierfach Boost drauf gehabt. Wenn ich jetzt richtig, ich hab's. Du hast vier Level drunter, Bro. Ja. Ich weiß aber nicht, no joke. Also habt ihr gesehen, wie schnell der Balken runtergegangen ist? Ich glaube nicht, dass ich jetzt vier Level mehr gehabt hätte, dann wäre das auf einmal mega chillig gewesen. No joke. Ich glaube nicht, dass es jetzt so chillig dran gewesen wäre. Ich glaube, er wäre trotzdem gestorben. Und dann tut ihr was. Der vierfachen Schaden hätte der alles gewonnen, also egal. Ja, glaub ich auch. Nee, nicht alles. Machschock hat insane schlechte Spezial-Dev. Ja, ja. Es geht darum, wenn Machschock vier Level höher gewesen wäre. Ich glaube, der wäre trotzdem hops gewesen, you know? Ja. Wo bist du jetzt hier nach links wieder? Genau, du kannst da bei dem Haus heilen. Bei der Oma da. Ähm, also... Ja, einfach weiter runter. Da, wo wahrscheinlich vorhin versperrt war, wa? Also hier? Nee. Nein, link... Ah, hier. Okay. Okay, und jetzt hier runter. Hier sind viele Trainer, aber auch neue Encounter. Wir müssen eigentlich kurz Dings freilassen, ne? Willst du jetzt zurück zum Poké-Center? Nee, wir tun einfach so, als wäre sie nicht da. Ja. Boah, jetzt hier rechts. Pfff. Steilpass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich dachte du meinst mit Encounter-Trainer, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen jetzt lacken, Bro. Wir müssen jetzt richtig lacken, Kevin. Wir müssen jetzt lacken, Alter. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Chat, ein neues Pokémon zu fangen. Das erste, was bei uns kommt. Wir müssen jetzt einfach wirklich hoffen, dass wir beide ein gutes Pokémon bekommen. Auf Anhieb. First Try. Hast du was, was irgendwie Gutes zum Down machen? Oder zum Einschlafen? Naja, ich hab nichts zum Einschlafen, ja. Ich guck kurz. Boah, ich hab zwei Pokémon. Was wäre gut, alles, was irgendwie ansatzweise gut ist. Also irgendwie was einfach krasses. Was spielbar ist. Was spielbar ist. Check nochmal, ob du Bälle hast. Ich hab... Ich leg vor. Nee, ich hab nichts geholt, Frau Gutes. Wir müssen jetzt nehmen, was wir kriegen können, Kevin. Ja, Bruder. Ich wünsche dir Glück. Auf geht's. Ich dir auch. Bitte. Ist okay. Ja. Ist okay. Ist stark. Bro, Coco war ist gut. Aber ist halt ein scheiß Typ. Ja, er ist halt jetzt nicht crazy. Aber ist tanky halt, ne? Ich glaube, er ist sehr tanky. Also... No Joke nehmen wir. Aber ist jetzt nicht Game Changer, finde ich. Nee. Ihr zwei seid die Besten. Rock das Ding. Wir geben unser Bestes, Bruder. Okay, kurz konzentrieren hier für den Pokémon Fight. Hast du eigentlich die Hyperbälle gekauft? Ja, hab. Kurz zur Erklärung für dich. Er hat deine Speziale Defensive um minus zwei gesenkt. Plus hast du eine Attacke eingesetzt, die eine Priorität von minus vier hat. Deswegen hat er so viel Schaden gemacht und du warst langsam... Boah! Digga, der ist starkes Fuck, Bro. Guck mal, was er gemacht hat mit drei Attacken bei mir. Ich bin... Ich bin... Zwölf Level über ihm. Holy Shit. Er hat deine Speziale Defensive um minus zwei gesenkt. Plus hast du eine Attacke eingesetzt, die eine Priorität von minus vier hat. Deswegen hat er so viel Schaden gemacht und du warst langsamer. Crazy, ja. Er hat uns auf jeden Fall gefickt, man. Bisschen unlucky. Alright, Bro. Ich hoffe, ich fang ihn einfach First Strike. Ich nehme auch Hyperball, glaube ich. Du auch? Ja. Ich habe schon. Puh. Nice, okay. Sehr wichtig. Okay, okay, okay. Neue Pokémon. Das Team füllt sich. Ich nenne meinen einfach Rettung. Er muss einfach die Rettung sein jetzt. Meiner ist der Real Boss. Okay. So. Ich hoffe. Ich hoffe, Rettung. Mach was. Real Boss. Ich geh noch kurz hoch zu der Frau. Boah, die Drehung hier ist echt cool, ne? Spectacular gemacht. Satisfying. Real Boss hat so Julian Boss Vibes. Ja, Mann. Ist so. Bitte kriegen wir noch einen, ich hoffe, dass wir nochmal vielleicht eine Route jetzt hier haben. Ey, das stimmt aber. Aber ich glaube auch, dass ich... Hat, hat... Naja, shut's auf. Lass uns nicht mit dem letzten verlorenen Atzen beschäftigen. Nein, sag. Ich glaube nicht, dass der meine Death gesenkt hat. Ich glaube, ich habe... Ich habe doch gerade den Atzen eingewechselt. Ich glaube nicht, dass superviele Attacken da kamen. Ich meine, dass er Spezialangriff vorher zweimal geboostet hatte. Oh, dass er sich selber geboostet hat? Kann sein, ja. Ja, ja. Das meinte ich. Ja, das kann sein. Äh, ich springe runter. Ja. Hier sieht es aus, als wäre hier was. Ja, da kann man, glaube ich, runterkraxeln. Okay, bist du hier runtergedüst? Links oder rechts? Ähm... Nimm links. Oh Gott, lauf bitte zu mir. Okay. Oh, ich würde ungern jetzt gerade einen Trainer encountern, Bro. Sag ich dir ehrlich. Boah, geil! Okay, ist nur Müll, aber nehmen wir. Kevins Spezialdeb wurde einmal gesenkt. Ja, ist ja jetzt auch egal. Ich habe mich einmal... Ja. Juckt's. Boah! Bibor wäre auch nicht bereit gewesen, oder? Nein, Bibor ist schwach. Ja? Okay, ich dachte. Bibor ist nicht so geil. Okay. Boah, endlich eine Wassertacke. Ich will mich kurz konzentrieren hier. Ich habe absolut keinen Bock grad zu fighten. Äh, Bro, wo geht's hier weiter? Ich check's halt nicht. Ah, hier. Okay. Äh, wie hieß diese Route da gerade? Steilpass? War es Steilpass? Ja, das war Steilpass. Kommt jetzt was Neues? Okay. Route 112, auf der waren wir schon. Jetzt geht's aber nach links in ein neues Gebiet. Baden-Lawastadt. Das ist neu. Okay, wir können auf jeden Fall einmal heilen. Eben Ratschlag fürs Leben, so auf Ernst. Und da gibt's das Ei. Okay. Das holen wir jetzt auch raus, würde ich sagen. Ein Ratschlag fürs Leben, so auf Ernst. Äh, what? Was denn? Ah, nee, soll ich mal nicht spielen? Oder was wir sehen? Alright. Rest in Peace, Alter. Marsha wird freigelassen. Und äh... Wie ist er bei dir, der Kollege? Du kennst nicht mehr seinen Namen. Ja, wie heißt der? Barty. Ah, fuck, Digga, der Wichser. Junge, Barty und Masha verlassen das Spielfeld. Digga, Masha war... Sorry, ich muss jetzt noch einmal haten. Level 21. Du bist mit dem 21er da reingegangen? Nein, nein, nein. 24. Stand da nicht gerade 21? Äh, weiß nicht. Wir werden's nie rausfinden. Bro, es war 21, Digga. Ey, Kevin. Bei aller Liebe. Ja, Bruder. Oh mein Gott. Mann, du hast bis 21 nur Masha gelevelt? Bruder, das war voll schwer, den zu leveln. Ich hätte jetzt... Also, no joke. Wir hätten jetzt noch zwei Stunden weiter leveln müssen. Und ich sag, du bist jetzt... Wahrscheinlich zwei Stunden. Digga, das hat richtig lange gedauert. Also, eine Stunde Minimum. Das hat richtig lange gedauert. Ich hab gedacht, die sind beide so auf 25. Nee, Bro. Das hat richtig lange gedauert. Und, äh... Ich sag dir ehrlich, der wäre auf 24 auch gestorben. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaub nicht, dass drei Level so einen crazy Unterschied gemacht hätten darf. Ich hätte auch diesen Boost nicht mitbekommen. Und ich glaub, er wär auch drauf gegangen. Real Rap. Ich glaub, wir haben so Zeit gespart. Am besten wär's gewesen natürlich, wenn... Wenn nicht gestorben wär, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaub, es hätte nichts geändert. No joke. Ja. Ist auf jeden Fall auch lange gedauert, Barty auf 30 zu bekommen. Okay. Wir können auf jeden Fall die nächste Arena schon direkt machen, wenn wir wollen. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, I guess. Ja. Fühle. Ich weiß gar nicht, warum deine Pokémon so tausendfach oder warum du deine Pokémon so schnell gelandelt hast. An welchem Punkt? Naja. Ja. Hier im Pool gibt's wohl ähm... Gibt's hier das Ei oder wo gab's das Ei? Ich guck auch grad wegen dem Ei. Äh, hier wird was vom Ei gelabert. Das heißt, dass in der Pension ein Ei gefunden wurde. In der Pension. Da bist du. Draußen neben dem Center. Ah, da links der Typ. Wo? Sie hier? Nee. Vielleicht er hier? Vielleicht jeder Typ. Understand you, my Gelaber. Dance und Soul geben mir die Power, Alter. That's my karate way of life. Gib mal ehrlich, ein Ratschlag fürs Leben wünscht dir nur das beste Kuss. Mhhh, die Comfort Zone öfter verlassen. Ist immer geil. Dinge machen, die man eigentlich nicht unbedingt machen würde. Ja, die Frau hier. Ja, ich glaub auch. Okay, wir haben ein weiteres Ei. Free Pokémon. Wichtig. Ähm, haben wir den jetzt bei uns grad schon drinne, ne? Ja. Den haben wir jetzt dabei. Wollen wir den erstmal mit dem Fahrrad jetzt die ganze Zeit rumfahren, um den auszubrüten? Wie lange dauert das? Wie lange dauert das? 10.000 Schritte? Oder so? Ich weiß es nicht. Dauert das nicht so lang. Schwertanz ist krass. Hast du Schwertanz gefunden als TM? Oder warum sagt die Schwertanz gerade? Äh, boah ich kann gucken. Ich weiß es grad nicht genau. Weil Schwertanz ist ne unfassbar Qualität. Ja, hab ich gerade bekommen als letztes. Ich weiß aber nicht woher. Schwertanz ist gut für, wenn du physischen Angriff hast. Von dem Typen? Von welchem? Von ihr hier? Ah, von dem Karate-Bro. Er hier hat mir das gegeben. Boah, Digga. Kracht komplett rein gerade. Ja. Okay. Ich würd mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwie... Warte mal. Können wir bei der Quelle... Angeln? Nee, ne? Wo ist denn das nochmal? Du musst beim Pokémon Center oben links dann rein. Achso. Beim Pokémon Center reingehen. Achso. Boah, das wär sehr geil, wenn wir hier angeln könnten. Aber ich glaube fast schon nicht. Nein. Oh, schade, Mann. Schade, der Typ redet nicht wie ich, what the fuck. Was wirst du sagen? Lass die lang... Lass die lang fahren. Lass das Ei wirklich ausbrüten. Ja? Okay. Machen wir eine kleine Radl-Tour hier. Mh... Kann man uns mal ein bisschen... Kann man uns wieder vertragen. Boah, das wird richtig lange dauern. Ich glaube nicht. Check, Basti bringt mich um, wenn ich jetzt auf 400% mache. Ich glaube das geht extra. Basti will das auf Serious durchspielen. Und ich check's lowkey, aber... Bei dem würde ich jetzt auch das abspeeden. Aber ich check's schon. Nein, nein, nein. Wir chillen, wir checken. Kann man irgendwie sehen, wie viele Schritte wir schon haben? Ne, ne? Ne, ich glaube nicht. Mach einfach so, ich mach einfach so in 5er-Schritten langsam hoch. So ganz langsam. Ich denke, ich fahr hier einfach ganz lässige 8 mal einfach. Boah. Du kannst i-Status checken, wie weit es ist. Ja, egal. Bringt ja auch am Ende nix, ne? Ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen. Wie viel sind wir jetzt schon gefahren, so Schrittemäßig? Haben wir jetzt schon so 1000 Schritte geschafft? Also ich merke noch mal so 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ja, doch, 1000 hab ich schon ein bisschen. Dann haben wir jetzt schon so ein Sechzehntel geschafft. Easy, das geht mir schon hin. Null Schritte, ihr fahrt ja Fahrrad. True. Digga, da haben wir nen Denkfehler, Basti. I guess, ja. Also spannend, darauf hat Chad gewartet. Ja, da müssen wir durch, Freunde. Hilft ja nix. Ey, jetzt müssen jetzt alle Maßnahmen her. Und Digga, wenn es jetzt 16.000 Schritte Eifahren ist, dann ist es so. Alles für den Win, Freunde. Der große Bruch kommt, wenn wir jetzt gleich das Ei anboxen und es ist irgendein Haufen Scheiße. Dann ist es vorbei, Alter. Dann ist es vorbei. Wo sollte das stehen? Dieses Ei braucht sicher noch sehr viel Zeit, oder? Ah, okay. Ich meine, müssen wir nicht eh irgendwo hin traveln gleich? Wollen wir nicht erstmal dahin traveln? Oder wo geht jetzt die Story weiter, Chad? Arena. Arena. Ah ja, Arena True. Ja, nee, dann haben wir keine andere Wahl. Dann müssen wir es machen. Das Ei anboxen, Digga. 2023 ist ne wilde Zeit, dass man sowas einfach so sagen kann. Was? Kann da jetzt jedes beliebliche Pokémon draus kommen? Ja. Es kann alles rauskommen. Es könnte sein, dass wir jetzt nen Raupi bekommen da raus. Es könnte sein, dass wir jetzt nen Raikwaza da rausbekommen. Es könnte nen Chiyoke da drin sein. Es kann legit alles da drin sein. Und ja, wir hoffen, dass es nicht irgendein Arsch ist. Es wird halt Level 1 sein. Ja, das ist, das ist groß Midos. Wenn es aber gut ist und sich das lohnt, dann werden wir das auf jeden Fall hochpower leveln. Ja, auf jeden Fall. Also, beziehungsweise, ja. Egal, ich bin, ich bin, ich sag nichts. Beziehungsweise, du wirst es machen, weil ich dann Level 21 mache. Aber das ging wirklich nicht. Es ging nicht mehr. Was ging nicht mehr? Ja, hast du gesagt. Ja, das ging. Aber Bro, das war wirklich painful. Fuck, man. Ich versteh nicht, warum deine Pokémon so viel schneller gelevelt haben. Oder was du anders gemacht hast. Ich versteh's wirklich nicht. Ich hab die richtigen Spots gesucht, hab die ganzen Trainer noch gemacht und so. Also, ich hab halt wirklich da. Aber ich eigentlich auch. No joke. Ich hab auch. Gerade für den hatte ich den richtigen Spot. Ja. Vor allem, Vylaut braucht auch insane viel EP. Also, es braucht viel mehr als andere Pokémon. Das levelt genauso langsam wie teilweise legendäre. Du hast halt viel mehr Pause gemacht. Nee. Ich hab auch nicht so crazy viel Pause gemacht. Oh. Nein, Bro. Eigentlich wirklich nicht. Aber ich glaube, das sind halt eben auch die großen Herausforderungen bei so einer Challenge. Was meinst du? Naja, es geht auch ans Mentale. Auf jeden, Bruder. Verbindungen, die aufgebaut werden. Die Müdigkeit. Die Unaufmerksamkeit. Das Team. Es wird alles angegriffen. Bruder, es wird alles angegriffen. Gerade wird alles angegriffen. Gerade wird 100% angegriffen. Aber steht hier bei dem Ei. Dieses Ei braucht sicherlich noch sehr viel Zeit, Bruder. Was? Immer noch? Also, ich glaube, meins früher brütet als deins. Wenn aus dem Ei jetzt eins kommt, was wir schon mal hatten, dann können wir das nicht benutzen. Oh mein Gott, ja. Das ist noch schlimmer dann. Wenn ein Pokémon doppelt ist, dann können wir die nicht nutzen. Beide. Und alles was sonst. Geh zu Fuß durch die heißen Quellen. Ist das geiler? Dein Schlüpft ist schneller. Das haben schon ein paar Leute geschrieben. Aber irgendwie fühlt sich das ein bisschen... Stimmt das? Die Oma hat eventuell noch ein Ei. Ey, komm. Wir müssen hoffen. Können wir irgendwas machen? Können wir irgendwo hinschrubbeln, wo es Useful ist gerade? Nee, ne? Haben wir irgendwas freigeschaltet gerade, womit wir was machen können? Neues Gebiet oder so? Nee. Auch nicht. Es geht halt jetzt erst weiter. Das ist die fünfte Arena. Die sechste Arena danach ist die Arena bei unserem Vater. Falls du dich noch dran erinnerst. Hallo? Die Opa hat zwei Eier. Ähm. Haben wir die noch gar nicht gemacht am Anfang? Nee, weil es die sechste Arena ist. Ah, okay. Aber warte mal. Was ist mit der vierten Arena? Wann machen wir die? Da stehen wir. Weil du gerade sagst, es ist die fünfte Arena. Fünfte Arena ist der Vater. Vierte Arena ist die hier. Ah, ich glaube, du hast gerade falsch gesagt. Ich dachte, du meintest, dass das hier die fünfte ist. Und danach müssen wir den Vater machen. Ja, nee. Ich meine, das ist die vierte. Fünfte ist der Vater. Jaja, nochmal. Digga, dieses Scheiß-Ei. Oh mein Gott. Bitte brüte. Bro, ist doch Quatsch, was ich jetzt hier mache. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Chat, ist das smarter in dieser heißen Quelle? Oh, shit. Er steht halt nirgendswo. Als ob das halt so ein Ding ist. Aber ich meine, wofür sollen die sonst sein? Also die müssen dafür irgendwas sein, oder? Schau an den Bericht. Ich meine, ich hätte da auch irgendwas mit heißer Quelle gelesen, aber... Ja, dass du es bei der heißen Quelle bekommen hast, oder? Ja, stimmt. 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 Fahr an einem anderen Spot jetzt lang. Boah. Unten bei der Pension kann man eine Minute geradeaus fahren. Wir sind nicht mit der Pension. Wir sind nicht mit der Pension. Nee. Sondern weil... ...wo du deine Feuer-Pokémon gelabelt hast. Ach so. Boah, ne, Scheiße. Guck mal, mein Spot ist... Guck mal mein Spot an, wo ich jetzt bin. Wo bist du da hingegangen? Einfach rechts den Berg runter. Das heißt, wir müssen dann nochmal hochfahren. Aber eigentlich ist es scheißegal. Ob ich jetzt hier hin und her fahre, oder bei dir, oder... Also weißt du, das ist ja nicht schneller als das hier. Naja, du musst weniger umdrehen. Also du machst auf Langzeit schon schneller. Nein, das spart ja also das... Du hast ja keinen, ja... Ja, aber guck mal, das hast du jetzt... Das, was dir passiert, dass du überall hängen bleibst. Ja, aber das ist mir nicht... Das ist mir nicht einer von einem Pacific. Das ist mir nur gerade passiert. Wenn ich jetzt so den mache, dann passiert ja nichts. Ja, das ist... Habt euch die ganzen Regeln ausgedacht, oder gibt es vorher schon welche? Es gibt... Also du kannst ja im Grunde jede Regel ausdenken, wie du möchtest, ne? Also wir könnten die Regel machen, wir dürfen nur mit Haupi fighten, aber... Es gibt so schon vorher ausgedachte Regeln dafür. Und es gibt halt welche, die sind sozusagen fix und dann gibt es welche, die sind optional. Aber technisch gesehen ist... Also ist keine fix, weil... Also wir stellen uns ja selber die Challenge. Boah! Wir sollten jetzt... Wir sollten halt vor der Arena jetzt auf jeden Fall auch noch... Ähm... Unsere 2 und dann, je nachdem wir das Ei jetzt gut ist, die Beine auf jeden Fall leveln. Also wenn wir jetzt halt nichts Gutes im Ei haben, dann auf jeden Fall noch unsere 2 leveln und dann Arena damit machen. Boah, Digga, das ist... Das wird... Pain. Müssen wir. Boah, wie lange dauert das noch? Ich glaube, wir wurden krass beschissen, als jemand im Chat meinte 5 Minuten. Ich glaube, das war der Herr des Beschiss meines Lebens. Digga, da steht immer noch sicher noch viel Zeit. Ich glaube, dass es sein kann, wenn es ein Legi drin ist, dass es länger dauert. Mach doch Speed hoch. Nee, wir haben jetzt alle schon so... Clean gespielt, das jetzt zu machen. Ein bisschen uns dazu rein. Legendäre brauchen 30k-Schritte. Ja, aber... Ist es nicht mega unwahrscheinlich, dass wir... Also... Wir haben noch niemals beide einen Legendary, oder? Kann sein. Er hat schon... Unliked. Äh, Unliked. Was ist das normalerweise für ein Pokémon? Bei dem Original-Game? Ist es hier Torgipi jetzt? Ist so. Stimmt. Das ist so. Die Vorentwicklung von wohin genau. Oh Gott. Aber es ist ja kein Legendary, oder? Weil... Wir hatten halt eine Einstellung reingemacht, dass... Aber das ging mehr um so Pokémon, die halt irgendwo so... Die man so anlabern muss. Ist das, was ich meine? So wie diese Legendary, die einfach rumstehen. Dass die dann auch weiterhin Legendary sind. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass Aya vielleicht das auch irgendwie bekommen haben. Oder so. Aber wenn es ursprünglich kein Legendary ist, dann halt ich's... Also dann wäre es schon echt mega-random, wenn wir jetzt beide einen Legendary bekommen. Hm. Ist so, braucht normalerweise nur 5000 Schritte. Das habt ihr schon längst. Ja, es kann halt jedes Pokémon sein. Das könnte auch Glurak sein oder so. Wir wissen es nicht. Ah ja, es sind immer Baby-Pokémon. Nein, hier nicht. Hier kann es alles sein, Bro. Da könnte legit jetzt ein Mewtwo drin sein. Wär stark. Das Bike fährt 10 Steps pro Sekunde. Das heißt, pro Minute, wenn wir durchfahren, machen wir 600 Steps. Das heißt, auf 10 Minuten würden wir 6000 Steps machen. Das heißt, auf 20 Minuten wären es 12.000 Steps. Wir müssten das hier also 20 Minuten lang machen, um das Ei zum Schlüpfen zu bringen. Das ist wild. Oh mein Gott, ich hab den Trainer nicht gemacht. Ja komm, gib mir mal eine schöne Explosion jetzt. Ganz übel, ja. Ey, Tja, wir haben das Spiel nicht gehabt. Ihr braucht es nicht schreiben. Wir werden es nicht tun. Ey, Tja, warte mal. Gab es nicht einen Schrittzähler irgendwo? Wie ging das nochmal? Ähm, das ging in der vierten Gen bei diesem Poké-Ding. Ich glaube, hier. Oder? Ja. Hier vielleicht? Ah, okay, das geht anscheinend nicht mehr. Dumm, das war ein gutes Feature. Ja, auf dieser Poké-Dings-Uhr war das damals. Ja, true. Das war cool, dass man sich das auch so oben einblenden lassen konnte und so. Das machte ich. Aber ich finde es jetzt eigentlich gerade so ganz cool mit unserer Karte, die wir da haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Kann man ja auch switchen, aber es... Das Ei muss in den ersten Slot. Nein, nein, muss es nicht. Nein, das ist Quatsch. Ich finde es geil, wie da so viele Leute auch so unterschiedlich überzeugt sind. Also es ist nicht so, dass man... Es gibt ja so Games, da zockt man, da fragt man die Leute, wie ist das? Und dann haben so alle eine Meinung, Bro. Das ist hier nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt immer wieder... Leute glauben voll viele andere Sachen. Ja. Es gibt auch so viele Mythen und so zu Pokémon irgendwie. Sowas wie, wenn der Pokémon wackelt und man da zwischen A drückt, dass man dann besser fängt. Digga, ich schwöre, ich habe das meine ganze Kindheit gemacht, weil ich fest davon überzeugt war. Ich mache es bis heute, Bro. Einfach fürs Feeling. Aber ich glaube, es bringt überhaupt nichts. Nein, null. Das sind halt so Sachen, die du dir als Kind ausdenkst, weißt du? Ja, aber... Was krass ist halt, wir haben alle überall woanders gelebt, aber wir alle kennen das, weißt du? Und früher gab es ja jetzt nicht so... Also, ja dann später, aber halt so... Ganz am Anfang gab es ja Internet noch gar nicht. So, wie wir es heute kennen. Es hat sich ja teilweise so einfach rumgesprochen manchmal. Ja, aber so krass einfach so deutschlandweit. Und wahrscheinlich sogar international. Ja. Ja, stimmt. Das stand da wirklich in Zeitschriften und so. Ich hatte damals auch so ein dickes Tippsmagazin. So, ich gucke jetzt nochmal nach. Schön auf Spieletipps. Nein. Auf Mogelpower. Digga, Mogelpower. Kennt jemand Mogelpower noch? Ey, scheiße. Mogelpower. Ganz übers Ding. Es braucht immer noch... Es braucht immer noch sehr viel Zeit bei mir. Ist bei dir auch immer noch sehr viel Zeit? Ich bin gebrochen... Ja, wahrscheinlich. Ich bin gebrochen, wenn da gleich nichts Sinnvolles drin ist. Ne, ich glaube das wird den Aufwand wert sein. Oh, noch lange! Was ist hier bei dir? Ne, ähm... Noch sehr viel Zeit bei dir, nur noch lange. Okay. Okay, PopChamp. Digga's. Könnte sogar Legi sein, so viele Schritte, wie das gerade braucht. Ja, aber wie ich halt ausgerechnet habe. Also 12.000 Schritte ist ein normales Pokémon, oder? Weil Kevin schneller gemacht hat. Ja, ich habe langsam immer 5%-Schritt hochgeschraubt, das Ding. Ich fahre hier gerade auf 200%-Fahrrad. Du hast ja früher angefangen, das heißt bei dir muss was besseres drin sein. Ja, Bro, jetzt macht man jetzt nicht so eine Filme. Bro, wenn du siehst, dass es bei dir der Text kommt mit Nanu, drück nicht weiter, warte auf mich und wir drücken gleichzeitig. Ja. Ey, ich bin echt am überlegen, ob ich gerade auf Toilette gehe, aber währenddessen über Team-Viewer auf meinem Handy weiter die Pfeiltasten drücke. Wer Boss? Heißt du musst groß? Ne, aber ich will trotzdem das machen. Ich könnte auch auf meinen Linksklick und auf meinen Rechtsklick die Pfeiltasten beinden. Und dann die Wireless-Maus mitnehmen. Oder ich connecte... Oh mein Gott, warte mal, das könnte echt nicht funktionieren. Bro, wie lange hast du denn vor, bitte? Ich connecte... Ich connecte meinen Wireless-Controller. Wie lange hast du vor, dann bitte wegzugehen? Okay, warte mal. Ähm... Warte, ich, äh... Ich bin jetzt mit dem Club. Geht's immer noch? Ja. Geht's immer noch? Geht's immer noch? Der Geister ist krank. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, was macht er? Ja, jetzt ist er auch an meinem Spot. Ich hab ihn so im Trainerkampf gesehen, ne? Nein! Was ist passiert? Du bist runtergefahren. Oh nein! Nein! Verdammt! Aber es hat vom Ding her funktioniert. Und jetzt muss ich das alles zurück umstellen und verliere genau die gleiche Zeit, die ich wahrscheinlich auch so verloren hätte. Das heißt, es hat null Zeit gespart. Bro, bei mir steht immer noch sehr viel Zeit. Ich würd's nicht den machen, aber vielleicht hab ich da wirklich was Gutes. Ja, wär geil, also, Bro. Ich würd's nicht den machen, wär sehr nice. Ey, wie komm ich denn hier wieder hoch? Was ist denn hier der Weg? War das hier? Ja, Seilbahn. Muss ich die komplette Seilbahn fahren? Ja, und dann halt wieder runter den Berg. Filme. Boah, imagine, da ist jetzt Latias drinne. Nicht mal Latios, einfach Latias. Es wird sehr wehtun. Die Spannung ist kaum auszuhalten, ja. Die Menge tobt. 4.16 Uhr, ne? Ich lese immer Latinas. Bro. Verwende den O-Kraft Wärme oder den Schluckbeck in Ruhe 1-1-2, um den Brutschritt des Eis zu erhöhen. Diese Optionen helfen ebenfalls den Brutschritt zu beschleunigen. Anscheinend soll das was helfen. Hm. Aber vielleicht ist es doch Omega Cat. Haben wir halt nicht. Digga, das ist zum ersten Mal, als ich so ein normales Pokémon sehe, was hier auch so casual spawnen würde jetzt. Oder so ein Onix. Es findet einfach. So. Dreh dich. Los! Dreh dich! Dreh dich! Hallo? Kann ich ganz unten an der vorbei? Oh, jetzt muss ich die fighten, Digga. Oh mein Gott. Ja, moin, Alter. Abfahrt. Dann machen wir's. Komm. Sehr viel Zeit immer noch. Ey, Bruder, du musst den Übershit haben. Digga, was ist denn, also... Was hast du da drinnen, Bro? Bluer Level 1, oder was haben die da reingepackt? Ja, irgendwie will der nicht rauskommen. Vielleicht hat der einfach den Stream geguckt und man hat einfach keinen Bock auf das Team. Ich sag's ehrlich, Digga. Weil ich dann gesehen, was mit den anderen passiert und dann denkt sich so, Ey Leute, ich bleib einfach in diesem Ei hier drin. Scheiß drauf. Dieses Ei braucht sicher noch sehr viel Zeit, steht bei Grö... also über 40 Eizügeln. Das, was eigentlich nur legendäre Pokémon haben. Ich hab das Gefühl, dass wir jetzt gerade so denken, da ist was überkrasses drin und dann ist da so ein Taubsee drin oder so. Ich will mich nicht zu sehr halten da drauf, dass da jetzt was geiles drin ist, sag ich ehrlich. Aber genau deswegen möchte ich das jetzt einfach hinbekommen. Ist mir jetzt egal, wie lange das dauert, ne? Digga, wenn das Ding jetzt sein erster Fight oder so stirbt. Oh mein... Bruch. Ich bin wieder hier, by the way. Ich hab durch meinen Toilettengang genauso viel Zeit verloren, als hätte ich einfach... Hätte ich normal die Toilette aufgesucht. Wirklich, es hat gerade zwei Minuten gekostet, wieder herzukommen, um weiterzumachen. Es war null Prozent worth. Was wäre eigentlich, wenn er an die Plätze von den Legendären kommt, dann steht da ein Taubsee. Äh ne, die legendäre Pokémon sind ausgetauscht mit anderen legendären Pokémon. Also da ist dann safe ein legendäres Pokémon. Ja, wir sind einfach schon seit 50 Stunden am Zocken, Junge. Ganz übeles Ding. Fühlt sich nicht so an. Was steht bei deinem Ei mittlerweile? Bei was? Was steht bei deinem Ei? Äh, warte. Freunde, Postchamp. Warte mal hier. Es wird sicherlich noch lange dauern, immer noch dasselbe. Ja. Boah. Ey, Basti, wenn du jetzt was krasses bekommst und bei mir ist ein Pokémon was wir hatten, dann, äh, ich sag ehrlich, dann löschen wir den Part vom Bot oder so und ich fang schnell auf Undercover 1 in Fullscreen. Ich fang kurz in Onyx oder so, irgendwas. Ja, rein theoretisch müsstest du dann einfach ein neues Ei machen. Danke für die Dono. Ja, ich glaub, äh, 12.000 Leute sind grade, äh, schlafende Viewer-Bots. Äh, was los? Dann besorgst du dir einfach ein neues Ei. Ja moin, Alter. Mh, okay. Also, nur mal Update. Es steht immer noch sehr viel Zeit bei mir. Brrrr. Bruder, wir sitzen hier noch locker eine halbe Stunde. Ist mir egal. Wir müssen, wir haben sonst, also wir müssen ja die Arena machen, Bro. Wir haben keine anderen Spots. Ja, das ist halt, also, mich fucks auch, aber du hast recht. Ich werde das Ding auch leveln bis meinetwegen sieben Uhr morgens. Ist mir so scheißegal, Kevin, dann musst du durch. Oh mein Gott. Du wolltest hier 24 Stunden dicke Aktion machen, dann machen wir das auch. Ich bereu's. Ich hätte einfach Polybridge 3 zocken sollen auf Chili. Ja. Ja, bei mir, wo ich langfahre, brüllt die ganze Zeit ein Weilord. Und das ist einfach wahrscheinlich das Weitere, was ich freigelassen hab. Laut ChatGPT könnt ihr auch die Tauschen das schneller machen. Bruder, ChatGPT sagt, dass ich Dibitri mit vornam heiße. Ich glaub hier gar keinen. ChatGPT soll erstmal seinen eigenen Scheiß fixen, bevor die uns irgendwelche Goofies Tipps für Pokémon geben. Okay, das Problem ist, wenn mein Ei noch nicht auf dem Stand ist von deinem Ei. Und ich schon weiß, wie lange du gebraucht hast, um von diesem Status auf den anderen zu kommen. Ja. Also was würdest du jetzt machen? Eine Stunde Fahrrad fahren? Ja. Was würdest du machen, wenn ich dir jetzt sage, es ist safe eine Stunde, die es dauert? Würdest du es dann machen? Ja. Dann würdest du jetzt eine Stunde Fahrrad fahren? Ja. Okay, und ich hab 65 Stunden einen Diazombi gesucht. Würdest du sagen, das ist normal? Nein. Aber das ist ja mein Ziel. Würdest du sagen, das ist normal? Nein, Bruder wird 24 Stunden ein Pokémon-Spiel für Dreijährige. Nicht für Dreijährige. Selbst wenn wärst du sehr scheiße für ein Spiel für Dreijährige. Der Typ baut 24 Stunden Netherrack ab. Der macht alles. Hey, hey, hey. Wir auch. Ich auch, okay? Die anderen auch. Isan so auch. Ja, obwohl Isan nicht ganz 24 Stunden. Ich sag mal, zweieinhalb Stunden oder so wurden da ein bisschen die Augen ausgeruht. Das ist wirklich crazy, ne? So... Isan und Hugo hatten echt Probleme damit 24 Stunden Streams zu machen. Das ist ja nicht so ein routinierter, alteingesessenes Streamer. Ja, aber ich check das wirklich nicht, weil eigentlich sind die doch viel jünger. Also, früher sind mir 24 Stunden Streams einfacher gefallen. Was? Wirklich? Was würd ich sagen? Mir fällt das so viel leichter als früher. I don't know. Also, der hier ist easy. Oh mein Gott! Oh mein. Oh mein Gott! Ja, mach halt. Soll ich? I guess. Wie? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist jetzt so wichtig! Okay? Ja? Okay, den hattest du schonmal, aber ich hatte den noch nicht. Ja, das war die Finale. Bob... Bob ist zurück! Bob 2! Bob 2! Bob 2! Das ist geil, der ist gerestoppt! Bob! Aber ist okay, den kann man eigentlich ganz gut leveln. Ist eigentlich stark. Soll ich den jetzt schon leveln? Ja, mach schon mal, Bro! Okay. Bob 2, Freunde! Bei mir ist immer noch sehr viel Zeit. Krass! Okay, heftig. Meint hier ist es so, dass wenn da steht, es dauert, also gerade steht ja bei dir sehr viel Zeit und irgendwann steht dann da lange. Ist es dann so, dass lange bedeutet, hey du hast die Hälfte geschafft oder bedeutet es, hey es sind noch 5000 Schritte. Also es ist eine absolute Zahl oder sowas wie die Hälfte. Ja, aber das ist schon, dass einfach eine bestimmte State dann einfach abgedingst wird. Abgefragt wird. Was meinst du? Ähm, also ab einem bestimmten Punkt einfach, oder? Also ich glaube es ist ja egal, ob 50% oder ob so viele Schritte, ist ja am Ende dasselbe. Naja, ist es ja nicht. Guck mal, was ich meine, wenn du, wenn du, du hast jetzt ein Ei, das braucht 10.000 Schritte und eines braucht 20.000. Dann würde bei den 20.000, würde dann bei 10.000 Schritten schon stehen, dann würde es switchen auf lange, you know? Und bei den 10.000 bei 5.000. Wenn aber bei beiden das bei 5.000 switchen würde, wäre es ja viel aussagekräftiger, wenn das gleich gucken würde bei dir. Dann wissen wir, wir haben es bald. Ich denke, ich fahre einfach weiter gerade, what the fuck. Hä? Bruder, holy shit, Alter. Jetzt geht es gerade aber hier, jetzt geht es aber los, Leute. Jetzt geht es aber langsam los. Jetzt geht es aber langsam wieder an die Substanz, Alter. Dein Team sieht eigentlich echt cool aus. Ey, wie level ich den jetzt? Einfach an die erste Stelle und dann swappen? Ja, ist halt scheiße, wenn du jetzt halt so hoch... Ist mega risky, Alter. Aber XP, Tyler, muss ich Crackspy wegpacken. Ja, kann ich machen, dann ich jetzt. Ja, ich benutze jetzt meinen eh nicht. Ja, ja, Crackspy kommt in die Scheißbox. Wo er hingehört. Ich gehe auf jeden Fall ein paar Stunden duschen, glaube ich. Machst du so einen taktischen? Duschen immer, ja, weil ich mich dann wohler fühle. Bruder, ich sehe hier wirklich in meinen Augenwinkel Leute langlaufen. Aber da ist niemand. Digga, ist alles okay? Ja, nein, es ist nur so da ganz hinten. Es ist hier so, rechts ist hier so ein relativ langer Gang, weil es hier so in mein Schlafzimmer reingeht und in den Flur. Und ganz hinten am Ende ist eine Scheibe, wo sich alles, was ich hier mache, drin spiegelt. Und ich sehe mich selber da hinten bewegen. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ich verliere aber den Verstand. Ich habe immer noch sehr viel Zeit. Wie ist eigentlich die Regel? Wenn ihr einen Encounter nicht fangt und dann in einem anderen Gebiet der gleiche kommt, dürft ihr den fangen. Äh, nein, dann ist er weg. Und ich glaube nicht, dass sie uns noch ein Ei gibt direkt. Aber ich kann mal gucken. Jemand meint, dass sie uns direkt noch ein Ei gibt. Und ich try mal, aber ich denke mal nicht. Wäre ein bisschen random. Leute, ist das jetzt basically die Ko... Also ist das eigentlich die Bestätigung, es muss ein Legi hier sein? Ich habe wirklich ein Legi in meinem Ei. Oh mein Gott, Bruder, verlass dich nicht drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass du sowas hast wie eine Weiterentwicklung oder so. Ich sehe mich im Ostflügel meiner Villa im Spiegel. Mann, Digga. Digga, Kevin. Du checkst, dass dein Level 1 vor Stalker eventuell einfach so ein Legi von mir zerballern kann. Ähm... Ich muss halt jetzt aufpassen, ne? Dann müssten Kokowai und Taubos weg. Kokowai hast du auf 118 geskippt. Ja. Zeudo-Legi geht auch, aber ist doch geil. Bro, Basti. Oh, ich bin muted. Bro... Meine Schlafparalyse konnte mich nicht bewegen. Ja. Dann kam eine schwarze Gestalt durch die Tür durch... Was? Ich habe vielleicht schlechte oder gute Nachrichten. Was denn? Wir haben Kokowai auf 118, unter 118 geskippt. Technisch gesehen dürften wir also Taubos und Kokowai nicht haben. Wie sollen wir die geskippt? Wir müssen die zurückgeben und dürften dann da neu fangen. Warte, was? Warum? Weil wir die schon mal hatten, als ersten Encounter. Das waren die drei Skips. Aber war das dann der vierte, der dir gezählt hat? Oder war das dann unter den drei Skips? Warte, worüber redest du? War der vierte? Worüber redest du? Pass auf, folgendes. Die Pokémon, die wir beide auf Slot 2 haben. Ja. Den Typen, den ich auf Platz 2 hab, Den hatten wir schon mal, aber wir haben den nicht gefangen, weil deiner Arsch war. Und dann haben wir gesagt, wir skippen die. Dadurch, dass wir die aber schon mal encountered haben, dürfen wir die nicht nochmal fangen irgendwo anders. Weil das war sozusagen unser erster Encounter. Wir haben erst vorher dreimal resetet, weil du was bekommen hast, was wir schon hatten. Dann hab ich aber was bekommen. Also dann hab ich was bekommen und du hast was bekommen. Für mich war das dann sozusagen der Erste, der gezählt hat. Und den haben wir dann nicht genommen. Also das zieht so mit rein? Ja. Das ist die Regel. Ja, ja, ja. Hundertprozentig. Und wir dürften die nicht schwanken. Wir dürften, wir dürften das nicht haben. Was heißt das jetzt? Wir müssten die eigentlich freilassen. Achso. Ja. Aber was machen wir, wenn da jetzt ein Haufen Scheiße kommt? Ich glaube nur, bist du dir sicher? Du hast die Frage. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir es nicht fangen. Ah, das weiß ich nicht. Nicht gefangen zählt nicht doppelt. Ist auch nicht der Ultra-Encounter, aber es ist halt ... Ja, ich bin nicht gerade. Ich meine, wir haben es nicht gefangen, oder? Wir haben es nicht gefangen. Dann haben wir es nicht doppelt. Vielleicht zählt es doch. I don't know. Dann muss der Pokéball vor dem Pokémon sein. Ja, war es nicht. Okay, dann zählt es. Okay, dann ist alles good to go. Gut, dann neverminds. Digga, wirklich, wenn Bob stirbt, dann ist es vorbei. Digga, bitte mach nicht Bob als First Dings. Ja, aber wie soll ich denn das leveln? Du hast doch extra deinen Reptile genommen. Achso, ja. Stimmt, stimmt. Ja, ja. Basti hat sein Ding getötet, deswegen bist du geflüchtet. Okay, das heißt aber, wir haben ihn nicht gefangen, oder irgendwas. Das heißt, es müsste legit sein, und wir dürfen ihn behalten dann. Hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt. Weil es ja wirklich abhängig ist vom Fang. So, Bob kommt jetzt erstmal ein paar Level ab hier. Ab, aus. Oh, ist es nur noch lange dauern bei mir? Oh mein Gott, let's go. Geil, dann bist du auch gleich durch. So. Saus. Romano. Knicks. Onka. Kuss. You want to dissolve. Bob. Bob 2, Junge. Mega, Bob gibt Vollgas. Kann man das Ei auch kochen? Man kann Nudeln kochen warm. Man kann Nudeln machen warm. Geil. Legendary. 10.000 jetzt noch. Ja, machst du. Machst du doch locker. 20.000 hab ich wohl jetzt gemacht, und 10.000 fehlen mir jetzt noch. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben zu fahren. Ja, dann schreiben, dass bei dem schon wieder hell wird, boah. Bei mir ist doch alles dunkel. Bei mir ist noch nix hell. 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 Ich hoffe, er kriegt Gold aus seinem Eimer Driller. Vor allem das sind keine CSGO Cases, die wir aufbauen. Ich muss aber sagen, wenn du jetzt was okayes bekommst, dann ist Bob 2 eigentlich echt nicht so bad. Kann sich Bob noch entwickeln, Jeff? Haben wir da noch irgendeine Entwicklungsschunz? Nein? Okay. Jetzt frag ich mich auch, was ist das für ein Symbol von der Map mit dem Trainer da oben? Was ist das? Das mal wieder kommt. Gucke, jetzt. Jetzt ist es hier hinklicken. Jetzt ist es wieder da. Welches ist denn Boden, Bro? Rematches? Oh! Ja, was du meinst gerade? Ja, oben an der Kante des Bildschirms? Ja, ich bin die ganze Zeit im Überzeugpunkt zu einem. Was meinst du, Basti? Was bei dem Trainer? Jetzt hier auf der Karte, guck mal. Ah, da unten. Da muss Bob Gyro Ball, weil er ist extrem gut, weil er sehr langsam ist. Ja, aber wo kriegt die VM oder die TM dafür her? Oh ja, zu, ich hab so ein Ohrskip, my bad. Hatte mal eine Schlafparalyse, konnte mich nicht bewegen. Dann kam eine schwarze Gestalt durch die Tür durch und es war der dann angefangen hat mit seinen Riesenaugen nicht durchbohrt hat und dann angefangen hat zu twirten, bitte hilf mir, hilf mir. Es war Mr. Krabs, der angefangen hat sich mit... Ich find's ja cool, dass ihr beide bei eurem Nintendo-Dios in den Entwickler-Einstellungen den Mauszeiger angemacht habt, da kann man besser folgen, wo er hinfliegt. Ja, normal. Find ich auch mega nice, dass man das aktivieren kann, Bro. Richtig fresh. Big Feature. Was ist denn in seinem Ei? Ich glaube irgendwas krasses, also... Davon geh ich jedenfalls aus. Kevin, also die Story jetzt hinter dem Ei-Pokémon ist ja jetzt noch ein bisschen emotionaler, also das jetzt relativ früh zu verlieren wäre echt scheiße, ne? Ja. Lass uns einfach... Lass uns einfach nicht drüber reden. Weil es wird... Wir verlieren's einfach nicht. Bruder, also der Kollege levelt wirklich langsam, Alter. Der ist level 9. Ah, Brügel. Okay. Wir können auch so... Also... Sollte ich jetzt wirklich was krasses bekommen, dann kannst du ja so ein bisschen so Datenschutz 2.0 machen. Weil du wirst dein Impulgator halt auch an sich nie verlieren. Weil ich mit dem anderen nie fighten werde. Boah, dann zocken wir aber sozusagen... Also jeder von uns zockt dann mit fünf Pokémon. Weil es super wäre dann jeweils ein... 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 Ein Arsch aufhaben. Yeah. Jetzt für Schlafparalysen kommen. Ist es Zeit für Basti's Cam ever? Was steht jetzt bei dem Ei her? Das wird jetzt... Nee, Bro, fürs Metal. Fürs Metal. Die gute Cam. Die gute Cam fürs Metal Jam. Spawn Trap ihm sein Ei. Digga, kurz wenn's crack, dann lass ich einfach... Dann mach ich dieses Finale bei dem Arzen. Und lass ihn hoch springen. Digga. Wenn man vom Ding her jetzt Pokémon ohne 3DS spielen will, gibt's da nen Video, wo das erklärt wird? Ja, ja. Beziehungsweise wäre das kompliziert? Nein, nein. Das ist nicht kompliziert, Bruder. Wir haben das hier in 15 Minuten eingebracht. Das ist safe for bug bei mir. Das ist ziemlich gut gemacht. Äh... Du schaust aus wie der Real Boss von unserem Team. Stark. Stark Datenschutz. Gute donation. Digga, Basti's Tauboss heißt einfach Real Boss. Was? Digga. Wie, du spielst nicht auf dem 3DS? Ich zeig auf dem 3DS. Tot, tot. Ey, Bruder, hier können wir wirklich immer so zwei Pokémon im Wechsel gerade, die ich beide one-shotten kann. Das ist ein Traum. An sich echt guter zum Leveln. Welches Level sind deine zwei guten Pokémon, Bro? Ja, ja. Meine zwei guten Pokémon sind auf Level 32 und 31. Okay. Also Tauboss auch? Nein, Bro. Wann soll ich einen Tauboss gelevelt haben? Ja, okay, okay. Na, man meint. Und Tauboss ist welches Level? Weil das ist ja auch jetzt nicht so bad. 19. Okay. Sag doch das Video, Bro. Gib einmal ein bei YouTube. Was? Der seit ja fünf. Ist so easy. Was? Könnt ihr mal ein 3DS-PC spielen? Und dann klickt das erste Video an. Was? Wie habt ihr das hierhin überlebt? Was? 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 Irgendwie traue ich ihm nicht, dass er auf dem 3DS zockt. Doch, meiner ist pink. Und was ist es blau? Aber der ist unter dem Tisch. Aber der ist unter dem Tisch. Und ich bin nebenbei bei Habohotel am Chatten. Deswegen bin ich an der Tastatur und spiel mit meinen Füßen. Bro. Ihr zwei seit Real Talk die beste Unterhaltung ever. Ey. Kuss, Kuss, Bruder. Was würdest du schätzen? Wie lange brüte ich dieses Ei aus? Boah, halbe. Ja, oder? Weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass es Worth ist, Mann. Das ist das einzige, worüber ich mir gerade Sorgen mache. Stell dir vor, jetzt können wir da gleich wirklich übertriebener Scheiße. Heute bist du mein Papa Leone. Also wirklich. Kuss, was auch immer das heißt. Ich würde wirklich an allem zweifeln. Ungefähr 57 Minuten schon. Nein, 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 nein. Nicht für real. Haben wir eine Stunde dieses Ei jetzt schon gemacht? Seit vier Uhr? Nein, niemals. Ich kann ja gucken... Kann man ja nicht gucken, um welchen Uhrzeit wir es erhalten haben? Ja, da steht nur der Tag. Doch ungefähr. Seitdem der Timer bei... Seitdem der Timer bei 13... äh, 13 Stunden und 44 Minuten ist. Ja, das kommt hin. Das matcht mit dem, was Chad sagt. Oh mein Gott. Oder du machst es seit einer Dreiviertelstunde. Bro, es steht jetzt bei mir was Neues. Bleib dran, bleib dran, du hast es gleich. Es braucht wohl noch ein Reichen. Ja, du hast es gleich, du hast es gleich, du hast es gleich. Das habe ich nicht mal gesehen, das habe ich geskippt. Ja. Noch 2500 Schritte. Äh, Bruder, ich habe Bodycheck. Soll ich das gegen Tackle machen? Ja, das ist besser als Tackle. Hat aber auch Rückstoß. Also du kriegst noch nichts damit. Ja, genau. Bro, Real Talk nach, also nach all den Strapazen und so weiter. Ich hätte es jetzt auch ein bisschen verdienen, muss ich sagen. Bruder, wir hätten es... Wir hätten es verdienen, finde ich. Wir sind ein Team, ja. Gleich Latias, dann dreht es mich in drei Galaxien. Digga, Alter. Wenn da jetzt ein krasses Pokémon kommt, was wir aber schon hatten und dadurch nicht nehmen dürfen. Freude wirklich, dann ist es vorbei. Alter, dann ist es vorbei, dann boxe ich mein Bildschirm ein. Bro, wenn da jetzt Regi-Rock oder so ein Scheiß-Legi drin ist. Oh mein Gott, Digga. Oder es ist da jetzt so ein... Was ist ein richtig schlechtes Legi? Weiß ich nicht. Oder so Glurak oder so, weißt du, so gutes Pokémon, was du durchnehmen kannst. So, oh mein Gott. Oder Zillibi wäre auch nicht so geil, ne? Zillibi wäre auch nicht... Wäre nicht bad, I guess. Aber wäre jetzt auch nicht der Mega-Brüller. Also da würden wir jetzt nicht im Kreis springen. Hirashi wäre nicht sogar... So krass wie immer noch knapp 14.000 Leute dabei sind. Da ist extrem stark. Ja komm dann. Respect an alle, die noch wach sind. Bro, dann davon sind mindestens 13.500 gerade am Pennen. Real Rap. Wenn ich einen Anspruch stellen dürfte, dann würde ich auch wirklich Feuer oder Elektro mir wünschen, aber... Ja, Lüge. Bro, Lava-Gast. Ich find's auch so geil, ich enjoy's sehr. Guck mich, dass ihr's auch enjoyt. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir um 4.45 Uhr doppelt so viele Zuschauer haben, wie ich bei Zelda hatte. Ich möcht's nochmal... So Primetime, ich möcht's nochmal kurz erinnern. Nochmal kurz ein Zelda-Incident. Damit ihr checkt, wie schlecht die Zelda-Streams gelaufen sind. Man kann schon etwas hören, es wird wohl bald schlüpfen. Oh mein Gott, Bruder, mach. Mach's. Bitte, 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 bitte. Ich will nochmal kurz weggeppen. Kevin hat verkackt. Basti hat verkackt. Kevin verpackt wieder. Somit 14H für drei Orden. 10H-Touren für weitere 5 Omega-Null, aber nur zum Bestes-Stream-Duo. Mega-Content. Puskos, Brody, Puskos. Ja, ich hoffe, wir können's comebacken irgendwie. Ja, ich kann so... Brody, Fallhöhe ist grad unfassbar hoch, ne? Ich erwarte das geilste Pokémon, was es eigentlich nur gibt. Ja, hier. Ich glaube, es kann... Also... Metang oder wie heißt... Kevin, du musst mich auffangen. Wenn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eine Stunde! Eine Stunde lang! Oh mein Gott, du bist eine Stunde hin und her gefahren. Wenn da jetzt Scheiße drin ist, Bruder, dann verliere ich nichts. Oh mein Gott! Soll ich machen? Oh mein Gott! Good luck, Bro! Come on, bitte! 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 Digga! Eine Stunde! Für ihn! Ich kack ab! Ich kack ab! Ich kack ab! Ich sag gar nicht! Bitte sag was! Digga! Bro, das ist halt... Also, dass es kompetitiv gesehen ist, ist unfassbar stark, ne? Aber ich hab echt vieles erwartet, aber... Ja, ja! Es ist nicht so shit, aber... Bro... Holy shit! Ey, man... Ich dachte auch, also... Es ist gut, aber es ist jetzt nicht so krass, wie ich's erwartet hab, Bro! Oh, man! Ich hab kurz gehört, es ist Pixi, aber... Also, es hat unfassbar viele... Den ist einfach eine Stunde zusammengeschrieben. Ich hab's Legi 30k genannt. Auch stark! Oh mein Gott! Das Ding hat eine überragende spezielle Verteidigung, aber physisch fällt das Ding direkt um, ja. Höchster KP-Wert ingame. Ja, das könnte Vylaut 2 punkten. Ich find's gut, dass du ein... Ein Tang von Bastri... Ist gematcht mit einem Typen, der sich selber hochsprengen kann bei mir. Das ist wirklich... Eine sehr geile Kombo, wie ich finde. Da haben wir wirklich eine traumhafte Kombo auf jeden Fall zusammengestellt bekommen. Hatte Basti nicht sogar schon Chaneera als Vorentwicklung? Warte mal. Ey, Pipi. Chaneera hattest du wirklich, oder? Nein, Pipi hatte ich. Ja. Das wär jetzt die Krönung noch, alter. Digga, er fliegt 180 Grad. Ein Pokémon-Galopper. Okay, ja. Boah, aber Kokoboss ist geil unterwegs gerade. Kokoboss auch fast geht auf die 30 langsam. Das ist geil. Äh, Imperator oder was? Ja. Ja. Würdest du mir bitte erklären, warum ihr keinen Sonderbon-Hack benutzt? Weil wir es durchspielen wie fucking Männer und nicht uns mit irgendwelchen... ...lebe ich als Pokémon noch oder ist es mal wieder ein krasses GG? Ja, ja, ja. Der Zeit-Waste gehört zum Challenge dazu. Dass man die Konzentration über die Zeit hat. Lebe ich als Pokémon noch oder ist es mal wieder ein krasses GG? Du lebst noch. Du lebst noch. Du bist noch am Leben. Du bist gerade hier auf dem Screen, basically. Du hättest also einfach auch kurz zwei Sekunden warten können. Oder hättest du einfach keine fünf Euro donaten müssen. Aber danke für die fünf Euro. Die nehm ich. Kuss, kuss. Vielen vielen Dank, man. Alright. Ich glaube, ich werde eine Scheiß-Rund tätigen. Cool. Weite Basti nicht am Anfang, drei Stunden vor Arena. Ja, das Ding ist... Aber es gab an dem ein oder anderen Incident, über den wir nicht reden. Und danach wurde es schwieriger. Man kann ja auch nicht... Also, jede Arena dauert ja auch ein bisschen anders. Wir sind ja basically in der vierten. Wenn wir die vierte haben, dann haben wir die Hälfte und dann sind wir bei zwölf Stunden. Dann passt das. Dann sieht es wieder ganz anders aus. True. Kann ich hier oben ein bisschen noch die Frau? Ist noch hier? Ja. Nee, die ist weg. Nee, die ist weg. Okay, und ich habe so keinen Bock, Dings hochzuleveln und fucking Datenschutz, ne? Digga, was machen wir mit Datenschutz, Bro? For real, aber... Oh mein Gott. Ich dachte, ich muss jetzt in den Falltier. Okay. Ich bin wieder in der City. Schau nochmal wegen ein Ei. Ich glaube nicht, dass die Jungs dann einfach irgendwann ein neues Ei random nehmen, Bro. Oh, Rituck, ich glaube auch nicht, dass wir, dass ihr, wir, wer auch immer Bock hat, jetzt grad nochmal ein neues Ei auszulegen. Oh mein Gott, stell dich vor, jetzt noch ein Ei. Dann nochmal eine Stunde rein, ja? Und... Oh Gott, ich hatte grad ein bisschen Angst, dass es mir noch eins gibt, um ehrlich zu sein. Zieht ihr länger durch, wenn der Run noch geht, nach 24 Stunden, oder geht's dann andersmal weiter? Entscheiden wir dann, aber, also, müssen wir gucken. Das ist ja auch erstmal noch eine lange Zeit. Wer weiß, wo wir in 12 Stunden sind. Genau. Du nimmst denn, ähm, Dostum, Reptan hast du jetzt gar nicht mit, ne? Äh, wer ist Reptan? Crikspie. Achso, ja, Crikspie hab ich in die Base gebracht. Äh, weil der zu hoch ist, und dann kann ich XP-Taler usen, so. Dann muss ich ja auch machen. Wer ist Reptile? Mann, Junge, ich kenne diese ganzen Namen nicht ausführlich. Ja, Bro, aber ich kann eigentlich jetzt nicht ohne... Nee, also, ich kann jetzt nicht ohne Emerald fighten, weil dann hab ich nur ein starkes Pokémon. Ja, ja, das stimmt. Ähm... Ich glaube... Warte mal, welches Level ist denn der bei mir jetzt zwischen... Er ist ja mit 14. Ich glaube, ich kann ihn am Anfang reinnehmen und dann wechseln. Ja. Ist ein bisschen painful, aber es geht. Ich muss jetzt nur einmal komplett den Weg, den ich gerade gelaufen bin, jetzt nochmal laufen. Weil du diese Entscheidung gerade gefällt hast. Aber sonst... Ist das dumm? Aber ich mach's schnell. Warum geh ich denn jetzt trotzdem zum Trainer? Oh nein. Alles unter Kontrolle, Kevin. Sag mir bitte, du schaffst es. War dich schon oben links in der Höhle, Anne? Oben links in der Höhle. Also, meinst du auf der Karte oben links? Oder jetzt hier oben auf dem Berg? Ich glaube, das war mir schon, ja. Hat 65k Glurak-Karte, aber kennt keinen richtigen Pokémon an. Egal, Glurak ist 1997 Shit. Jedes Kind kennt Glurak, what the fuck? Alles in der Gruppe, ich kann ja heute ... Weiter-Karte. Bitte keinen Encounter, bitte keinen Encounter. Ah cool, ich hab auch so eins. Das sagt mir einer, der nie Harry Potter geguckt hat. Ich habe jeden Harry Potter Teil geguckt mit dem Chat. Und ich könnte mich an absolut nicht ein einziges Detail erinnern. Und ich könnte 0% sagen, was zum Fick in der Story passiert ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Äh, ich picke mein Arzt jetzt. Ja. Gibt es eventuell im Geheimversteck, was, wo ihr Pokémon fangen könnt? Nee, das ist doch diese Base, die wir haben, oder? Ist das nicht das Geheimversteck? Ähm... Frage. Yo, Papa, habe heute Dreiviertelkasten Bier weggemacht. Digga, Sternzeichen Dorf einfach. Digga, frech. Also ist jetzt der Plan auf jeden Fall... Oh, was macht er denn hier? Also ist der Plan jetzt auf jeden Fall, also jetzt unsere Eier noch hochzuleveln. Jaaa... Cool, Mann. So richtig Bock hast du auch nicht drauf, oder? Ja, aber was sollen wir sonst machen? Arena. Und dann? Und dann? Also wir müssen ja jetzt Subpoint leveln. Wir haben keine Wahl. Ja gut, okay, wenn wir Arena schaffen, kriegen wir neue Slots und wir sparen uns ein bisschen vom Levelprozess. Okay, I guess. Aber dafür müssen wir es erst mal schaffen, so... Ja, stimmt. Also, ganz ehrlich, Schildev, wir verkacken jetzt so ein bisschen neu anfangen. Alter, das bricht nicht komplett. Ja. Ja. Das, um 5 Uhr morgens komplett neu anfangen? Oh mein Gott, vorbei. Bro, das ist eine Feuer-Arena. Hol Wassersäulen. Sehr ruhig. Da steht groß... ... zwischen Bastis und meiner Facecam. Ist ein großer Randomizer. Randomizer. Schriftzins. Weil es mich halt null juckt, Lule? Was ist dein Lieblings-Film, Oldtime? Ach, die Leute werden es nie verstehen. Boah, du sagst es. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Oh mein Gott. Ach so, den XP-Teil aus. Hab alle Harry Potter-Teile mit meiner Freundin geschaut, kann mich auch an nichts erinnern. Weil es mich halt null gejuckt hat. Nee, ich fand's echt geil. Harry Potter war cool, aber... Es gibt keinen neuen Encounter nach dem Orden. Doch, Wüste. Wir kommen danach in die Wüste. Ja, also das auf jeden Fall. Aber es hat einen Encounter, das ist jetzt auch nicht die Welt. Aber da gibt's doch die Fossile. Äh, okay. Minus 5. Ja, ich level jetzt Real Boss noch weiter. Ich level jetzt erstmal Real Boss. Primär. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Ei, also ob ich das Ei so viel gebe. Willst du sozusagen mit drei guten Pokémon in die Arena? I guess. Können wir machen. Können wir machen. Wäre ich dauernd. Also... Ich hab aktuell... Lass mich gucken. Ich hätte... Ich hätte... Bis zur Arena kann ich sogar mit vier guten Pokémon reingehen, glaube ich. Also ich könnte... Ich hab Tarn-Heli, Crack-Spy, Krokoboss. Rettung krieg ich wahrscheinlich auch noch so hoch gecrankt auf so 25 oder so. Und dann könnten wir weitermachen. Ich kann halt Tauber aus Stahl füllen gehen, ne? Ich kann halt Tauber aus Stahl füllen gehen, ne? Wenn ich jetzt Bob angreifen lasse und Bob dann irgendwie einen Schlag in die Fresse bekommt und stirbt. Dann bitte tut es Bob nicht an. Ich geb mein Bestes, Bruder. Wenn das passiert, hätten wir eine Stunde umsonst einfach das Ei ausgeblüht. Wir hätten eine Stunde gewastet, wenn diese beiden Pokémon sterben. Ja. Ja. Darnorn, Fabian, Holy Cringe, Cap'n'Fakie, Käfte... Every Saps. Mann, warum kommt denn jetzt kein Giflo mehr? Habt ihr bei dem 5. Orden schon geangelt? Mann, Bro! Äh, ja, ich glaub schon. Was los? Ich will, dass hier Giflo kommen, aber es kommt nur er hier. Warum kannst du den so easy finishen, oder was? Ja, also ich hoffe mit Tauber. Digga, jetzt auf einmal ist alles hell hier bei mir, ne? Das war die Sonne, Kevin. Ich will irgendwie so Rollos haben, die so automatisch hochgehen zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich glaub, das wird das erste sein, was ich in mein Future-Haus einbaue. Einfach so Dinger, die so um, die man so einstellen kann, dass die so um 10 Uhr oder so hoch fahren. Ja, ist schon ein bisschen cool. Sorry, nur du. Na, was geil. I don't know. Das ist bestimmt schon cool. Ich pushe mich seit 13 Uhr in Rocket League Platin zu kommen und ich bekomm es einfach nicht hin. Ey, Bro, spiel einfach mal ein Spiel, was Bock macht. Kannst du mal irgendwas anderes versuchen, Alter? Der fucking Rocket League Team ist die Scheiße. Was, die, was zockt mal wieder Rocket League? Hab ich wieder Rocket League Spiele? Wann wir es mal wieder machen? Nie wieder, also ich spiel kein Rocket League mehr. Okay. Maybe irgendwann, aber aktuell echt nicht so Lust drauf. Was denn? Nie, was denn? Warum? Hast du gelacht? Nee, ich hab nicht gelacht. Aber jemand hatte irgendwas gesagt, dass er seit 12 Stunden, seit wir angefangen haben, versucht er auf Platin zu kommen. Und dann meinte ich so, dass er mal was zocken soll, was echt Spaß macht. Ja. Aber Rocket League ist eigentlich das Game. Ist es auch. Aber, holy shit, Alter. Da musst du nicht rein-sweiten für. Ich fand es halt sehr toxic. Boah, waren aber good times früher. Immer diese Zweier-Matches, Junge. Das war der Grind. Ja. Boah, ich find's mega anstrengend, ne? Meine Operation von meinem Ohr ist immer noch am Nerven. Ich weiß nicht, ob das jemals weggeht. Aber mein halbes Ohr ist aber taub. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Stelle hattet, irgendwie wegen der Betäubung oder so, die so taub war. So mega unangenehm irgendwie. Mhm. Das stilte mich übertrieben. Wenn ich da so rankomme, ist es so mega weird irgendwie. Ja. Fühlt sich wie so ein Fremdkörper an. Ja, so mäßig. Rieber ekelhaftiger. Ey, Bob ist aber relativ schnell in der 16 gekommen. Also der ist jetzt, der ist eigentlich gleich im Rennen hier, Kollege. Bob ist ein Hustler. Ich bin nach M-Dritte-Orden zu ner Party gegangen und seh dann das. Aber sehr nice, dass ihr durchzieht. Ich wäre schon komplett tilt. Ja, Bruder, wir sind, wir waren auch schon komplett tilt. Es ist, also es ist die Erde. Boah, meint ihr, ich schaffe inzwischen schon Bob alleine einen Kill zu machen? Ich will es irgendwie nicht riskieren und außerdem muss ich eh beide leveln. Was hattest du an deinem Ohr? Wusste nur von einem fetten Eiter knuppen. Äh, die haben, ich hatte mein Trommelfell da geplatzt und die haben mein Ohr so hinter dem Ohr aufgeschnitten. Und dann haben die da so einen Knorpel irgendwie rausgenommen und hinter mein Trommelfell gesetzt. Und dabei haben die irgendeinen Nerv getroffen und jetzt ist mein, jetzt sind diese Nervenenden vor meinem Ohr nicht connected mit den Nerven halt, genau. Ich weiß nicht, ob es noch super ekelhaft aussieht, aber man sieht es ein bisschen hier. Hier so. Ich weiß nicht, ob ich es sehen konnte. Entschuldigung. Man sieht echt viel, ja, okay. Digga, ich bin vorhin eingeschlafen, da ist Basti so ausgerastet wegen einem Pokémon, was er nicht bekommen hat. Jetzt werde ich um fünf wach und sehe, dass ihr absolut kaum weitergekommen seid und Kevin über fucking Rollos redet. Was ist Tobodrea? Tobodreas Arsch, oder? Ah, weg. Bro, lohnt sich dieses Edelduck-Buch-Chat? Was ist los? Ich überlege, ob ich das hier will. Ja, ja. Mach Finale weg, das kannst du nicht einsetzen. Nein, Bro, Finale könnte Backup sein. Für irgendeinen Notfall kann es echt gut sein. Ja. Habe es mir gekauft, aber nie gelesen. Habe es mir gekauft, aber nie gelesen. Habe es mir gekauft, aber nie gelesen. Bro. Oh no. Oh fuck. Ey, cool. Theoxys. Poggers. Ich wollte in den nicht reinlaufen. Ich muss rein, ich muss volle Pulle. Ich glaube, das mit meinem Ohr ignoriert nicht. Ich glaube, das bleibt für immer so. Boah. Okay, Krokoboss ist auch gleich Level 8. 28, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich glaube, ich mache eine Zwischenheiler. Das ist wirklich gut. Also, ich habe auf jeden Fall drei sehr solid Pulle. Also, Craigspie, Krokoboss und Tarnheely sind auf jeden Fall sehr solide. Und Krokobai ist auf jeden Fall auch auf einem guten Weg. Also, wie heißt der? Rettung. Ja, mein Tauboss, der Real Boss brauche ich noch ein bisschen. Der Real Boss. Ich hatte ja ein bisschen einen verspäteten Start, weil ich war ja noch vorher mit einem anderen Pokémon abgelenkt. Ja. Einen guten alten Level 1, Bro. Wolltest du nicht eigentlich groß? Nö. Haben wir einfach reingekackt. Hehehe. Boah. Hehehe. Pokémon geht vor. Hehehe. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn du die beim Stream manchmal so einkacken würdest und es uns nicht so interessiert. Oh, Digga, Alter. Schattenvergaben. Nein, aber... Sei ehrlich. So ein bisschen verstehst du. Nein, du bist so dumm. Meinst du nicht? Was für ein bisschen nein. Schattenvergaben. Okay, von uns beiden. Wem würde man es eher zutrauen, dass er beim Stream sich einkackt. Oh mein Gott, Bruder. Von uns beiden. Wem würde man irgendwas, was mit Tuckets zu tun hat, mehr zutrauen? Wow. Oh mein Gott. Ja, aber irgendwo muss es ja her. Komm. Der Typ, der alle Flaggen auswendig kann oder der Typ, der jetzt in seinen E8 geschissen hat. Wer muss sein? I don't know. Oh mein Gott. Die Story erzählt es auch echt oft, ne? Ja, ist auch eine sehr gute. Digga, einfach bei 200 kmh eingeschissen im Auto. Genial. Immer ein Brüller. Immer ein Brüller auf jeder Party. Ich frage mich, wie die Leute reagieren würden, wenn man so auf einer Party so uns einfach so random erzählen würde. Ich frage mich, du sagst, wie die Leute auf einer Party reagieren, wenn du dir einkackst. Ja, das ist auch interessant. Ich hatte mal so ein TikTok auf meiner For You-Fage. Da hat so ein Girl gesagt, dass sie irgendwie von irgendeiner Moderatorin aus dem amerikanischen Fernsehen oder so so ein Tipp bekommen hat, dass man so seine Arschbarten auseinanderziehen soll, wenn man furzen muss. Was darf nicht auffallen? Und dass sie sich dann auf der Party einfach eingeschissen hat. Und dann wollte sie auf den Klo gehen und ihre Unterhose runterspülen. Und es hat aber irgendwie nicht geklappt. Und dann kam jemand anderes, das war irgendwie auf einer Hochzeit oder so, und dann kam jemand anderes, der meinte so, hey, hier hat jemand versucht, seine Unterhose, die voller Scheiße ist, runterzuspülen. Und dann waren da so sechs, sieben Leute, die in Frage gekommen sind. Er war voll gemein, warum sagt man das denn dann? Dann haben sie so alle ihre Hose ausgezogen, um zu beweisen, dass sie noch eine Boxershorts anhaben. Was laberst du? Das war das TikTok, Bro, hä? Mann, was, Digga. Das war das TikTok, was ich hatte. Und dann hatte sie als einzige quasi keine Hose an. Und dann wusste alle, dass sie eingeschissen hat. Ja, 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 ja. Ey, voll krass. Ich hatte die halt. Ja, dass du das auch zu Ende geguckt hast, wundert mich nicht so. Mann, scheiß TikTok, hab keinen Like da gelassen. Basti isst einfach elf Zehnten von mir, wenn man high isst. Nur dann. Ja, zeig's ihnen. Was würdest du sagen, ist das verrückteste, was du je gemacht hast? Das hier. Also, Streaming. Ja, aber ich mach mir so ne einzelne Sache. Das, was ich jemals gemacht habe. Boah. Ich glaub, by the way, dass diese Pogba-Musik sich einbrennen würde in meinem verdammten Kopf. Boah. Boah. Was würdest du sagen? Ich brauch mehr Zeit zum überlegen. Ja, das ist schwierig, ne? Hm. Also, was ziemlich crazy war, war dieses, dass ich in diesem Red Bull Jet da mitgeflogen bin, Junge. Ich dachte wirklich, ich passed out. Das war crazy. Ja, aber ist das das verrückteste? Hm, I don't know. Ein bisschen so, das ist so die A-Antwort, die man so, wenn man jetzt so was unternehmen könnte, die man dann so gibt. Ja, so. Auf Emma und Viara mein Eichelband beim Bumsen eingerissen. Digga, wirklich. Die Antwort kam viel zu schnell. Ähm. Was ist das Verrücktes, was ich je gemacht hab? Ja, ist echt ne richtig schwere Frage, ne? Ja. Oh, ich hab einen Mondstein. Damit hätte ich Pixi weiterentwickeln können. Jo. Rest in peace. Ähm. Also, was ziemlich crazy war, war, als ich mit Trimax auf diesem Hamburger Dom da so shit gefahren bin, weil da hatte ich wirklich Todesangst, weil das hat sich so angefühlt, als wäre das so locker an meinem Ding. Und Travis hat sich die ganze Zeit lustig darüber gemacht und man hat mir irgendeine Scheiße an die Backe gelabert. Wir sind da so gefahren und ich hatte Nojo richtig Angst, weil sich das nicht sicher angefühlt hat. Und er meinte so, er hat die ganze Zeit so neben mir gesessen und meinte so, ey, ist ja jetzt mega funny, wenn hier alles einstürzt und so, Bro. Er hat mich so abgefuckt und ich hab so richtig viel vorher auch gegessen. Und er meinte so auch, ey, es wird mich jetzt mega abfacken, wenn wir gerade so einen richtig dicken Burger gegessen und er hat so genervt. Ganz kurze Frage, waren wir auf Route 115 schonmal? Kevin, haben wir Route 115 schon abgeschlossen? Ich hab's nicht eingetragen. Wo ist Route 115? Kevin, haben wir Route 115 schon abgeschlossen? Ah, ich bin muted, ich hab's nicht eingetragen. Ich hab gesagt, wann bin ich muted? Bro, das ist ne neue Route. Wir waren mit langen Hemdärmeln Hände gewaschen. Hab ich diese ganze Story und erzählt, du hast dich nicht gehört? Doch, mit dem, ähm, mit Trimax, ja. Ah, okay. Es ist ne neue Route, Kevin, wir haben hier neue Encounter. Das sind neue Trainer und so. Ähm, okay, da muss man sagen, wie du dahin gekommen bist. Nee, Route 15 war Firnontor und Flunkkiefer. Ah, okay. Hat sich schon anledigt. Das war's komplett, Digga. Miluthek ist so unfassbar cool. Ja, Mann. Ist aber keine Lettende, oder? Nee, ich hab damals mal ein Barschwar geangelt. Das hat, ähm, das hat, das, du kannst dir nicht vorstellen, wie unfassbar schwer das ist, das Ding zu angeln. Sehr schwer. Ja. Okay. Das verrückteste, was ich gemacht hab, war mit langen Hemdärmeln, Hände gewaschen und die sind nicht nass geworden. Krank. Crazy Story, dog. Wer ist Barschwar, ich hab keine Ahnung, wer Barschwar ist, boah. Boah, ich switche mal auf Safeness weg, glaub ich. Wir können es grad nicht leisten, noch ein Pokémon zu verlieren, wa? Haben wir schon ein paar verloren, wa? Freunde? Ja, 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 ja. Egal, Barschwar oder irgendwie so ähnlich, ist der Typ, der uns damals Dota 1 bei Walker 3 erklärt hat. Sie juckt jetzt zwar grad niemanden, aber daran musste ich grad denken. Das entwickelt sich auch ganz komisch nur, braucht besondere Werte, ETC. Ja, muss Schönheitswerte ganz hoch haben. Kann man die leveln oder wie? Ja, so wie du das halt für diese Wettbewerbe machst, weißt du? Ja. Ja, ich zeige mich. Ja, so wie du das halt kochen! Ob das so kain ist, ist der Typ, das so kain zu entwickeln. Barschwar ist laut Pokémon Lore das hässlichste Pokémon von allen in Pokédex-Einträgen, stets so was wie das keine es haben will weil es so hässlich ist. Oh, Puder, wie gemein. Der Arme, Junge. Der Arme. Naja, hier angeln kommen dieselben Pokémon, Leute. Der ist so, ne? Der findet sowas raus. Der sitzt da und denkt sich so, oh shit, Bro, ich level den jetzt irgendwie auf irgendwie 50er Schönheit. Und dann check ich mal, ob man den entwickeln kann. Das ist ja schon vorher released worden, die Info, wie man den entwickelt. Von wem? Vom Spiel, vom Hersteller? Meinst du? Natürlich, Bro, natürlich. Ist aber auch hässlich die Arschkuh. Aber, also, I don't know. Meinst du so, vielleicht in so Official Tip Books oder so? Ah, natürlich, das ist doch nicht geheim. Weißt du, wie viele Infos zu dem Spiel? Alles, es gibt schon Komplettlösungen, bevor... Ja, aber Nintendo set die doch nicht selber. Aber es ist auf jeden Fall, also... Es ist auf jeden Fall bekannt. Also, wenn Nintendo sich nicht selber zählt, musst du es ja immer mehr probiert haben, oder? Bro, das ist schon vorher bekannt. Pokémon Blau Komplettlösung hatte ich von Nintendo. Wie dumm, warum senden die ihre eigenen Lösungen für dieses Game? Hä, du willst doch, dass die Leute das Spiel durchspielen und nicht verzweifeln. Ja, dann soll die gut werden, what the fuck. Ja, ne, das ist echt nicht so smart. Das ist so, als würde man Leuten eine Box verkaufen, die sie nicht aufmachen können. Und dann verkauft man denen nochmal für zwei Jahre mehr den Schlüssel dazu. Mega genial. Also, guck mal, in drei Tagen kommt das nächste Minecraft-Update, die 1.20, raus. Und man weiß jetzt auch schon alles Feuer davon. Ja, aber hä? Also, weil es halt auch eine Beta-Zugabe und so... Ich glaube jetzt nicht, dass sie... Dass man jetzt im Pokémon-Launcher hingehen konnte und dann mal auf Sponti die neue Pokémon-Au-Beta-Edition shoppen konnte auf seinen Gameboy-Color. Nintendo hatte doch die Hotline, die mega teuer war. Da hast du angerufen, um Tipps zu kriegen. Hatten die wirklich so eine? Beta ist 14 Jahre her. 14 Jahre her, ja, das ist Kevin. So, tipp mal, da gerade es gab früher eine Hotline von Nintendo, da konntest du mal anrufen, dass du Hilfe bekommst, you know? Ja, gibt Sinn, das war halt. Diga, genial. Ey, Bruder, meine Pokémon sind wirklich jetzt langsam ready. Also, ich brauche echt nicht mehr lange. Weißt du, wie es bei dir aussieht? Aber Real Boss ist ja auch, glaube ich, 24, es läuft ja auch. Ich glaube, wir können gleich die Arena machen. Das war's für Placey auch, crazy. Welche Vollidioten-Versage haben da angerufen? Bro, du vergisst das Telefon da so ein Ding. Nein, ich meine, es ist richtig darum, dass man das Telefon benutzt. Ich meine, wer ruft da an, Bro? Also, no joke, wann war man denn so verzweifelt? Also, was... Ja, aber das, was damals das Anrufen war, ist heute jetzt einfach schnell googeln. Ja, aber Bro, wir würden auch diese Spieler irgendwie hinbekommen, wenn wir nicht googeln könnten. Also, klar, du würdest die dann vielleicht nicht perfekt durchspielen, aber du könntest das einfach brute-forcen und irgendwann out-levelst du einfach die Gegner und dann... Easy. Also, ich würde mich lieber 10 Stunden hinsetzen und es immer wieder versuchen, als 10 Euro bei so einem Anruf zu wasten. Wunder Pro. Sack, Kevin hat die Giga-Tabelle neben sich. Ja, also Leute, wenn ich es zur Verfügung habe, Bro, why not? Also, ich spiele mir eine Challenge, wenn wir das jetzt normal durchspielen würden. Also, ich glaube, jetzt nicht, dass der Average Nasslock-Challenge-Atze da jetzt bei den Nintendo-Hotline angerufen hat und gesagt hat, ey, yo Leute, ich bin hier gerade bei Orden 3 und mein T-Mail hat gerade hier 4 von 6 Pokémon sterben lassen. Entschuldige dich einfach, entschuldige dich. Was machen wir? Ich sollte aufhören, hier jedes Mal ohne Sinn, 3 Euro zu wasten. Äh, für was Entschuldigung? Für deinen Fehler. Welchen Fehler? Ja, dass du etwas falsch angenommen hast. Wie angenommen? Ja, du bist von einer falschen... Du darfst eigentlich gar nicht den Mund aufmachen, weil du deine Tabelle aufmachst. Bruder, du hast 4 Pokémon gewasted von uns. Ich bin Kevin, hallo. Ich habe nicht mal verstanden, wie das passiert ist und wie du den Kampf gewonnen hast, aber ich rede mich da auch. Timmy, da haben wir die 3 Euro. Das ist absolut true. Oken doken. Also Bob, Bob hielt gleich der W20. Sie werden so schnell groß. Man, ich will einfach in einer angenehmen Ausgangslage einfach wieder sein und irgendwie 5 stabile Aris. Man, Bob, ich kann hier nirgendwo leveln, das ist alles scheiße. Ich brauche irgendeinen Spot, bei dem ich geiler leveln kann. Digga, aber so eine Nassel-Challenge ist nicht easy, ne? Ich frage mich, ob wir unsere eigenen gesplitteten Runs, wie die ausgesehen hätten. Hätten wir denselben Seed einfach gerannt, aber ohne dieses Ding, dass wir halt zusammen die Sachen machen. Da wäre ich schon durch. Ja, Digga, zweimal. Du wärst zweite Arena. Jo, ja moin Digga, ich wäre noch im Startergebiet, Bruder. Ja, ich hätte noch nicht rausgefunden, wie man zum Starter, wo man zu diesem Spot kommt mit den drei Starter-Pro-Mann. Real Talk, du würdest wirklich, du hättest ganz große Probleme mit der Story alleine. Ja, auf jeden Fall. Ich würde alles Chat fragen. Oder ich würde mir Nintendo komplette Lösungen aufmachen rechts. Oder die Hotline anrufen. Oder die Hotline. Und währenddessen würde ich, glaube ich, einscheißen hier auf dem Stuhl und das wäre mir einfach egal. Boss. Ach, die dumme Oma ist immer noch lieb, ne? Auf einmal nimmt die Cash, Bro. Für Lara kriegst du, oder? Weißt du, so das erste Mal macht sie kostenlos, auf einmal kostet 200 Dollar, Alter. Naja. Alle gleich. Ich schwöre, alle verändern sich, wenn auf einmal das Geld mitmischt. Ja. Kevin sagt die Wahrheit. Alright, let's go. Digga, 24 Stunden, streamst du so dumm. Ja. Das ist das hohste, was Streaming je hervorgemacht hat. Warum machen wir die? Ja, weil's besondere Events sind, ne? Aber ich glaube, es ist halt so, seit der Obenend-Whatever-Dings-Zeit ist es halt auch schon irgendwie was vollkommen normales. Weil, also, ich glaube, es ist aber, Leute checken aber auch nicht so, dass es halt was anderes ist, wenn du halt nicht pennst. Ja, aber, ey, ich glaube, Hot-Take, ich glaube, so Subbatons und 7-Tages-Streams jucken auch gefühlt kaum noch jemanden. Ja, also, es ist auch, I don't know, ich glaube, ich bin 24-Stunden-Stream noch sinnvoller als ein 7-Tages-Stream, zu wie man es ist. Also, weil, bei 24-Stunden-Stream, da könnte man schon noch als Zuschauer sagen, okay, fuck, boh, ich setz mich hier hin und guck alles. Oder, oder, ich schlaf wenig und guck viel. Aber, Bruder, nach Tag 3 setzt sich niemand hin und guckt dir zu, wie du stehst. Und wenn du dann noch den epischen Amarm-Trick machst, wo du einfach nicht mal ne Kamera hast beim Schlafen, sondern einfach ne Doku laufen lässt. Digga, GG. Erstmal auf Stabil an so einem Dienstag, so Dienstagnachs, 3.30 Uhr, ne Doku mit dem Amar-Trick gucken, ja, ciao. Da geht's ab, Alter. Wolltest du doch einen 7-Tages-Stream machen? Ja, aber ich, weiß nicht, je länger ich drüber nachdenke, desto lower finde ich's irgendwie. Wie gedenkt ihr eigentlich in den nächsten 9 Stunden 5 Orden zu holen, wenn ihr in 15 Stunden erst 3 geschafft habt? Also, nebenbei, zu Hause. Ja. Es ist halt, es sieht einfach nur cool aus dem Titel, das Ding. Und ich glaube auch immer, dass so eines auf Long-Term fickt. Also, so, wenn du jetzt 7 Tage Stream machst, das wird tendenziell sehr anstrengend sein. Und du wirst vielleicht die Woche nach dem 7-Tage-Stream vielleicht etwas schlechteres Streams machen, denke ich mir oft. Und dann ist es irgendwie nur the world. Bei mir wäre es besser, einfach zwei Wochen normale Streams zu machen. Ja, ich glaube, dass du auf jeden Fall den Rhythmus richtig wegknallst. Auch ein 24er ist echt. Also, so, ich werde morgen richtig am Sack sein und am Montag werde ich es auf jeden Fall noch mehr. Meinst du? Ja. Also, ich werde Sonntag zu Montag einfach, ich werde Sonntagabend einfach nochmal schlafen gehen und dann... Ich glaube, ich gehe Sonntagabend einfach richtig krank saufen, damit es nochmal richtig, dass es richtig schlimm wird. Ne, keine Ahnung, ich... Aber du gehst ja nicht dann morgen Nachmittag schlafen, oder? Ne, ich bleib ein bisschen wach noch und dann... Meistens ist mein Schedule nach 24-Stunden-Streams, äh, ich hänge meistens noch... Also, ich gehe immer in die Badewanne, gucke Videos, schlafe dann in der Badewanne ein, ertrink halb, merke dann, ich sollte vielleicht schlafen gehen, schlafe dann, wache dann so 23 Uhr auf, bin so bis 3 Uhr nachts wach und habe dann nochmal ein Schedule und dann ist er da wieder normal. Das ist fast immer so und ich bin so, wenn ich den Stream verlasse, bin ich wie so auf Drugs. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das relaten kannst. Ja, das, ähm, ich... Das hatte ich mal, als ich, ähm... Als ich mal Drogen genommen habe. Ne, als ich den... Als ich, ähm... Warte, wie viele Stunden waren das? Als ich 34 Stunden mal gestreamt habe und danach noch wach geblieben bin und dann war ich halt... Das, da war ich, das, da habe ich ganz, ganz, nicht ganz merkwürdig gefühlt, aber es ging noch. Ja, also genau, so schlaftrunken, aber halt in einer sehr crazy Größe, ja? Ja, ja, ja. Ey, ich weiß nicht, Devin, wie wir es schaffen sollen, aber irgendwie machen wir es. Irgendwie die Donung. Äh, Nele, Dadlone, Fabian, Holy Cringe, Captain Fakie, Kefke. Badewanne schlafen, so gefährlich. Ist es wirklich? Ich weiß es nicht. Man wird doch vorher wach, man kann doch nicht ertrinken, oder? Kann man ertrinken, wenn du in der Badewanne einschlafen? Wenn du bewusstlos bist, ja. Ja, okay, obvious, aber wenn ich jetzt einfach nur sehr müde bin, werde ich ja nicht... Also wenn ich 24 Stunden nicht geschlafen habe, oder ein bisschen länger, ich weiß, also sagen wir 27 Stunden oder so, und ich ertrinke sozusagen, dann werde ich doch wach, also, genau. Ich glaube, die meisten Leute, die ertrinken, bei denen passiert es halt genau das, ne? Dass sie. Dass sie? Nur, das ist jetzt kein direktes Einschlafen, aber halt dann einfach Stärkeverlust, also sozusagen. Ja, okay, dann sinkt man, aber in der Badewanne sinkt ich ja jetzt nicht so weit ein, dass ich... Ja, genau. So, Mr. Overleveled ist dann jetzt auch am Start. Kylo, Pogers. Digga, warum ist dein Robben Level 33, bro? Weil sich das entwickeln soll. Ja, aber holy shit. Man, Bro, ich hab drei Pokémon, ich muss mal ein bisschen was tun. Der darf nur Level 20 sein, glaube ich. Der hat 135 Age-Raum-Stück gespielt und wurde dann gebannt. Es war ganz ein Schillen, ja, oder? Et cetera, sind Lacher, kein Magoo. Achso, ja, der hat es aber ohne Schlafen gemacht, right? Okay, ja, W-O-W-Spieler so different, man. Okay, Basti, wie sieht's aus? Geh mal rein. Ich hab 32, 30, 25, 27. Und Bob-Level 20. Und Bob-Level 20. I guess we have to, oder? Ja? Dann geh ich doch mal ganz kurz einen Rage-Piss nehmen und dann geht's ab. Bro, ich hab irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl dabei, Kevin, irgendwie. Ich weiß nicht. Hast du? Ich hab ein schlechtes Gefühl dabei dabei, muss ich sagen. Ja, wir können auch noch kurz lernen. Äh... Digga lernen. Das ist ein Video-Klaus-Rugger, Bro. Ich bin so nervös von der Arbeit. söh-Rugger! Mann, boah, Alter, das sind... Ich hab halt zweieinhalb Pokémon. Ich hab zweieinhalb Pokémon. Wie soll ich das eigentlich machen? Wie soll das gut gehen? Wie soll das gut gehen? Es ist so dumm, mit zweieinhalb Pokémon nur da reinzugehen. Ich komm heute Abend nicht nochmal auf meinem Wester. Wie soll ich das machen? Hey, Kevin. Kevin, ich hab halt nur zweieinhalb Pokémon. Das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Wer ist das halbe Pokémon? Stell dir vor, du bist einfach das halbe Pokémon, Bro. Ja, Bro, real Boss, guck dir mal bei... Was hat der gemacht, Alter? Ich soll damit jetzt reingehen, meinst du? Und wie das so? 25, 33, 33. Ja hä, aber dein 25 ist ja nicht halb. Bruder, der Arzt ist Level 28 doch. Dann lass uns jetzt die Arena zocken. Lass uns Arena machen. Also ich will jetzt nicht Schuld sein Level gerne machen. Aber 23, 33 ist crazy OP. Lass Arena jetzt mal. Notfalls wechselst du einfach Datenschutz ein. Digga, what could possibly go wrong? Einfach rein mit Datenschutz. Fang mit Datenschutz einfach an. Digga, Trap. Lass ihn jetzt ab. Digga, du bist schon in der Arena? Tschöne mal. Ich mach hier, ich bin schon gleich fertig. Digga, was ist das für ein... Also was ist das für ein Chris? Boah, das wird ja richtig. Ich denke, ich bin gleich mal wieder zum Pokémon zurück zu gehen. Ich finde es mal geil, wenn Leute so schreiben. Siegestraße wird auch lustig. Freunde, no joke. An dem Punkt habe ich nicht das Gefühl. Wir sehen die, Digga. Wir sehen die nicht. Wir können hier drin angeln, oder? Nee, Bruder. Safe nicht. Diese 5 Subgifts, abgesehen davon, müsstest du mir noch 30 geben eigentlich. Aber anderes Thema. Natürlich, 30 Subgifts muss ich dir geben, oder? Ja, ich glaube 25. Und du? Wie viel musst du mir geben? 5. Ha, Digga, was lauerst du denn? Ist die Wahrheit, aber... Nein. Doch, leider schon. Aber wir können auch drauf scheißen. Nein. Du musst mir 15 geben. Nein, Bro. Bro, du hast 5 Tode. Ja. Und du hast mir 2 gegeben. Ich hätte mir 3 mal gegeben, glaube ich, oder? Kevin, for real. Nein. Und selbst dann werden es nicht 5. Nee, dann werden es 10. Ja, bestimmt. Ja, scheiß auf. Juckt. Nein, wir machen das am Ende. Wir machen am Ende Verrechnung. Also fürs Protokoll, du musst auf jeden Fall mehr machen. Das ist das, was für mich wichtig ist. Ich habe aber mehr geleistet bis jetzt. Das ist cat. Man kann nicht mehr leisten. Wir spielen beide jeweils unterschiedliche Games. Wir sind beide hierher gekommen. Wir haben beide gleich viel geleistet. Hätte ich gestern das nicht installiert, Bruder, dann hättest du es nicht mehr hinbekommen. Ich musste dir 20 GB an ROMs schicken, weil du den Randomizer nicht hinbekommen hast. Oder nicht machen wolltest. Oder so. Warum ist mein Uptime eigentlich so viel höher als unser Timer-Ingame? Weil wir eine Stunde gechillt haben vorher. Eine Stunde? Haben wir gechillt? Oder was haben wir gemacht? Oh mein Gott, er macht so, Bruder. Nächstes Mal kannst du den Randomizer selber einrichten. Mr. Oh, Bruder, ich will mir das nicht runterladen. Ich habe Angst, dass da Virus ist. Ey, du Hund, Alter. Aber mir ist egal, Bruder. Ich kann machen. Aber danke, dass du gemacht hast. Ja, irgendwer muss ja machen. Das hätten wir jetzt überhaupt sagen müssen, Bruder. Wahrscheinlich hätte ich den abgesackt. Tschüss. Ja, weiß ich nicht, Bro. Okay, wollen wir? Ich bin im ersten Kampf. Okay. Alright, ladies and gentlemen. It's happening. Die vierte Arena, dann können wir offiziell sagen, wir haben die Hälfte geschafft. Ja, ich meine, die 3DS-Karten habe ich ihm geschickt. Zehn Stück. Ja, ich habe ja auch gerade was zu hier. Ja, Hälfte, Flug ist ja vielfach Schwäche, ne? Ey, du geile Maus, hast du XP-Teller an für den hier? Für was habe ich? Für die Fights. Kannst du dich ja anmachen. Machst du an? Ja. Sobald wir in der Arena sind, ist ja fein. Ey, wo bist du reingegangen? Erster, Zweiter? Ja, du musst den ganz rechten. Kevin, lass uns nicht streiten. Wir müssen uns noch ein paar Stunden aushalten. Wir streiten nicht. Wir nerven uns nur. Boah, ich bin so viel am Trinken, Alter. Ich habe Nojo schon 4,5 Liter oder so. Wait, den kann man doch skippen hier, oder? Den ersten kannst du skippen, Bro. Ja, ich habe gegen wen anderes gekippt. Bist du da nach Mitte oder links? Was? Links. Links. Ich bin jetzt auch nicht mehr so zu gebrauchen. Oh nein, wer ist er? Ich habe schon zu lange heiß gebadet. Lass uns endlich kämpfen. Oder wer ist er, Digga? Auf komisch. Okay, er hat einen Mäh-Tang. Okay, lass mich überlegen. Der ist sehr, sehr stark und ich habe keinen Feuer. Boah, Junge, was geht meinstum? Hier, Ach, Digga, sorry. Holy shit. Was mache ich denn gegen Stahl am besten? Da muss ich mal kurz auf meinem Giga-Bild hier gucken. Stahl, Feuer ist gut, Kampf ist gut, Boden ist gut. Ich überlege, ob ich einfach mit Pflanze angreife. Ist halt nicht super stark. Ich denke, es sollte okay sein, oder? Ja, ist okay, I guess. Ja, okay, cool. Ich ziehe es aber durch, I guess. Der cracks bei einfachem Role-Plan, der schreibt einfach Aua im Chat. Nee, ich denke, es ist wirklich stark. Ja, ne, es ist ein richtig starkes Pokémon. Wenn du kein Feuer hast, ist es richtig tricky. Ey, was machst du nach dem Fight? Komplett zurück-moven, ja, oder? Muss ich. Ah, ist ein bisschen lame, aber egal. Oh, cracks bei klickst Slam. Will ich Slam irgendwie gegen Ruckzuck-Heap swappen oder so? Ja, nee, guck mal, Slam hat richtig Scheiß-Genauigkeit. Ja. Ah, juckt. Scheiß-Attacke. Cringe-wennend. Ja, Mann. Geil, Kroko auch Level 28, nice. Es kracht, Bo. Datenschutz Level 16. Alter, beste Mann. Ich sag dir, so wie es ist, Datenschutz wird noch ein richtig großes Comeback bekommen. Und das Problem ist halt, Datenschutz kann kein richtig großes Comeback haben, weil es ist einfach nicht zu gebrauchen. Nein, das liegt daran, dass dein Trainer glaubt nicht an ihn. Ich kann ja sein komplettes Potenzial nicht erschöpfen. Ausschöpfen. Erschöpfen. Ja. In diesem Orden verlässt Crackspurts leider. Ich hoffe nicht, ich hoffe, wir droppen ihn nicht. Digger, wenn du Crackspurts verlierst, dann ist bei mir aber auch langsam deine Hilfe. Also dann ist auch die Motivation auch tot dran. Also, Digga, ich weiß nicht, dann muss ich halt 30k Power leveln. Also, Bro, bin ich da mit Jurob und Tau-Boss. By the way, nach der Arena kommt kein neuer Encounter, ne? Cool. Also machen wir die einfach umsonst? Ey, wir müssen ja in der Story weiterkommen. Ich kaufe doch Tränke, statt zurückzulaufen. Äh, ja, aber wir müssen Geld sparen, Bro. Wir haben relativ viel Geld wieder. Muss ich nach da hinten oder muss ich hier in die Mitte? Warst du hier schon? Ich glaube, du musst nach links, du musst zu der Frau. Oh. Ach doch, das war's hier. Okay, zweiter Encounter, let's go. Komm mal hinten lang. Alter, man kann die einfach dodgen. Easy. Pause. Easy gedodged, die Frau. Und ich glaube, jetzt bin ich da, oder? Also, ich glaube, das ist der Weg raus, dann, oder so. Ich glaube, hier ist so ein kleiner Ninja unten drin, ne? Den skippe ich einfach auch. Wenn ich den jetzt auch skippen kann, Bro, wäre hart. Ganz so. Digga, easy. Aber ihn nicht, oder? Ja, okay, ihn muss ich machen, okay. Wir sind beide am selben. Hüster ist halt ein Teil von Route 111. Ach, nee. Okay, Kokowai, easy. Sollte easy sein. Was ist ein Kokowai genau? Ist der... Psychopflanze. Was ist denn bei dir im Team, Bro? Ja, scheiß auf den Ding, ja. Man. Dann try ich mal, wie viel Käfer macht. Zornkling ist vierfach effektiv, immer noch. Ja, I know. Aber ist an sich trotzdem ne Scheiß-Attacke. Ja, weil du halt kein Käfer bist. Ja, und weil Käfer, also die ist auch an so Unruhe auch nicht stark. Die macht irgendwie nur 30 oder 40 oder so. So, Bob ist Level 21, Freunde. Ich darf Prodi-Presenten. Ja, das ist das klassische Level wieder. Also es ist mal wieder Zeit, dass er stirbt. Ich nehme einen Trank und gehe in den Arena-Leiter rein. Ja, same here. Ey, es ist ein bisschen unsatisfying, den kompletten Trank für zwei HP, aber ich mache es trotzdem. Alright, ladies and gentlemen. Es ist passiert. Arena-Leiter. Nummer vier. Nach 15,5 Stunden. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir holen das. Preach. Guck mal, wie groß die ist im Vergleich zu uns. Holy shit. Ich verstehe was mit den roten Blättern. Hallöchen. Wir haben es Winzling genannt. Jäger, weird Schirm. Das bist du ein bisschen bei Intros, ein bisschen nervös. Okay, Flavio. Bitte kommen wir jetzt mal mit so richtigen Arsch-Pokémon um die Ecke. Wir bauen jetzt richtig schlechte Pokémon von dir. Ja, gerne. Jo. Ja, okay. Viel Spaß mit dem Raichu, dem Raichu, du weißt. Ja, ist gut, der Raichu. Da war der Blüge noch auf Pikachu. Ist der Pflanze Wasser, der Kollege? Ja. Ich habe immer so scheiß Attacken, ne? Was mache ich? Nein, ähm. Zum Glück haben die noch nicht so Donnerblitz und so, sondern nur Donner-Schock. Ja, ja. Das wird später bei höherem Level halt echt viel, viel anstrengender. Ey, Crackspy, wenn du jetzt eingefroren bist und nicht angehörst, bist du Versager. Bro, eingefroren greift er nie an. Dumm. Okay, ich kann einen Trank jetzt auch usen. Geil. Übertrank. Auf wen switch ich jetzt, Bro? Was würdest du machen? Ähm. Ja, dein Kroko ist eigentlich auch stark. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch überlegt. Das ist eigentlich die einzige Schock. Also, ich weiß nicht, ob er Pflanze halt hat. Aber wenn der halt stirbt, dann stirbt halt dein Taubos auch. Ich überlege, ob ich einfach Crackspin behalte und einfach hoffe, dass er demnächst wieder rauskommt. Aus dem Huppis. Ja, die Mäge kämpfst du jetzt bitte nicht. Ey, Crackspy, du kannst mal aufrehen, bitte. Auftauen, meine ich. Der Icker, wie lange? Holy shit. Alright, ich hab das erste down. Raikos down. Weil ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt. Okay, geil. Das ist eine gute Nachricht. Der Icker, wenn ich Crackspy, Junge, für neun Runden eingefroren, Alter. Boah, ich weiß nicht. Ich sollte swappen, Alter. Ja. Das könnte mir jetzt vielleicht den Run kosten, dass ich jetzt da so lange gefeiert hab. Ja, das Eis war halt insane. Gut. Ey, big damage, cringe. Boah, das war richtig schlecht. Mit damage. Ist Unlicht irgendwie crazy gut? Nee, ne? Nee, auch nicht. Alles. Boah, geil. Geil, geil, geil. Richtig, aber ich hab ihn. Ich überleg, ob ich jetzt nochmal heile. Jetzt, wo ich weiß, was mich erwartet. Ob ich jetzt nochmal Crackspy voll level gerade. Ja. Maybe. Ja, oder? Wer weiß, was kommt. Wenn du weißt, ich hab jetzt nicht den ganzen Kampf mitverfolgt, aber ich weiß nicht, was für ein Attackenpool Kapalos gerade hat. Ja, der macht nur so shit eigentlich. Erstaune hat er gemacht. Ja, ich glaub, es ist... Ey, Bro, alle... Alle drei Pokémon von ihr sind stark. Jetzt kommt noch ein Machomei. Ey, taut Crackspy auch auf, wenn er chillt? Nein. Nein. Also ich muss ihn aussehen, dass er auftaut, der Hund. Ja, oder halt ein Hyperheiler oder so. Ja, den darf ich ja jetzt nicht mehr benutzen. Nahtu. Nahtu ist dieses... Dieses... Stamm... Ja, genau, der... Okay, das ist Pflanze. Das heißt, ich wechsle zu Crackspy. Der sollte easy sein. Ich glaube, hier könnte Crackspy auftauchen. Boss ist tot. Nein! Bro, dann ist Rettung tot. Die Rettung stirbt jetzt. Mann, Bro, die sollten doch eh... Also das ist ja... Oh, Bro, das könnte der Run jetzt sein, ne? Das könnte jetzt der Run sein. Was meinst du mit der Run? Naja, meinst du, du schaffst den Arena-Leiter trotzdem? Ja. Okay. Ja, das war ein Fail von mir. So ein Fail von mir. Was ist passiert? Ich hab nicht gesehen. Mann, die Rettung ist für 12. Wir sind eingefroren. Bruder, willst du jetzt auch mal irgendwas machen? Digga, er nervt so hart. Holy shit. Digga, er denkt auch tiefkühlt Fischstäbchen, Alter. Jetzt raus da. Ich hab's. Oh mein Gott, Bro! Bitte! Ey, Bruder, der ist einfach stuck da drin. Was mach ich jetzt? Du brauchst noch nicht lange im Team, ne? Äh, Bro, Basti, hilf mal bitte kurz. Was mach ich jetzt? Lassen. Die Crackspir ist immer noch eingefroren, der Engel. Hast du... Ja, du musst im Kampf halt mit dem... Ich würde jetzt eigentlich auf... Ich würde jetzt auf GroKo gehen. Ja, okay. Aber ist... Also macht der nicht Pflanzenattacken, dieser Nato? Oder was ist der für ein Typ? Psycho-Flug, Bro. Ah, okay. Jetzt... Bist oder Eis, Sand? Ja, hab ich auch gesagt. Boah! Tschüss, Alter. Feierabend. Ich hab auch nicht gedacht, dass Tau-Boss halt auch Normalflug ist. Sondern ich hab... Ja. Panikon. Was ist das? Panikon kenn ich nicht. Ich glaube, das ist Kacke. Das ist das Käfer... Ah, so ein Käfer-Loser. Ja, juckt's. Ist free. Ja, bleib ich einfach, oder? Ja, das macht ja nichts. Kann das irgendwie sich hochsprengen? Oder ist das auch so eine Kugel? Nein. Ja, Bruder, weiß man immer nicht, Alter. Ähm... Sehr trifft, ich hab nach drei Runden gekampft von Sujana, ja. Das war... Ich kenne mal mit der Ackerknarre auf volle Punde. Okay, ich sollte es haben, Freunde. Ich sollte es haben. Ja, das macht den Spur, das ist wie ein Saftkorn. Okay. Alright. Let's go. Let's go. Let's go. Wir haben den vierten Arenaleiter. Oh mein Gott. Aber trotzdem... Ey, wir haben einen Pokémon wieder verloren, Basti. Aber wir... Wir hangeln uns so von einer Liane zur nächsten. Ja. So... Klar, es ist jetzt scheiße. Aber wir hangeln uns zur nächsten Liane. Scheiß drauf. Stück für Stück. Boah. Let's go. Let's go. Das Panzer wird zwar Basti kritisch. Ja. Das ist true. Ja, bei mir ist dünn das Team, meinst du? Aber unterschätzt hier nicht meine vier und fünf. Ja, muss man jetzt hier manuell rauslaufen. Jetzt keine Abkürzung. Was ist das eh denn los, Alter? Hier, du wirst mal eine Abkürzung bauen können. Doch. War da? Ah, okay. Ach, ich möchte mich nicht verlieren. Maike, ich will keine Zeit gerade. Ey, wenn die jetzt auch noch fighten will, ist vorbei. Will Maike demnächst nochmal fighten mit uns? Weil ich hab irgendwie das Gefühl, wir haben lange nicht gegen sie gefightet. Und sie gehen demnächst wieder. Ja, aber... Jetzt... Nicht ja drücken. Jetzt musst du hier nein drücken. Warum? Was ist da? Aber dann wirst du teleportieren mit ihr. Wir wollen jetzt in die Wüste zusammen, Bro. Okay. Okay, alles, was die mir jetzt hier an die Backe labert, sag ich mit nein. Egal, was die will, ich sag nein. Bro, Kevin, wir holen uns jetzt ein krankes Fossil, wir gehen jetzt in die Wüste und machen jetzt... Bro, ich hoffe, Bruder. Wir brauchen jetzt drei geile neue Pokémon. Wir brauchen irgendwas Geiles, ja. Achso, ich muss ja noch was freilassen. Ich auch. Rest in Peace, Alter. Ich level war dein Kokowai. Ähm... 25 oder so. Ja. Ey, die Rettung, Freunde. Wir haben die Rettung verloren. Aber trotzdem sind wir ein Stück weit gerettet jetzt. Wir haben den vierten Arena leider. Rest in Peace, Bruder. Rest in Peace. Ja, danke trotzdem für alles. Danke für alles, Bruder. Alright, ich gehe ganz kurz einen kleinen Shit-Taken und dann können wir weitermachen. Okay. Okay, das zählt immer noch als Route 111. Okay. Okay. Das zählt immer noch als Route 111. Woher sind denn die Fossile? Digga. Na ja, wir können ja gleich mal bei Kevin fragen, ob das als neue Route zählt. Ich gehe auch mal kurz aufs Klo. Oh. Oh. Aber... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mach du einfach mal, du bist doch selber ein super Trainer. Ja, ich pflanze ihn einfach beiseite. Ey, pflanz dich mal. Ah ja, Wasser war es glaube ich halt schon. Digga, get rekt, holy shit. Digga, runter von meinem Bildschirm, alter, peinlich. Christian so bad, what the fuck. Das ist geil, dass die Areen, dass die ganzen Areen nur ein Pokémon immer haben, ne? Ja, man. Alright, ich bin beim Endboss. Boah, Junge, guck mal hier mit so NVIDIA, wie heißt das nochmal, mit dem Lightning. Mit diesem Shader von NVIDIA, wie heißt das nochmal, ATX, Junge. Bruder, mit so Spiegelungen einfach. Die Switch könnte niemals. Das ist unser Vater, by the way. Die Switch würde gerade richtig heiß laufen, die würde so, die würde so wie so eine PS4 oder so eine PS3 oder was das war, die so laut war, würde die so richtig laut werden. So Düsenjet-mäßig. Äh, ich bin ready, ich warte noch kurz auf dich. Ja, Kevin ist unser, das ist unser Vater, ne? Mir kommt das mal so vor, als würde dich das nicht interessieren. Interessiert mich nicht. Am Ende des Tages geht es darum, wer gewinnt mich, wer ist mein Vater. Bro, der Bohn sieht, der Bohn sieht aber ehrlich krass aus. Sieht wirklich cool aus. Ich will mal sehen, wie es aussehen würde auf dem 3DS, also auf einem nicht coolen, so. Auf dem alten 3DS meine ich. Okay, so, so würde es normal aussehen. Boah. Boah. Pfff. Dinger, ich weiß nicht, ob wir den Unterschied gerade sehen, aber bei mir sieht man den auf jeden Fall. Holy Shit. Mein Junge. Was muss eigentlich, was ist eigentlich der Beruf von, ich stelle von deinem Vaters Arena, Leiter. Der sitzt den ganzen Tag da und, weiß ich nicht, guckt aufs Fenster und wartet, ob da irgendeiner zu ihm hinkommt und anlabert. Ja, ist so, ne. Voll lame. Ja, Mann. Sag gleich, dass du arbeitslos bist halt. No Job. Hey, ich bin jetzt Arena-Leiter, Digga. Ja, Papa, wir wissen, du hast keinen Job. Fünfter Arena-Kampf. Okay, let's go. Halb sieben. Früher Morgen. Kusilla. Junge, wer ist denn er? Sitzt den ganzen Tag nur rum und kommt mit ihm um die Ecke, Alter. Digga, guck mal, guck mal, Papa, was hast du für Pokémon? Guck mal, was er bei mir hat. Papa, was ist das? Papa, was machst du den ganzen Tag? Papa, such dir mal einen Job. Papa, was ist das? Papa spielt mit seinen Bienen. Digga. Bruder. Digga. Ich hab Angst, dass wir uns jetzt lustig machen. Und gleich kommt er mit so einem übelsten Arzt um die Ecke. Bro, Real Talk, ich hätte jetzt gedacht, dass der Kollege nicht so viel aushält. Äh, warte mal, Gestein war da, ich weiß, ich war zum zehnten Mal. Aber ist da die Pflanze gut? Ja, ne? Ja, Kevin. Mann, Junge, nerv mal nicht rum. Digga, wie auf dieses Gigabild, du guckst gar nicht drauf, oder? Du guckst einfach gar nicht drauf. Das verwirrt dich einfach mal in so zwei Richtungen. Du schickst es. Ich mach's immer wieder zu, aus Versehen, dann guck ich wieder. Digga, es dauert so lange da zu gucken, das ist nicht, das ist so unübersichtlich. Es sind so viele Typen einfach. Und dann haben manche auch noch zwei Typen, Bruder, wie übertrieben einfach. Das hat's damals nicht gegeben. Da ist das stressig, Alter, der heilt sich. Okay, ich hab jetzt nach 18 Stunden den schwarzen Screen oben bei mir weggemacht. Ich hoffe, es ist satisfying. Oh, ne Bro, jetzt hast du mein Setup auch verstellt. Wie? Ja, jetzt hast du, du hast bei dir was geschnitten. Nein, nein, das ändert bei dir nichts. Ich hab in meinem UBS was geschnitten. Warum ist denn da jetzt so ein schwarzer Balken bei dir? Der ist die ganze Zeit schon da und wir haben ihn nur nie weggemacht. So, Muschus ist auch down. Easy, 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 easy. Points. Der ist schon die ganze Zeit da. Ey, Basti, es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Aber unser Vater ist ein unfassbarer Loser einfach. Hast du ihn schon getötet? Digga, ja, also seine Pokémon, Bruder. Nicht nur sein Vater, Digga, chill. Digga, auf einmal too real. Digga. Er hat einfach Quiekel als nächstes. Na ja, das war eine Scheiße. Wir haben überlegt, ob wir unsere Pokémon nochmal leveln dafür. Was ist das? Digga, du bist so ein Versager, Alter. Okay, aber geil. Wir haben den fünften und. Ich sag' euch ehrlich. Ja. Mit diesem Orden steigt mein Gefühl, dass wir es vielleicht doch schaffen. Vielleicht. Vielleicht schaffen wir es noch. Kevin, soll ich dir was sagen? Wir haben vor allem jetzt Surfer und wir haben so viele neue Routen durch Surfer. Checkst du das? Ja, wir haben No-Jog jetzt die Möglichkeit. Also jetzt können wir richtig viele neue Pokémon fahren. Auf die wir einfach auch Bock haben. Auf die wir Bock haben. Wir müssen jetzt nur ein bisschen Lack haben bei den Encountern. Ja. Dass wir jetzt nicht Raupi bekommen und Safcon oder so. Ja. Und dann ist es GG. Ab hier kann eigentlich kaum was falsch laufen. Ja. Voll. Ja, Papa, jetzt nervt man nicht rum hier. Also wir wollen noch weiter irgendwie stehen bleiben. Ja, er nervt zwar hart, No-Jog. Ja. Ja, ja. Mit seiner Biene. Ja, GG, Kevin. GG, Bruder, wenn wir unseren Vater verkloppt. Stell dir vor, dein Job ist einfach Arenaleiter und ein 13-jähriger Sohn kommt rein und macht dich fertig. Digga, hä? Wie scheiße. Digga, Alter. Wie kacke bist du dann? Also no joke. Und du gehst am nächsten Tag immer wieder zur Arbeit. Ja, ist so. Oh, jetzt haben die Männergespräch. Schon seltsam. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell man ein Junge erwachsen wird. Ja, heute nicht, Digga. Wir sind hier, um die Welt zu besiegen oder so. Ja, Mann. Wir haben keine Zeit für Gefühle. Wir haben nur Zeit fürs Gewinnen. Wo kriegen wir einen Surfer her? Gute Frage. Haben wir schon? Oh. Oh, ja? Hat er euch gerade gegeben. Okay, Kevin, wir müssen ganz kurz checken. Ich glaube, guck mal auf deiner Karte. Siehst du, ganz unten links, da ist die Insel, auf der wir am Anfang waren, wo wir mit einem Boot immer lang gefahren sind. Ja. Ja. Da müssten wir hingehen und da können wir voll viel surfen, da sind viele neue Routen. Ja. Oder... Nein, ich hätte eine bessere Idee. Okay. Digga, ist alles okay? Wir müssen hier hin. Guck mal, wo ich bin. Ja. Ich muss jetzt nicht nach rechts. Achso. Und jetzt können wir hier rüber surfen. Bist du sicher, dass wir Surfer schon haben? Ja. Wir haben es bekommen gerade. Oh. Oh, ja. Oh, nee. Jetzt muss ich das Kroko geben. Oh, Bruder. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich muss mir vielleicht noch eine Bitch dafür holen. Ey, sag mal ehrlich, was mach ich denn jetzt? Der Trümmerer kann ich wegmachen, den kann ich doch immer switchen. Der Trümmerer ist doch auch eine VM, oder? Kannst du aber eine VM einfach wegmachen? Ja, oder? Oh, Server ist sogar eine gute Attacke scheinbar. Server ist sehr gut. Server ist sehr gut. Oh, kann man eine VM nicht wegmachen? Nein. Alter, Server ist ja über stark. Ey, ich könnte für real die Aqua-Knallerspick machen. Musst du eigentlich. Das ist viel besser. Ja, let's go, oder? Jo. Krass, das wusste ich nicht, geil. Das ist sehr satisfying. Okay. Okay. Okay, oh mein Gott, Basti. Das ist eine neue Route. 118 direkt. Oh mein Gott, ich komme. Oh mein Gott. Ah nein, 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 nein. Ich hab gelogen, hab gelogen, haben wir schon. Rechts daneben kommt über Gras. Rechts daneben kommt Gras jetzt. Da geht es nämlich auch weiter in der Story. Äh, also hier, ne? Ja. Das ist immer noch 118. Okay. Hier ist irgendwie Neek Beats, den wir irgendwie anlabern müssen. Boah, jetzt ist hier richtig hell, ne? Gerade ist es wirklich so, als wären wir 14, 15 Uhr. Bro, die Sonne ist einfach, Kevin, die Sonne ist aufgegangen. Ja, nein, ich weiß, wie es funktioniert, aber trotzdem. Wie, da müffelt er richtig an der Achse, Junge. Achso, nein, nein, ich hab's so gemacht, so. So, dass er abgewischt hat, abgewischt. Ja, aber so. Als ob ich so einen random Sniffer nehme, so. Ach, ich rieche echt schon ganz gut. Ach, guck mal hier. Ach, ach, naja, moin. Psychbro. Psychbro. Er spricht zu uns aus dem Himmel. Okay, guck mal. Krass. Der Latias ist irgendwie ein bisschen goofy animiert, finde ich. Boah. Junge, holy shit. Boah. Sollen wir jetzt mal in Ruhe, dass ich wieder ein Pokémon fange? Ist das die Fliegeranimation? Entscheint. Bro, das ist cool. Da wären wir. Vielen Dank, Latias. Ey, no joke, also ja, wir spielen jetzt gerade auf PC und die Grafik ist hochgeschraubt. Aber es sieht wirklich cool aus. Ich finde die Grafik ist wirklich nice. Wenn man das so soll. Äh, Kevin? Ja. Man hat jetzt eine Legi-Interaktion. Oh. Kommt jetzt des Latias? Ja, es ist ein statischer, es ist der Static Encounter. Oh mein Gott, das ist jetzt aber auf jeden Fall bei uns ein Legendary-Chat. Aber es kann jedes Legendary sein. Bro, wie viele Bälle hast du? Das heißt, wenn wir jetzt alles richtig machen, kriegen wir beide Legendary. Kevin, wie viele Bälle hast du? Ja, ich gucke eben. Ich habe 17 Hyperbälle. Du musst auf Bälle. Wie auf Bälle? Achso, ja, vier. Ich habe vier, ja. Wir sollten nochmal zurückgehen, oder? Kann man zurück? Ja, oder? Ich hoffe. Bitte, das wäre geil. Ja, geht. Ich gehe einfach nochmal anlabern. Ja. Ja, wollen wir eventuell, ähm... Ihr braucht ja eine Bälle, ihr bekommt den, glaube ich, for free. Okay. Das ist doch ein random Encounter. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Und wir sollten eh Hyperbälle kaufen, oder? Ich habe sehr viele. Leute, speichern bringt nichts. Wollen wir lieber vorher nochmal was... Wollen wir noch lieber Encountern, oder wir machen das jetzt erstmal, ne? Ja. Lass uns kurz Pokébälle kaufen, müssen wir eh holen. Ein paar Hyperbälle auf Safeness und dann gehen wir wieder zurück. Kevin, das wird uns geschenkt, ne? Das ist einfach ein Reetop-Legi, was uns geschenkt wird. Bro, das ist ja so ein Game-Changer jetzt. Es geht jetzt nur noch nach oben. Oh, mein Gott. Aber von hier, von hier, Basti, nur noch nach oben. Wir hatten eine kleine Down-Phase, aber wir haben sie gut gehandelt. Weißt du, wir hatten ein gutes Mantgen. Oh, davor... Davor kommt ein ganz... Kommt ein harter Doppelkampf. Okay. Ja, dann lass uns, äh... Auf jeden Fall trotzdem die, die Bälle kaufen. Okay. Boah, ich habe richtig viel Cash, oh shit. Ja, ich habe 27. Wollen wir nicht vorher encountern auf den Surf-Routen? Nee, lass einfach ins Legi reingehen, oder? Kevin? Also, wir können jetzt so viel encountern jetzt aktuell mit Surfer. Aber du willst vorher ins Legi jetzt, ne? Ja, lass uns als allererstes das Legi holen, Bruder. Ich kann diese Spannung nicht aushalten. Kevin, das war nicht die Fliegensache, die wir meinten. Mit Latias und Latius kann man in dem Gehen fliegen und selber steuern. Das war damals bei Safi oder so nicht so. Boah, for real. Mit den Tränen habe ich voll Bock drauf. Okay, ich bin sehr gespannt. Aber egal in welchem Pokémon-Game, dieser Moment, wenn man fliegen bekommt, ist so geil einfach. Aber es ist so, wie wenn man, also es können nicht so viele Leute relaten, glaube ich, aber wenn man in World of Warcraft einen Mount bekommt. Das ist so geil, weil man läuft die ganze Zeit so überlangsam, auf einmal kriegt man so einen Mount und kann so überschnell durch die Welt traveln. Bro, es ist so geil einfach. Okay, Bruder, ich gehe rüber. Hast du gehealt? Äh, I guess. Guck mal. Nee, aber es passt. Ich schiebe Crackspinner und trank den Arsch. Ja. Okay, ich flieg rüber, ja? Ja. Boah, das sieht so cool aus, Mann, holy shit. Ja, dass man aber auf der ganzen Map auch was sehen kann. Ja, ich hätte so gefeiert als Kind. Ich wäre so oft da lang geflogen, um nur mal so zu gucken, wie man die Gebäude da sehen kann und so. Ja, ich finde auch, das hier sieht richtig cool aus für so Pokémon. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Das ist echt ein gutes Game, Mann. Alright, Kevin. Ihr bekommt Latias und Latios wegen dem Fliegen, sind also keine random Legis. Bin ich gespannt. Es kann sein, dass wir jetzt Latias und... Das wäre super shit. Weil wer bekommt von uns Wehen? Bekommen wir beide? Also, wenn wir beide bekommen, könnten wir zum Beispiel beide Latios nehmen. Ich habe den blauen halt die ganze Zeit, aber... Achso, ne, ne, wer meint. Ideen eher umflip-uchen-siezen zu halt. Ja, das scheint wohl irgendjemand zu sein. Okay, Bro, ich geh rein, ja? Ich auch. Kevin, das würde bedeuten, dass ich das halt nicht benutzen... Wir können es nicht benutzen, ne? Alter... Nein, ich hatte das rote. Ja. Ist bei dir das rot? Ja. Oh nein, das ist genau falsch rum. Oh mein Gott, no way. Weil es sollte auch... Ich glaube, es sollte auch random sein, Kevin. Es ist alles random. Ey, ich hoffe, es ist random. Das wäre viel besser. Alright, good luck für den Kampf, Bro, ne? Das ist jetzt... Okay, 101. Regirock. Kecleon. Okay, natzen wir, natzen wir, natzen wir. Kriegen wir hin. Haben die beide 1, oder was? Ja. Okay. Er macht Rosana. Was hat Troy bei dir? Ja. Wir sollen es einfach behalten, damit können wir damit rumfliegen. Lass es behalten, Absintheitcher. Das Fliegen ist schon cool. Wir werden dann nicht fliegen nutzen können. Gucken wir gleich. Lass das mal machen. Ey, Bro, er hat auch mein WTF. Er hat auch einen Crackspy. Oh mein Gott, Bro. Ich habe das Gefühl, ich habe hier jetzt gleich so ein Michael-Incident. Das, was du hattest. Warum? Weil mein Kollege hat sein Pokémon schon verloren. Ja, weil du hast auf jeden Fall... Du hast doch... Also du hast auf jeden Fall auch Feuerattacke. Du hast mit... Da eine Pflanze. Du kannst beides damit wegwandern. Aber es ist Level 21, Bruder. Oh. Ich glaube ich will... Was ist Reptilien für ein Typ? Pflanze. Das benutzt du die ganze Zeit selber. Äh, nee, sorry, sorry. Ich meine Steuerer. Ich habe mich verschrieben. Versprochen. Stahl? Gestein? Stahlboden? Irgendwie sowas. Ja, Stahlgestein. Da will ich halt eigentlich so... Eis oder Wasser oder so, ne? Ja, Eis am besten. Aber... Ja, jetzt ein Swapper auf dem Wasser-Pokémon ist so semi-smart. Du kannst eigentlich jetzt nicht auf das Feuer, weil... Der wird dir safe mit... Der wird dir safe eine Bodenattacke reindrücken. Ich gehe mit Laubklingen aufs Stollrack, würde ich sagen, oder? Ja, zweimal. Bitte stirb einfach. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Bruder, diese verdammten Doppelkämpfe. Doppelkämpfe sind insane. Oh mein Gott. Okay, hilf mir bitte ganz kurz. Was würdest du jetzt machen? Ich wechsle auf... Krokoboss, I guess? Hast du ne Kampfattacke? Bei irgendeinem? Ähm... Er hat eine. Aber es ist nur zertrümmreich. Weiß nicht. Ist nicht so stark. Das Ding ist halt, wenn Reptilien mich angreift, dann bin ich One-Shot, I guess. Was? Aber warum ist das Partner-Pokémon auch immer so kacke? Ja, ist so, Bruder. Was sind die schlimmsten Fights? Man muss immer so zwei fighten. Man muss so doppelt so stark sein. Hat Tarnhillie Schwebe? Kannst du mal nachgucken, bitte? Kein Bericht. Leichtmetall. Ich, ähm... Ich geh, glaub ich, für Krokoboss und mach Surfer, weil es, glaub ich, AOE ist so mäßig. Ja, aber du machst ja nicht mit... Also du machst ja nicht viel auf Pflanze. Ja, aber Stollrack sollte One-Shot sein. Ja, schon, aber... Ich muss, ich muss. Aber... Ja, probieren. Bitte mach zuerst. Bitte nicht One-Shot. Bitte überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt. Okay. Okay, nice. Come on. Du musst aber unbedingt jetzt raus. Wichtig, wichtig. Okay, wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. Okay, nice. Noch ein Clash to Level Up. Nehmen wir. Kurz die unfassbar spannende Situation und da brauchen wir dem... Und jetzt geht's weiter. Okay, nice. Tarnhidi auch noch spontan. Tarnhidi kriegt ja eine neue Attacke. Zen-Kopfstoß. Zen-Kopfstoß. Ist geil. Psycho. Ähm... Ja, was mach ich denn dann weg, Bruder? Patroni? Ne, 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 ne. Den auf jeden Fall behalten. Boah, ist Stahl. Ich hab hier nochmal eine Stahl-Attacke. Achso, dann mach Patron weg. Oder Body-Check, Bruder. Ich glaub, Body-Check ist auch echt... Eher Patron, du brauchst nur einen Stahl. Okay. Patronen-Heap hat Prio. Ja, Moment. Gigi. Ja, aber du willst später auf... Okay, ich swap auf jeden Fall, ne. Jetzt ist die Frage. Ja. Auf was swap ich? Auf Voll-Foy? Tarnhidi. Tarnhidi, ne, ja. Voll-Foy ist zu No Level. Ja, hätt ich auch gesagt. Ditchau. Oh! Boss! Meh. Niiice. Das war's. Okay, come on, Bruder, wir brauchen jetzt einen Finisher. Okay, let's go. Oh mein Gott, wir haben Crackspay verloren, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwie gute Legendaries oder so. Oh mein fucking Gott, Bro. Oh, Dig, das ist nicht gut. Das war so ein starkes Ding. Ja, ich sag dir ehrlich, Kevin, wir haben viele Encounter jetzt aber. Ja, es ist nicht so schlimm. Es kribbelt nicht komplett rein, aber es ist auch nicht geil. Scheiße, sorry, Mann. Latias hat dich inzwischen auch als Vertrauenswürdig Trainer. Oh, Digga, true, wie uns hat das vorhin ein Level mehr, der wäre entwickelt gewesen. Boah, Digga, das ist unsatisfying. Latias wurde in dein Team aufgenommen. Aber ist das jetzt ein Latias? Ey, wie unsatisfying wäre es umgekehrt gewesen, dann hätten wir sie usen können. Es ist ein anderes Legi, ich habe Celebi. Oh, no. Oh, das ist gut. Weil sonst hätten wir die wegwerfen müssen. So können wir die benutzen. Celebi ist offenbar nicht stark, aber es ist besser, als hätten wir sie wegwerfen müssen. Jetzt müssen wir uns hoffen, dass ich was Gutes bekomme. Aber dann ist es Level 30. Es ist Level 30. Kevin, du. Kevin, ganz kurz. Du musst dir vorhören. Das ist basically eine Mysterybox mit allen Legis, die rein theoretisch möglich sind. Ja. Allen in der Gen 3, also bist du Gen 3. Es kann alles sein. Mewtwo, Arctos, Lavados. Oh, mein Gott. Ey, so ein Vogel wäre geil. Arctos, Lavados type shit. Oh Gott, come on. Hi Quasa. Komm. Okay, come on. Beim Splitsnam Sissus. Beim Splitsnam Sissus. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on. Oh, das ist der Hund. Das ist der Elektrohund, oder? Ah, nein, das ist der Regi. Oh, das ist mega Arsch. Regi Eis. Oh, nein. Der ist mega shit. Nein, das ist so Arsch. Das ist das Schlechteste, was er in der Klampe können. Aber es ist ein gutes Eis. Das ist auch stark. Digga, ich nenne den einfach Bengel. Das ist Bengel. Das ist guter Tank. Okay, immerhin. Bro, die sind Level 30. Wir müssen nicht leveln. Oh, das ist no-to-nice. Oh, man. Bro, aber wie cool ist das gemacht, dass man normalerweise einen von den Beinen jetzt bekommen würde? Das war aber bei Rubin nicht so. Das ist Remix dafür gerade, oder? Ja, ja, ja. Ich glaube, wir können jetzt aber trotzdem fliegen. Fliegt der da mit Regi Eis und Silibi? Ach, no, Bro. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir fliegen trotzdem mit dem. Nee, du kannst... Achso, jetzt haben wir Mega-Entwicklungen. Oh, cool. Wie funktionieren Mega-Entwicklungen? Muss man den Pokémon irgendwas geben? Oder irgendwie so, dass die sich entwickeln können? Kein Plan, to be honest. Das habe ich noch nie gemacht, Bruder. Keine Ahnung. Den Mega-Stein fürs jeweilige Pokémon. Ah, okay. Es gibt ja so verschiedene, oder wie? Anscheinend. Okay. Oh, Kevin, es hätte einfach jedes legendäre Pokémon sein können. Digga, das wäre legit das schlechteste, Bruder. Wobei... Wobei... Ey, Mann. Silibi ist aber auch gut. Ja, I guess it's fine. Okay, Bruder. Haben wir hier irgendwo eine neue Route? Digga, was ist das für ein mega hohes Gras hier? Sorry. Hier kann auch mal der Gärtner kommen. Lass uns mit Surfer encountern, Bro. Woanders. Ja, aber warum? Ähm. Aber also, warum die jetzt nicht hier weitergehen? Ist voll egal. Naja, wir haben noch viel mehr Surfer-Routen. Warte mal, ich muss mal... Ja, okay. Hast recht. Bevor wir in den Trainer reinlaufen. Lass machen. Ey, guck mal hier. Haben wir auf Route 105 schon was. Nein, hab ich den nicht eingetragen. Route 108 haben wir auch noch nicht, oder? Nein. Ja, können wir hin. Guck mal, siehst du, guck mal bei mir im Screen, wo mein Pfeil ist. Ja. 105 hier links. Jungs, Omega, Rubin, Alpha, Saphir sind Spiele. Also sind die meisten Pokémon bis zu enthalten, also auch Legis und nicht nur bis zu... Nicht kratzen, Kevin, es wird nur schlimmer. Ich kratze schon in den kompletten Stream. Äh, Omega, Rubin und Alpha, Saphir sind Spiele der sechsten Generation, also sind die meisten Pokémon bis zum sechsten Gen erhalten, also auch Legis. Und nicht nur bis zum dritten. Bro, wir haben in unserem Randomizer-Programm eingestellt, dass nur bis zur dritten Generation Pokémon spawnen. Wir hätten rein, also am Anfang hatten wir einmal den Randomizer so gemacht, ohne irgendwelche Special-Regeln und da waren alle drin, aber wir wollten nur die von der dritten Gen, weil Basti und ich kennen kaum welche. Also ich glaube, vierte Gen kennt man noch so ein bisschen und dann fünfte, sechste, wo da keine Ahnung noch. Das ist dann auf einmal irgendwie dieses eine Motorrad-Pokémon, kennt ihr das? Kennst du das, Basti? Dieses eine, es gibt so ein Pokémon, da kann man später dann als Motorrad mitfahren, Bro. Ey, es gibt so goofy as shit. Ähm, Kevin, bevor du es vergisst, ne? Ja, genau. Wir müssen noch was machen. I know. Ey, Bro. Wir müssen jetzt unser Starter-Pokémon weggeben. Bruder, rest in peace. Das Ding haben wir seit 16 Stunden und 7 Stunden. Ach, wir können jetzt fliegen, Leute. Digga, rest in peace, man. Nein, können wir noch nicht. Lieber, meinst du irgendwas von einer Pfeife? Ich weiß nicht genau. Vielleicht haben wir eine Pfeife im Inventar. Schaut in den Items nach so einer Flöte. Ne, haben wir noch nicht, glaube ich. Das kommt wohl erst nach Chiyoke und, äh, Bro. Oh, warte, geht's. Süden. Ja, Süden, ja. Der hat ja kurz hier auf meinen Drahtesel aufgemontet. Ich finde es heftig, dass ihr noch kein Reset hattet. Bruder, ist real heftig. Muss man aber auch ganz klar sagen, da sind wir auch, also da sind wir auch wirklich mehrfach von der Messerspitze gesprungen, Alter. Also es war, es war schon oft knapp. Ja. Ich weiß nicht warum, aber seit zwei Stunden habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir angefangen haben mit drei Leuten und einer ist schon irgendwie schlafen gegangen. Aber wir zocken die ganze Zeit zu zweit. Ja, ich bin's. I don't know, Mann. Das ist weird. So, Route 108 ist ja noch hier und jetzt hier Route, Route 108, neue Route, Kevin. Hier, neuer Encounter. Warte, 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 wo bist du langgegangen, Bruder? Noch weiter Süden, Bro. Hier und dann hier mit dem Wasser, hier rein? Nee, nein, 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 Bro, du bist komplett falsch. Guck mal auf die Karte, wo ich bin auf der Karte und wo du bist. Achso, ja. Ja, komplett falsch, du bist einfach ein Meter weitergegangen, Tümer. Wie, er macht komplett falsch, Digga, jetzt wäre ich gerade bei Top 4. Warte ja nicht am Anfang. Äh, ja, aber hier geht's, hier kann man mit dem, äh, mit Surfer noch lang pallern. Und das hatten wir noch nicht. Und das müsste eine neue Route sein. Also einfach hier nach rechts gegangen oder wo bist du gegangen? Nach links, Bro, nach links. Du musst auf die 108. Guck mal auf deiner Karte. Da, wo das noch nicht hellblau ist. Ah, okay, okay. Da ist die gute Bühne und die Spahn. Okay, das müsste dann hier sein, ne? Hier so? Ja, da gleich links. 108. Okay, alles, was jetzt kommt, dürfen wir fahren. Oh mein Gott, es geht wieder los. Es geht wieder los. Endlich. Good luck, Bro. Ich hab was, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Ja. Boah. Boah. Nimmt man mit. Die Vorentwicklung von Fönantor. Ja, Bruder. Ja, moin. Ey, ey. So ein, so ein Dopenpilz. Es beißt nicht mega low, I guess, aber... Ja. Das ist auch nicht der Überburner. It's alright, lass fangen, lass fangen, lass fangen. Oh, ich meine, Pflanze ist vielleicht nicht so bad, weil... Was halten Sie von Schweißbären? You know, also... Ich bin vorher getrunken. Der Pflanzenanteil hat ein bisschen abgenommen seit dem letzten Fight, sag ich mal, bei mir im Team. Und bei dir auch. Kevin, ich hab's gekillt, sorry. Ich hab gedacht, das hält es nicht aus. Es hält es aus. Okay, wir haben sicher noch... Wir haben noch einen Counter oben links. Beziehungsweise links. Und da werden wir ja sicherlich Glück haben. Ja. Safe. Und es gibt wohl ein Schiff. Wo ist das Schiff? Da gibt's wohl noch. Wir haben zwei noch. Erstmal das Schiff. Erstmal das Schiff, Kevin. Da ist irgendwo ein Schiff. Ja, hier. Hier, hier, hier. Das meinen die. Was? Wow. Boah, was ist denn das? Das sieht so krass aus. What the fuck? Bro, das ist einfach Nintendo 3DS. Snowdrop. Was? Das ist so heftig. Okay, man muss fairerweise sagen, es ist auch wirklich die abgecrankte Version davon. Original sieht es so aus. Aber... Auch geil aus. Trotzdem heftig. Je nachdem, auf was ihr gerade guckt. Wenn ihr auf Handy guckt, dann seht ihr vielleicht mal ein Unterschied. Kannst du die Quali 3DS erinnern? Ja, ja. Wir haben so... Basti's Ingenieur. Und der hat da mal so was auch so ein bisschen gemacht. Ich hab uns so ein bisschen mehr um den Software-Partner gekümmert. Äh, dass wir hier die ganzen Sachen randomized haben. Und Basti hat unsere 3DS ein bisschen hochgecrankt, dass die ein bisschen stärker sind. Äh... Wir haben beide nur noch... Wir haben eigentlich... Ich hab nur noch ein richtig, also aktuell gelevelt krasses Pokémon, ne? Mh... Ja... Naja, Bengel hast du auch noch. Ich hab drei Pokémon, die krass gelevelt sind. Eben, danke für die Zapp, Bro. Okay, bist du ready? Oder was machst du gerade? Äh, ich hab auszusehen gekämpft. Okay. Ganz kurz entgiften. Es geht aus sowas, dass die schwarzen Umrandungen weggehen. Weiß aber nicht, to be honest, wie sehr euch das schlört. Nein, nein, die... Weißt du, das ist übel geil. Weißt du, dieses hier... Und den Stein hier, das ist mega nice. Okay, wenn hast du einmal nach unten scrollt bei deinem... Dings... Bei meinem was? Bei deinem DS? Bei deinem DS? Wie? Ne, weil's, äh... Weil du bei mir so'n Stratten trittst. Äh, ja doch, hab ich, glaube ich. Oh, so ist perfekt. So? Ne, so machen wir so wie davor. So? Ja. Ne, das ist bei mir alles Arsch. Oh nein. Ich hab unten irgendwie die Leiste ausgeblendet. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich die anmache. Egal, scheiß so. Bro, das ist ne neue Route, ne? Ja. Wir können hier direkt was fangen jetzt. Auf geht's. Come on. Mach zu zuerst. Neuer Fang. Neuer Fang. Neuer Fang. Neuer Fang. Neuer Fang. Neuer Fang. Komm, 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 komm. Wird gut. Ist Drache. Ist Drache später. Wird, wird gut. Ja, okay. Ich vertrau dir. Äh? What? Ja, okay, geil. Nicht töten. Digga, was? Das ist wirklich crazy random. Das hatten wir schon zum zweiten Mal. Okay. Ich weiß nicht, ob Biss ihn jetzt one-shottet. Was habe ich denn noch für ein Probekon? Ich habe Superball einfach geworfen. Ist drin. Boah, Junge, was bist du für ein Hustler, Alter? Okay, ich mache Hyperball einfach. Okay, wenn du kriegst auch nichts hin. Äh, Ruhe bitte. Boom. 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 Und zack. Easy. Basti, 1A. Neues Probeball im Team. Ja, Mann. Sehr wichtig. Boah, das ist irgendwie satisfying, dass wir beide dasselbe bekommen haben jetzt. Und dass sie sogar zinkt sind. Ja, Mann. Ist da oben vielleicht sogar nochmal eine neue Route? Ey, wollen wir sie Heiko und Roman nennen? Nein. Ich habe Claudia genannt. Oh, mein Gott. Was? Was wegen Cloud? Oh, mein Gott. Ich meine Clouds nennen. Mach. Junge, guck mal, wo man hier langlaufen kann. Das ist so cool gemacht, dass es auch von oben so ist jetzt. Ähm, wollen wir jetzt zunächst einen Router surfen? Okay, meins ist Klaus jetzt. Ähm, ja, also nach ganz links, ne? Ja. Okay, geil. Puh. Neues Pokémon. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Stück für Stück. Wir arbeiten uns langsam vor. Okay, ich habe ausgesehen einen Fight. Gibt es in dem... Boah. Gibt es in dem... In dem Schiff noch irgendwas Sinnvolles? Es ist wohl keinen... Also ja, da gibt es später Legis anscheinend, aber es gibt keine neue Route. Okay. Oh mein Gott, ich wollte gerade Crackspy anwechseln. Bruder. Ich brauche unbedingt einen Pflanzen-Pokémon. No job. Ja, ich habe da ein altes. Ja. Mir kommt es nicht so vor, als würdest du ihn vermissen. Nee, Celebi war mir ehrlich gesagt nicht so super nah am Herzen. Celebi ist aber wirklich stark. Hier sind auch by the way unfassbar viele Trainer. Hier könnte man echt gut leveln. Ja, ich muss nicht unbedingt, aber wir könnten. Hast du EP-Teiler noch an? Ja. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen Crackspy mehr, der überlevelt ist. Also jetzt an dem Punkt ist es eh egal. Viele sind tot, aber Datenschutz ist immer noch da. Digga. Zum Glück. Oh, warte mal. Vollvollkrieg Flammsturm. Ist das geil? Ich habe was Gefühl, das ist eine starke Attacke. Klingt stark, aber es ist jetzt nicht so geil, glaube ich. Ich würde es gegen Funkenflug changen. Ich glaube, es ist dasselbe. Oh, ich habe schon einen Encounter auf 105. Ich habe den, ich erstes... Oh mein. Oh boy. Ja, guck, was du bekommst. Okay. Ich muss kurz den Atzen hier weg-snacken. Ja. So, ich gehe mal voll, voll rein, den Boss, den einzig waren. Ah ne, warte mal, Wasser... Ah ne, das ist nicht Wasser. Ist underrated. So, mach mal One-Shot auf Korrekt. Boah, Digga. Der Mann weiß, was er macht. Und weg, das Scheiße. Okay, das ist komplett normal. Du musst dir keine Sorgen machen. Kevin, kommt es dir so vor, als wenn wir 18 Stunden schon live sind? Nein. Würdest du Knirschner anstatt Biss erlernen? Ja. Das ist wie eine bessere Version davon, glaube ich. Genau. Genau, genau. Ah, okay. Kommt mir vor wie 40 Stunden. Nee, Digga. Glaub mir. 40 Stunden hat sich angefühlt, als wir den, äh, den Nether-Rate-Beat gemacht haben, Alter. Da dachte ich wirklich, wir machen es schon. Bruder, ich habe am Ende, wir haben gerade Ausdienst-Hack gebaut. Ich habe gesehen, dass ich um die Ecke laufe. Also in so einem Kreis. Bruder, mir ging es gar nicht gut. Oh. Und dann hat mir auch noch Hugo erzählt, oder uns allen, dass er da irgendwie auf diese Säure-Pornos da Shit macht. I don't know, Bro. Äh, okay, Route 107. Nee, 108 musst du. Nee, 108 hat mir schon. Nee, 108 hat mir schon. 107 auch. 107 ist neu. 108 hat mir doch schon. Safe? Ja, 108 war doch das, was wir schnacken. Oder? 107 hat... 108 ist der. Achso, aber guck mal, ich meine da, wo, ähm, wo es da dunkelblau ist. Da bin ich. Okay, warum hast du 107 nicht mitgenommen? 107 haben wir schon. Nein, hab ich nicht aufgeschrieben. Das war das, wo wir, ähm, auf der Insel rechts geangelt haben. Okay, Chad sagt auch, aber, okay, dann schreibe ich es damit auf. Habe ich es vergessen anscheinend. Ja, dann komme ich. Sorry. On my way, little bro. Weißt du, als wir da waren, hinter dem Haus und wieder hingegangen. Und dann kommt man da halt auch angeln für die 100 Biele. Mein Lieblingsmoment aus dem Netherite-Stream war, als du Brindett gesagt hast, du denkst, du bist in einem Piraten-Schiff. Digga, ich schnurde. Das war der selbe Moment. Äh, ja, was ist los? Nichts. Hier hoch, ne? Genau. Ja, jemand meinte gerade, dass ich im Netherite-Beacon-Stream gesagt habe, dass ich in einem Piraten-Schiff bin. Digga, ich hatte ja dieses, ich hatte ja alles aus Holz. Und ich habe irgendwann vergessen, dass ich den Nether abbaue. Ich dachte einfach, ich baue ein großes Piraten-Schiff ab. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Gib mir einen guten Encounter, bitte. Einen Pflanzen-Programm. Oh, ne, geil. Oh, ne, geil. Oh, ne, geil. Ja. Was droppen, oder? Ja, Todes, also ist das Eis. Ja, ich lieb. Töte. Kevin ist auf 105. Ja? Ist doch richtig. Ist richtig. Ist richtig. Oh mein Gott, ich habe nicht so Angst, Digga. Okay, was könnten wir noch besurfen? Ähm, ja, nur noch rechts. Wir haben jetzt ansonsten alles. Glaube ich. Also ich habe der Karte mit nichts mehr angezeigt. Ja, aber vielleicht wird es trotzdem noch. Rechts. Rechts von Malvenfroh. Wo ist ein Malvenfroh? Ist Malvenfroh der Spawn? Ah, äh, ja, 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 ja. Das ist diese große Vierecks-City. Da rechts nach vorne können wir irgendwas surfen. Was meinst du? Also ja, da sind wir doch generell. Ähm, da waren wir doch generell jetzt für die Story unterwegs. Was ist, wenn wir bei Gratiport-City nach rechts gehen? Da sieht es mir aus, als wären da noch drei Routen. Die hier, wo die bei mir ausgekrotzt sind. Diese hier. Können wir da schütteln? Können wir noch nicht. Das ist nach, das ist später. Okay. Eine Route geht da. Doch, da können wir anscheinend machen, eine Route. Ja, dann zurück. Dann all the way zurück und dann die machen. Bro, ich sage dir ehrlich, wir haben hier noch nicht so eine dicke Ausbeute hier gerade. Bro, wir haben, hä, Bro, du hast ein, wir haben krasse Legis. Also du hast ein Eis-Level 30 und ich hab ein Pflanzen-Level 30. Das ist schon gut. Ja, geht. Und. Warblue haben wir auch. Was wird Warblue später? Altaria. Dracheflug. Ich bin ein Mädel und. Und wer ist da? She'd so imagine, du wärst ein Einhorn und dann? What? Geil. Was? Da ich sage, ich habe absolut keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Digger, euch geht es auch gar nicht. Wo kann es sein? Pass auf, jetzt kommt hier irgendwas krasses, was ich nicht fangen kann. Okay, warte mal rein. Jo. Es wird dich einen Snack geholt, kurz. Einen Snack rum. Geil. War das? Habe ich Mewtwo auf meiner Strecke? Das wäre natürlich lustig. Kevin? Ja? Ich glaube, auf meiner Route gibt es ein ganz bestimmtes Pokémon, was ich dir mal zeigen möchte. Warte. Gleich. Okay. Mach erst mal weiter, ich zeig's dir gleich. Okay. Ich hoffe, ich gucke dir mal rein. Ich gucke dir mal rein. halt machen. Also wir lassen ihn dann frei. Es gab dieses Pok da mit dem Ohr. Die wurden, glaube ich, weggeklagt leider. Ich glaube, das wurde zugemacht. Ich glaube auch. Classic Nintendo. War aber auch nicht so doll. Okay. Muss ich noch so einen Loser wegfallen? Äh, was machst du gerade? Ich glaube, hier gibt es... Ich habe Mewtwo gehört. Wie Mewtwo gehört? Ja. Manchmal hört man die ja hier schwimmen. Ich glaube, dass das hier ist. Okay. Würdest du sagen, dir geht es gut vom Ding her noch, oder? Bro, das fällt dir jetzt erst auf. Bro, man hört die Pokémon im Gras manchmal oder auf der Route. Ja, ich weiß. Und da habe ich Mewtwo gehört. Ja, aber würdest du sagen, dir geht es gut? Ja. Okay. Ist der Mewtwo gerade hier auch? Kannst du mit dem reden oder so? Ich glaube, Mewtwo würde mir mehr zuhören als du. Nein, ich höre dir übel zu. What the fuck? Okay, hier würde ich sagen. Ja, guck mal, ob das eine neue Route ist. Gut gemacht, Chef. Auch Deoxys, cool. Haben wir Grafiport City schon? Ja. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Drawdown gehört. Ja, ist eine neue. Geil. Ich warte. Ich habe jetzt zelebriert. Der Digga, der ist... ...ultrastark. Der tut es einfach. Wir bauen jetzt hier was richtig geiles. Wir bauen jetzt so einen Überkracher hier. Dann geht es wieder voll ab.